So, hallo zusammen an alle im Chat nochmal und hallo an alle, die das jetzt nachträglich auf YouTube sehen. Wir spielen heute bei Ghostwire Tokyo weiter. Ich muss noch schnell hier ins Fenster klicken, dann funktioniert mein Controller auch. Wir hatten jetzt gerade schon technische Probleme, deswegen bin ich jetzt schon fix und fertig. Aber alles gut, haha, alles okay. Hallo Onkel Jens, wie geht's? So, und Hightower JFK und alle, die ich noch nicht begrüßt habe, freut mich, dass ihr hier seid. Äh, sagt mir Bescheid, wenn Spielsound und Mindsound irgendwie blöd harmonieren, zu laut, zu leise, ne, wie auch immer. So, wir sind jetzt quasi in einem ganz neuen Gebiet, ähm, ich habe in Let's Plays auf dem Let's Play Kanal weitergespielt. Und wir haben jetzt einen Wald vorgeschaltet, neben der großen Stadt, in der wir bis jetzt immer waren, ein Wald, den wir uns jetzt anschauen dürfen. Mikorios, vielen Dank fürs Abonnieren, super nett von dir, freut mich total. Sechs Monate feinster Tentakel-Hentai, Grüße gehen raus, du Lump. Dankeschön, freut mich. Schöne Grüße von Cluedo, Dankeschön, ebenfalls. Seid ihr gerade live, in real life, äh, äh, beieinander? Mir geht's auch ganz gut, Dankeschön. So. Jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ah, warte mal, hier war irgendwo Geisterabsorbieren. Dieses Geisterabsorbieren in dem Spiel. Die sind total bescheuert. Es gibt, glaube ich, in der ganzen Stadt ungefähr 800 Milliarden Geister und ich will alle davon haben. Und ich will alle Hunde streicheln in dem Spiel. Und das ist die wahre Herausforderung. Ach, du warst gerade bei ihm im Stream, okay. Geben wir mal die Gedanken dieses Hundes. Und jetzt geben wir ihm was zu Recht. Komm rein, Kumpel. Natürlich. Hat er einfach Hunger. Ist halt ein Hund. Mach schön langsam. Danke, das war nett. Magst du Hunde? Ja, klar. Ich bin jetzt nicht der Mega-Fan. Aber wer mag Hunde nicht? Ja, eben. Da hat er recht. Hallo. Katzenhändler. Kaufen wir mal Pfeile. Die kann man immer brauchen. Ich habe meinen Bogen jetzt schon ziemlich hoch, hoch gelevelt. Der dürfte jetzt schon ziemlich gut sein. War's das jetzt? Komm, wir gehen. Das freut mich. Der Sprecher von unserer Hauptfigur ist auch der deutsche Sprecher von Son Goku. Daher kennst du den wahrscheinlich. Oder daher kannte ich ihn zumindest. Der andere Sprecher von K.K., also von der Stimme in unserem Kopf, die kommt mir auch sehr bekannt vor, aber die kenne ich nicht. Ich mag Hunde nicht. Ich liebe sie. Das ist eine gute... Gehen wir weiter rein. Immer dem Licht nach. Welchem Licht nach? Es ist, finde ich, überall relativ gleichmäßig beleuchtet. Und das ist Nebel. Der bringt uns um. Schlechte Ratschläge von K.K. hier. Erika ist nicht hier, denkt die Katze. Hm. Okay. Der Dummdarm. Dankeschön für die Bits. Juhu. Guckt euch das Bitglas an, wie es gefüllt wird mit köstlichen Dreiecken. Und am Schluss noch eine Bombe. Perfekt. Dankeschön. Das freut mich. Was Schusswaffen. Ja, also ob es die in dem Spiel gibt oder wie. Also wir haben quasi unsere drei Elementarwebe-Klassen. Wasser, Feuer und Wind. Und das sind im Grunde drei verschiedene Waffen, wenn man jetzt in First-Person-Shooter-Terms denken will. Aber dann gibt es außerdem noch die Betäubungszettel und den Bogen. Also die Betäubungszettel, die gibt es in verschiedenen Funktionen. Es gibt ja verschiedene Zettelarten. Und den Bogen. Und mehr habe ich bis jetzt noch nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass auch noch mehr Waffenklassen dazukommen. Erika ist im Wald. Erika ist tot, soviel ich weiß von der Story her. Das macht das Ganze noch ein bisschen unheimlicher. Ich würde die Katze gern streicheln. Das geht ja irgendwie nicht. Die sitzt blöd. Sorry, Katze. Bist du jetzt religiös geworden? In diesen Zeiten? Klar. Erika hat gesagt, ich kann nicht mitkommen. Okay. 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 Ja, ja, total. Das hat auch wirklich ganz viele so Anleihen aus so antiker japanischer Kultur. Also es ist wirklich so, dass diese Handbewegungen echt aus so einer... Ich kann den Namen nicht nennen, aber echt aus so einer asiatischen Meditations-Gi-Geschichte-Kunst kommt, die eben auch wirklich für Naruto zum Beispiel die Grundlage ist. Wenn wir dann später in den Kämpfen sind, falls ihr das Spiel noch nicht kennt, wird man das auch sehen, dass das sehr stark so an... ...Ninjutsu sie erinnert. Ach du Scheiße. Geister. All jene, die sie gesammelt haben. Das Outfit habe ich übrigens... Aber es sind so viele. Je länger man als Ermittler arbeitet, desto weniger lässt man an sich ran. So ein bisschen konnen, finde ich, der Detektiv. Ansonsten ist man fehl am Platz in diesem Job. Schön groß. Trotzdem gibt es hin und wieder Fälle, die einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Das hier ist einer davon. Ja, ich... Ich weiß, was du meinst. Diese schreiende innere Stimme, die von dir verlangt, alles richtig zu machen. Hör auf sie. Sie gibt deinem Leben Bedeutung. Ist das bei euch im Chat auch so, wenn ich irgendwas haue? Der Sound kommt verspätet bei mir an. Aber ich habe das Gefühl nur, wenn ich zuschlage. Ne, auch beim Schießen. Hey, ich habe voll die Zeitverzögerung auf meinem Kopfhörern. Ist das bei euch auch so? Eventuell liegt das in meinem Kopfhörern. Aber wenn es so langscht nur bei mir ist, ist es egal. Ich kann damit leben. Es ist nicht schlimm. Nope, bei euch nicht. Na dann. Okay, dann lassen wir es. Wie es ist. Ich habe von Präsident Evil Chris nichts gelernt. Man muss auf Helden immer drauf drauf mit bloßen Fäusten. Und sagen, die keinen Respekt vereinen. Was zum Teufel hat er mit Mari vor? Ihm habe ich diese beschissenen Kräfte zu verdanken. Für ihn ist die ganze Welt ein Experimentierkasten. Er wird deine Schwester benutzen. Ohne jeden Skopel. Rette sie. Rette sie einfach. Ich werde es versuchen. Ich glaube, wir sind gerade an einem sehr dramatischen Storypunkt, an dem wir hier einsteigen heute. Vielleicht hätte ich ihm was anderes anziehen sollen, für die Dramaturgie der Situation. Nein, umso besser. Sieh an. Unsere Laborratten sind aus ihren Käfigen ausgebrotten. K.K. Stopp! Prost, Mari! Ein faszinierendes Wiedersehen. Aber das muss warten. Die Zeremonie wird bald beginnen. Ich habe keine Verwendung mehr für euch. Es ist bedauerlich. Aber ihr beide könnt nicht erlöst werden. Was redest du da? Lass sie frei! Leider ist es zu spät, um ihr Lebewohl zu sagen. Sie hat bereits ihren Platz auf der großen Bühne eingenommen. Sie hat was? Es liegt noch viel Arbeit vor mir. Wichtige Arbeit. Diese beiden werden sich an meiner Stelle um euch kümmern. Glaubst du wirklich, diese Scheiße erweckt die Toten? K.K. Wovon redest du da? Dieser Spinner will einen Haufen Seelen ernten, um diese Welt mit dem Jenseits zu verbinden. Seine Frau ist vor fünf Jahren gestorben. Und jetzt will er sie zurückholen. Ich bin sicher, seine Tochter wäre richtig stolz auf ihren lieben Papi. Ja, ne? Der Stil in dem Spiel ist überhaupt ziemlich cool, finde ich. Was zum... K.K.? Was ist los? Wer sind die? Verzeihung. Es gab da wohl ein Missverständnis. Meine Frau und meine Tochter, sie verstehen mich vollkommen. Ich muss lediglich noch ihre Seelen aus dem Jenseits rufen. Besondere Anerkennung verdient meine Tochter. Die Barriere würde ohne sie nicht existieren. Du hast dein eigenes Kind geopfert? Der Körper ist lediglich ein Gefäß für die Seele. Warum sollte man sich an etwas so Vergängliches binden? Schreibt mir während der Cutscene mal kurz in den Chat, ob wir mit dem Detektiv Conan Cosplay, das er jetzt an hat, weiterspielen sollen, mit dem modernen Ninja Outfit oder dem Fallout Outfit. Könnt ihr euch entscheiden, die drei Sachen. Überlegt euch und schreibt es in den Chat. Nach der Cutscene oder nach dem Bosskampf nehme ich dann das, was er am meisten kriegt. Also Conan, Fallout oder Ninja. Dieser Typ ist total krank. Die Zeit ist beinahe rein. Sie wird euch Gesellschaft leisten. Hey Wulf, hallo. Superkräfte verloren. Das ist jetzt ein gemeiner Kampf, glaube ich. Gut, dass ich noch Pfeile gekauft habe. Darauf bin ich nicht voll. Okay. Einstimmig Fallout im Chat beschlossen. Mit hundertprozentiger Quote. Nicht schlecht. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo gleich nochmal die Kostüme sind. Dann ziehen wir uns unser Fallout Cosplay an. Wenn ich's finde. Ah ja, da ist es. Da, da, da. Aus Vault 111 kommen wir. Los geht's. Akito, von vorn kannst du sie nicht besiegen. Versteck dich erstmal. Versteck dich erstmal. Ja, das dies gut. Wie soll ich mich denn verstecken? Wenn Akito von Keike getrennt ist, sind alle Aktionen, für die spirituelle Energie benötigt, werden stark eingeschränkt. Akito kann im Kampf kein ätherisches Weben einsetzen. Das sind die Elementarangriffe, die eigentlich die Hauptwaffe sind quasi. Und einige weitere Bewegungen und Erkundungsfähigkeiten können nicht eingesetzt werden. Das haben wir schon mal gelesen, ne? Allerdings ist Akito selbst bla bla bla. Ich weiß schon. Okay. Wir haben im Grunde nur den Bogen und fertig. Ah ja, jetzt haben wir noch einen Detektiv-Corner bekommen. Aber das... Da kann man nichts mehr machen. Das müssen wir erstmal, glaube ich... Ich weiß gar nicht. Das macht sie bestimmt langsamer. Ja klar. Ach da. Okay. Die ist kugelsicher. Aha. Und jetzt? Ja, warte. Da war was. Ja, wie denn? Ich schaff's nicht. Oh Gott. Nein. Irgendwas hat nicht funktioniert. Wirklich. Aber ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich gegen sie kämpfen muss. Nur kämpfen. Ja, ist ein bisschen gemein. Dass sie einfach durchlaufen kann. Ist was. Oh, lecker. Wie soll ich denn? Ich kann nicht so schnell schießen mit dem Bogen. Nico, lauf! Das kannst du so nicht gewinnen! Ja, ich versuch's ja. Okay, ich muss mich, glaube ich, wirklich anschleichen. Sonst habe ich nicht genug Zeit, die Sprengdinger in die Luft zu sprengen. Dann kann ich hier, glaube ich, K.K. aus dem Hintern ziehen. Ich glaub wirklich, dass das so gedacht ist. Bam! Okay, jetzt nicht schießen, sondern anschleichen. Und jetzt los! Jetzt keterisches Wilden einsetzen. Ah, ihre Schwänze sind ihre Schwachstelle. Ach, ihr Schwänze, nicht ihr Hintern. Okay, ich nehm's zu. Du hast noch eine gefunden? Gut, dann machen wir das jetzt noch zweimal. Okay, aber das ist wirklich die letzte. Und wie soll sie heißen? Das war wie eine Katze. Alle haben sich um mich gekümmert. Aber so kann doch kein Mensch leben. Das ist doch... Kein Zustand. Ich bin gefangen. Wie eine Katze. Kann ich vielleicht meine Betäubungszettel einsetzen? Ach, verdammt, das sind meine Baubankszettel. Aha! Da sind meine Betäubungszettel. Wenn es deine Zeit ist, du musst hinter sie. Ja, 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 die funktionieren. Das ist gut. Aber nicht so wichtig, aber gut genug. Sehr gut. Du musst nur dranbleiben. Zwei Beiner. Dankeschön fürs Abonnieren. Super nett von dir. Freut mich. Letzte Runde. Es ist einfach nicht richtig. Je komplizierter das Leben wird, desto leerer fühle ich mich. Niemand versteht mich. Ich bin nur eine Last und muss dauernd beschützt werden. Nichts als eine leere Hülle, die in sich zusammenzufallen droht. Ich bin kaum noch lebendig. Nicht wirklich. Du solltest hierbleiben. So ist es sicher. Es ist falsch. Flux, dankeschön fürs Abonnieren. Falsch. Ich verdiene es auch zu leben. Super nett von dir. Freut mich wirklich sehr. Abonniert schon neun Monate. Julio, dankeschön. So. Aber wo ist die jetzt hin? Was wir da hören, ist wahrscheinlich die Stimme von dieser Boss-Tochter, ne? Gegen die wir hier kämpfen. Da würde ich das zumindest deuten. Die Spänzer sind die Quelle ihrer Kraft. Zieh dir sie raus. Das habe ich verstanden. Ich versuche mich von hinten an sie reinzuschleichen. Ja. Ich müsste jetzt nur wissen, wo sie ist, damit ich weiß, wo hinten ist. Muss ich da hoch vielleicht? Ne. Dann mach ich. Hallo. Komisches, creepy Katzen-Persons-Bädchen. Ich würde gerne Kristalle aus deinem Hintern beißen. Wenn es möglich wäre. Wenn es denn gegeben ist. Leider kann ich auch nicht benutzen. Ich habe sie gerade schreien gehört. Ganz leise. Ich kann aber mir auch nicht. Ich weiß. Ich weiß auch nicht. Also klettern. Halt. Ja, bist ja da. Wo warst du denn? Ich habe mich auch gesucht. Das geht so gut. Okay, jetzt los. So. Ich habe sich auskristallisiert. Danke, Akito. Wo ist Yon? Es tut mir leid. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Nein. Mad ist. Scheiße! Geister? Was ist das? Der Effekt ist schön, finde ich, dass die Teilchen erst so nach wie bei jedem Schritt sind. Das ist schön gemacht. Das gefällt mir. Das ist Stranding-Flashbacks, ja. Stimmt. Oh oh, da ist noch die Frau vom Oberbösen. Achso, das ist die Tochter. Halt dich da raus! Überlass die Drecksarbeit dem Profi! Das ist unverzeihlich. Es endet erst, wenn wir ihn aufhalten. Gehen wir. Ja. Ja. Das Spiel sieht ja auch interessant aus. Das Spiel ist auch wirklich interessant. Ich mag es sehr gerne. Ich finde es sehr cool. Die Open World ist wirklich die... Also, die war schon in den 2010ern ausgelutscht. Die grundsätzlichste Ubisoft-Formel, die man sich vorstellen kann. Und das Gameplay, das Kampfsystem ist nett. Das funktioniert aber auch nicht super gut. Aber ich mag den Stil. Ich mag die Geschichten. Ich mag vor allem auch die ganzen Nebenmissionen, die Mythologie dahinter. Und ich mag auch die Dialoge zwischen uns und Hauptfiguren. K.K. und Akito, glaube ich. Das ist alles schon sehr nett und sehr cool geschrieben. Das macht Spaß. Also, das Spiel hat Style und eine coole Mythologie. Eine coole Lore. Und man lernt viel über die japanische Kultur und Mythologie. Was ich einen schönen Nebenbefinden finde. Was ist das? Keine Ahnung. Aber ganz bestimmt nichts Gutes. Jetzt kriegt ihr bloß keine kalten Füße, Herr Kerr. Ganz bestimmt nicht. Auf geht's. Auf geht's. Was? Der Turm sieht irgendwie schon... Ein Telefon. Könnte Rinko sein. Blablab. Telefon? Da unten irgendwo, oder? Ich wollte mich jetzt ehrlich gesagt hier noch ein bisschen umsehen, bevor wir ans Telefon gehen. Aha! Was... Was bist du denn? Hanuki mit grünen Ahorn ist das. Jetzt habe ich den ersten Satz nicht fertig gelesen. Irgendwer kann sich auch verwandeln. Aber ich habe in der Stadt keine echten gesehen. Echt komisch. Sagt uns der Tanuki. Mit dem Blatt auf dem Kopf. In dem Schrein stehen überall Buchsstatuen rum. Die können sich auch verwandeln. Oh. Na dann. Ein Tanuki ist das, ja. Das sind... Marderhunde. Im Deutschen. Ach guck, da ist noch ein Tanuki. Ich glaube, die befreien den Tempel hier. Hab zu danken, sagt er. Ich glaube, ich spende hier mal was. Schauen wir mal, ob wir einen göttlichen Segen kriegen für 500 Geld. Ach so, genau. Äh, ich hätte gern so Statuen. Ich will mehr so Statuen finden. Das ist gut. In solchen Zeiten finden viele zum Glauben. Ey. Wenn's hilft. Ah, wir haben eine Nebenquest. Wir haben noch eine Nebenquest. Die Nebenquests sind bis jetzt alle auf einem relativ hohen Niveau, finde ich. Nicht unbedingt Witcher 3 Niveau, aber immer unterhaltsame kleine Geschichten mit coolen mythologischen japanischen Monstern. Da hat bis jetzt eigentlich fast alles Spaß gemacht. Da bin ich gespannt. Die Nebenquests sind für mich echt das Highlight in dem Spiel. Laufen wir mal ein bisschen durch den Wald und machen die beiden neunmal. Oh! Hallo! Nein! Ich hab noch ein Fett überrascht. Ich hätte mir gern wieder meine Winde genommen. Ich bin von der, von der Wasser-Gun irgendwie nicht überzeugt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau. Ich glaub, das ist eher so ein bisschen halt die Schrotflinte, ne? Die macht halt Flächenschaden. Aber die find ich einfach nicht so gut in dem Spiel. Feuer ist da Hammer. Und Wind ist halt die Pistole, die Handcannon, die Standardwaffe. Aber Wasser mag ich nicht. Ich mag Wasser nicht. Hi Nelly! Willkommen zurück! Okay. Weiter. Weiter Richtung Missionsziel. Dass hier nochmal so ein Waldgebiet kommt, hätte ich gar nicht gedacht. Nachdem er 100 Stunden irgendwie in den Städten unterwegs ist. Also in der, in der, in der Tokio, in dem Stadtteil. Ah! Warte! Warte! Da ist dieses Hämmern von den Tiefen des Waldes. Es sind die Geräucher ins Ritual. Und sie haben wieder umgebracht. Warum musste das ausgerechnet hier passieren? Das Ritual heißt Ushinor Kukumairi. Jemand haut Nägel in eine Strohpuppe. Es heißt, wenn man das sieben Tage lang tut, ohne gesehen zu werden, wird die Person, die die Puppe darstellt, verflucht. Solange die Puppe existiert, steckt der Typ hier fest. Und wir müssen die Gegend hier auch noch reinigen. Sonst wird sie verflucht. Dann suchen wir mal nach der Strohpuppe. Dann suchen wir nach der Strohpuppe. Aber wie sollen wir die Strohpuppe finden, die den Kerl verflucht hat? Zugang verboten, betreten auf eigene Gefahr. Na dann rein. Gefahr ist mein vierter Vorname. Gleich nach Angst und Flucht behalten. Auf der Katze geht's gut. Suchen wir weiter. Moment. Habe ich gerade eine... Ja, das Spiel ist genauso verwirrt wie ich. Eine Katze? Ups, du hast wohl eine Katze gefunden. Mit ein wenig Fantasie erinnert ihre Gestalt an ein Tsuchinoko. Hier findest du jedenfalls kein echtes Tsuchinoko. Okay, ich habe gerade eine Katze aufgehoben. Und habe die jetzt in meinem Inventar. Warum auch nicht? Jetzt haben wir eine Begleitkatze. Damit habe ich nicht gerechnet. Das heller. Wir kommen näher. Echt? Ich hör nichts. Oh. Ja. Und da leuchtet's komisch rot. Das dürfte wahrscheinlich... Entschuldigen Sie. Wie? Ihr habt nicht gesehen. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Wir haben sie angezogen gehabt. Ja. Da ist keine Vorredaktion mehr. Schade. Die war wirklich ein bisschen. Da sind wir gesessen. Ich geh nicht an. Meine Meinung nach. Dann wird es doch noch schaffen. So viele von denen. Ich hasse die. Die haben Glubberblasen, die du mal zaubern. Die gehen mir sehr schnell her. Wenn du dich rüberlässt, die Gegend sind, das ist schon fast schon. Schnell, rausreißen, bevor die Glubberblasen kommt. Bitte. Eine wenige. Ah, ich glaub, da heilt irgendeine Freundin. Die ist, glaub ich, neu. Headshots sind übrigens auch bei Geistern. Extrem empathisch. Muss man wissen. Oh, nächste Welle oder was? Oh Gott. Shit. Die sollten schon heilen. Erstmal einen Energydrink trinken. Oder zwei. Wurde Zeit muss sein. Oh, jetzt hier. Kommt ein aufgeladenes Feuer. Da rein. Ach, ich bin mal her. Schnell jetzt. Vielleicht doch die Kernausweisung. Yes. Oh, da ist eine ganz schöne Gang hier. Hämmer da, Herr Bärth. Läutern wir sie jetzt und beseitigen die Verderbnis. Machen wir. Keinen Schritt mehr. Warum hast du den Kerl verflucht? Hat er dir was angetan? Er hat über mein Mutter mal gespottet. Er hat allen davon erzählt. Und sie haben gelacht. Aber du musstest ihn doch nicht gleich verfluchen, oder? Als sie ihn verfluchte, wurde sie sofort zum Monster. Flüche sind ein zweischneidiges Schwert. Bereiten wir ihrem Leid ein Ende. Ich wusste gerade lang, weil ich im Chat gelesen habe, dass Spinelli gerade Autokorrekt aus Neko Neo-Konservativen gemacht hat. Na dann. Oh, einmal ausgewaltigt bitte. Es hat sich ausgeflucht. Den Bagger haben wir auch kaputt. Hat er jetzt davon. Gehen wir zurück zum verfluchten Mann. Jetzt kann er endlich ins Jeseits auffahren. Haben wir wieder was gelernt in dieser Quest. Das war jetzt nicht die spannendste in dem Quest, nachdem ich so viel Werbung dafür gemacht habe, wie gut die sind. Aber wir haben gelernt, dass es auch in Japan sowas gibt wie Voodoo-Puppen. Und auch mit Strohpuppen und Nägeln. Wie man das auch bei uns kennt, nur dass es viel komplexer ist. Wie war das täglich über zehn Tage heimlich, ohne dass es, wer merkt, einen Nagel in den Kopf der Puppe haut. Naja, das ist eigentlich gar nicht so schwer, oder? Das kann man schon mal machen. Mit deinem Arm hat endlich aufgehört. Danke. Aber warum wurde ich verflucht? Erinnerst du dich an eine Frau mit Mutter mal? Nein, ich glaube nicht. War ziemlich verflucht. Vielleicht hast du es vergessen. Sie aber nicht. Sie sagte, deinetwegen hätten sie alle ausgelacht. Es hat sie verzerrt. In ihrem Hass verfluchte sie dich. So eine kleine Schwingelei ist doch kein Grund, einen zu verfluchen. Ich bin jetzt wegen dieser Kleinigkeit gestorben. Du warst nicht das einzige Opfer. Der Fluch hat auch sie zum Phantom gemacht. Flüche sind ansteckend. Versuch lieber, sie nicht zu hassen. Hey, ist sie wenigstens von dem Flug befreit? Ja, wir haben das erledigt. Okay, immerhin. Danke. Ja, es stimmt. Ich habe es gar nicht gehört. Aber jetzt, wo du sagst, klingt der Geist wirklich komplett wie Cartman. Oh Gott. Ich glaube, viele Geister kriegen... Das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ab jetzt sind hier nur noch tote... Tote... Tote komische schwebende Cartmans. Überall. Japan ist voller schwebender Cartmans. Ich habe wieder was gelernt. Okay. Nächste... Nächste Quest. Da unten. Da machen wir jetzt gleich eine Schnellreise, würde ich sagen, zum Portal. Weil ehrlich gesagt... Habe ich das Gefühl... Dieser Wald ist relativ leer. Oder? Ah, okay. Da hinten ist ein Geist. Den saugen wir noch schnell ein. Die Geisterklasse. Ghostbusters. Ghostbusters. Weißt du, da erfinden die extra irgendwelche Photonpäckchen und Geisterfallen und bla bla bla. Und was weiß ich. Dabei hätten sie einfach nur so kleine Papierfigürchen getan. Hätten sich einfach mal mit K.K. unterhalten müssen, Ghostbusters. Suchen wir weiter. Suchen wir weiter. Nach was suchen wir gleich nochmal hier? Ich kann im Wald komische Sachen aufheben, aber ich weiß nicht warum eigentlich. Ein Tsuchihau. Ups. Du hast wohl eine Art Werkzeug gefunden. Mit einem wenig Fantasie erinnert es an ein Tsushinoko. Anscheinend suchen wir ein Tsushinoko. Ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß nicht, woher wir diese Quest haben. Aber scheinbar suchen wir hier im Wald ein echtes Tsushinoko. Jetzt haben wir schon eine Katze gefunden und ein komisches Nudelholz oder sowas. Ja, ich hab doch... Genau, ich hab mir schon gedacht. Ich hab ja vorher noch gesagt, der Wald ist ziemlich leer. Anscheinend ist das die Idee der Entwickler und Entwicklerin gewesen, wie man den Wald mit Content füllen kann. Und in dem überall komische kleine Dinger, die wie Tsushinokos aussehen, rumliegen. Die man dann sammeln und suchen muss. Das finde ich jetzt nicht super spannend, muss ich sagen. Ich geh trotzdem mal spannend genug, dass ich jetzt doch zu Fuß aus dem Wald geh. Und zur nächsten Nebenquest. Aber ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt meine Zeit totschlagen hier im Wald. Aber gucken wir mal. Aha! Komische... Komischer roter... Schlimmer-Schimmer-Effekt. Ein schlimmer Schimmer. Ich hab gerade aus der Richtung was gehört. Aber andersherz sind wir hier im Wald. Da hört man schon mal Sachen. Aber ich höre wirklich komische Sachen. Komm. Komm schon. Okay, okay. Wir fliegen von Hausdach zu Hausdach, aber da kommst du nicht hoch. Aber das sind die Treppen, wo die Quest war, ne? Ja, dann gehen wir zurück in die Stadt. Da gibt's mehr zu entdecken. Halt! Was ist das? Was haben wir hier? Oh! Blair Witch Project, oder wie? Nein. Was ist das? Aber schon so eine Strohpuppe. Eine Strohpuppe. Eine menschlich aussehende Strohpuppe, mit der man andere mit rituellen Flüchen belegen kann. Uiuiuiui. Bist du eigentlich auf der Playstation unterwegs? Ja genau, Luigi Staubsauger. Der wäre auch noch eine gute Alternative. Der würde auch funktionieren. Also grundsätzlich schon. Aber jetzt hier Ghostwire Tokyo spiele ich auf dem PC. Da habe ich freundlicherweise einen Key von Bethesda bekommen. Dann habe ich mir gedacht, noise! Schass mich drüber. Ich habe sie als Kind gejagt. Sind mir aber immer entwischt. Die meisten Kinder geben nach ein, zwei Versuchen auf. Hm. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast schon sagen, du bist aufgeregt. Mit Hilfe meiner Kraft können wir es aufspüren. Dieses Mal entkommt es mir nicht. Ich bin gespannt. Aber ich habe gerade mal schnell was gesehen. Wartet mal, ich muss mal schnell zu einem... Wie heißen sie gleich nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie sie heißen. Cutka Weises. Der hat das letzte Mal sich noch über das Aussehen dieser Kreaturen beschwert in dem Spiel, weil sie keine Glatze haben. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie sie heißen. Auf jeden Fall kann ich die beschwören und das ist ziemlich awesome. Aber jetzt muss ich mal kurz in dieses creepy, seltsame Gebäude hier, über das ich zufällig gestolpert bin. Das ist doch weird, dass hier die Wände bluten, oder? Das kommt mir verdächtig vor. Weil deswegen bin ich eigentlich nicht hier. Komm, eins nach dem anderen. Ah, das ist eins von diesen typischen Open-World-Side-Track-Spielen. Wo es hundert Sachen zu tun gibt und man macht gar nichts. Und wir die ganze Zeit wieder... Also mir, mir geht es zumindest so. Ach, hier ist alles von so einem öligen Blutfilm überzogen. Ach so, ach so. Was hast du so für Spiele? Äh, boah. Also, keine Ahnung. Alles Mögliche, ganz ehrlich. Alles Mögliche. Es gibt jetzt auch nicht wirklich so ein Genre, das ich besonders bevorzugen würde. Oder ein Genre, das ich gar nicht spielen wollen würde. Oh, oh, da unten ist Lady Dimitrescu. Sehr panische Mythologie-Vorlage. Die sind ein bisschen krass, aber... Hier haben wir ein bisschen Feuer für ein Bruder. Ich schleif mich sogar an. Vielleicht kann ich sie stealth-killen. Nein, kann ich nicht. Hallo! Wir haben keine Wahl. Los geht's! Ja! Scheiße! Autsch! Geht nicht aus, so schlimm ist es nicht! Ganz genau, so schlimm ist es nicht. Wird's heilen? Wir sind ganz klar, wir sind raus aus. Ah! Wind, 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 wind! Okay, war halt so schlimm. Wo waren wir stehen geblieben? Was ich so für Spiele hab? Ja genau, wirklich alles mögliche. Ich hab auch zum Beispiel das Monthly Humble Bundle-Ding wie abonniert und den Game Pass und so weiter. Mit dem bin ich eigentlich eh schon mehr als versorgt. Aber trotzdem gibt's dann immer wieder mal Spiele, vor allem eben dann von Nintendo und Sony. Die ich dann doch auch noch zusätzlich haben will. Und da ist schon eine ganz schöne Sache mit zusammengekommen. Mach schön langsam! Ich hätt schon auch gern so einen Shiba Inu. Ich muss ja sagen, mir wär ein Akita Inu lieber. Aber ein Shiba Inu ist auch gut. Geld. Vor allem hab ich jetzt in dem Spiel gelernt, dass Shiba Inus die ganze Zeit Geld ausgraben. Aus dem Boden. Überall. Also man kann keine zwei Meter gehen. Und dann graben die schon wieder Geld aus. Und das find ich schon gut. Das ist ein Argument für ein Shiba Inu. So. Machen wir mal die Nebenkiste. Ah, da oben. Guck. Da ist das superschnelle Windwiesel mit Klingen statt Händen. Ich seh's. Da ist unser Kamaitachi. Es bemerkt uns anscheinend nicht mal. Und jetzt los. Hinterher, bis es anhält. Hi, Drago. Ja, ich kann nicht so schnell, wie das wieselt. Das Luftwiesel. Wo sollen wir denn hin? Ich hab's aus den Augen verloren. Ah. Ich hab's stehen geblieben. Und jetzt? Och, das war leicht. Ja. Endlich hab ich eins. Haben wir's ausgetrieben? Die Kamaitachi. Interessant. Jo-Kai, deren japanischer Name sich als Sichelwiesel, ach guck, tatsächlich, übersetzen lässt. Und sie sehen auch tatsächlich aus, wie Wiesel die Sicheln an ihren Armen tragen. Im Grunde ein bisschen wie Sichlor. Nur, dass Sichlor nicht aussieht wie ein Wiesel. Insofern vergesst, was ich gesagt habe. Kamaitachi wurden häufig in kalten Regionen gesichtet. Deshalb repräsentiert der Name auch die Jahreszeit Winter, wenn er in Haiku verwendet wird. Der Legende nach reiten Kamaitachi auf Windböen heran und schlagen mit ihren Sicheln nach Menschen. Auch wenn die Opfer anfangs keine Schmerzen spüren und kein Blut aus ihren Wunden fließt, erliegen sie schlussendlich den später einsetzenden Blutungen. Hey, bringt eigentlich jeder Jo-Kai, alles was irgendwie übernatürlich ist in der japanischen Mythologie, bringt Leute um. Nur die Unis nicht, die sind in Wirklichkeit nett, aber alle hassen sie. Das ist so das, was mir das Spiel vermittelt. Die einzige harmlose Kreatur wird von allen gefürchtet und gehasst und alles andere bringt einen quasi sofort um. Geben wir ein bisschen spazieren, kommt so ein fliegendes Flugsichelwiesel und bam, tot. So schnell. Japan ist ein ganz schön gefährliches Pflaster, was das angeht. Ah, okay. Weil viele dieser Verletzungen an der unteren Körperhälfte auftreten, wird angenommen, dass Kamaachi dicht über dem Boden fliegen. Eine andere Legende besagt, dass stets drei Kamaitachi zusammenarbeiten. Eine stößt Menschen zu Boden, das zweite schlägt mit den Sicheln zu und das dritte versorgt die Wunden. Was erklärt, ach so, was erklärt, warum zunächst keine Verletzung? Du meinst wohl, ich hab eins. Habt ihr das gehört? Ich weiß nicht warum, aber nachdem ich das vorgelesen hab, hat Alexa grad gesagt, Schlafzimmerlicht unterstützt das nicht. Naha. Gut, dass wir das geklärt haben, Alexa. So, wo waren wir stehen geblieben? Zwei Nebenquests abgeschlossen? Ja, Hauptquest. Äh, dann telefonieren wir mal. Das Telefon läutet jetzt schon seit einer halben Stunde. In Wäldern sieht man alles Mögliche. Das ist nicht zwangsläufig. Gut. Oh, ich seh was. Da gehen wir hin. Oder ist das nur so ein Spendenkasten wieder? Ja, das ist nur der Spendenkasten mit dem Tanuki. Aber mit dem Tanuki da hinten haben wir noch nicht geredet, oder? Da sagt wahrscheinlich auch nichts Interessantes. Aber wenn wir schon hier sind, dann bleib ich mal unter den Baumstätten und kann mich nicht mehr bewegen. Hallo. Hallo. Tanuki. Wenn ich Angst habe, stelle ich mich einfach tot. Das ist die beste irgendwas. Euren Hunden bringt ihr das als toter Hund? Ich kann, ich hab's nicht gelesen. Ist auch egal. Er erzählt irgendwas von Totstellen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wenn ich jetzt nochmal hier, was kann ich da gleich nochmal machen? LP, SD? Ich möchte, dass KKs Wunsch erfüllt wird. Das ist doch nett. Das mach ich mal. Und jetzt? Ja, dann will ich endlich meine Zigarette. Ups, das war wohl nichts. Das ist so ein Running Gag zwischen den beiden, weil Keke da und rauchen will. Was ich nicht ganz verstehe, weil Keke ist nur ein Geist in unserem Körper. Und wenn unser Körper nie geraucht hat, dann sollte er auch gar keinen so Nikotin fangen. Oh nein, was ist denn? Oh, guck doch den Hund an. Was ist denn mit dem? Der Arzt. Warum denn? Hau rein, Kumpel. Dann geht's gleich wieder besser. Ja. Mach schön langsam. Das war lecker, vielen Dank. Guck, so sind Hunde. Ja, aber es ist auch nicht leicht. Genau, hast ja doch ein Herz. Du wirst doch ein echter Hundefreund. Keine Chance, Mann. So, aber jetzt gehen wir ins Telefon. Wartet mal kurz. Ich hab... Moment. Ja, ich hab meine Kopfhörer verkehrt drum auf. So, jetzt höre ich auch die Richtung, aus der Geräusche kommen. Deswegen bin ich im Wald auch in die komplett falsche Richtung gelaufen, weil ich da ein komisches Geräusch gehört habe. Okay. Schauen wir mal hallo. Hi, Haven oder Heaven. Auf jeden Fall, Alex, hallo. Er macht wohl Fortschritte bei dem Ritual. Zum Glück habt ihr das Kifu da. Das sollte euch dabei helfen, mehr Tori zu finden. Weitermachen. Oh, und Keke? Wegen Erika. Danke. Genau, äh, Tanukis könnt sich kommen. Ich bin's gewohnt, mir die Hände schmutzig zu machen. Ich hätte mich damals früher entscheiden sollen. Bevor es zu spät war. Wir können es noch schaffen. Noch ist es nicht vorbei. Wir sind jetzt ein Team. Wir drei. Akito hat recht. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Jetzt fällt mir gerade ein, was haben wir eigentlich da von dem Bosskampf bekommen. Von der Tochter mit dem Bommeln am Hintern. Da haben wir doch irgendwie dann noch was so aus dem Körper gerissen. Ja, ganz viele neue Schreintore. Ich hab schon verstanden, Karte. Ich, ich will, ich, es ist, ja. Oh, 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 oh. Es hört nicht mehr auf. Gib mir die Kontrolle. Ich will die Kontrolle über das Spiel zurück. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, es nimmt kein Ende. Ja, ich hab's verstanden. Es gibt ganz viele Tore, die ich reinigen soll. Ah, danke. Oh, puh. Okay, ich wollte, jetzt hab ich vergessen, was ich wollte, weil auch da Tore, die mir angezeigt werden. Ah ja, genau. Ich wollte in mein Inventar gucken, ob ich hier vielleicht irgendwie eine neue Kette oder hier neuen Talisman vielleicht. Nee. Hm. Hier vielleicht irgendwas. Ah, warte mal. Das war's, oder? Ein Bokeneko Kifuda haben wir bekommen. Ein enger Verwandter des allzeits beliebten Talismans. Gewöhnliche Kifuda sind Glücksbringer aus Holz, die an Schreinen verkauft werden. Dieser hier ist anders. Eine finstere Macht pulsiert im Inneren dieses Kifuda. Das Biotaras Körper entrissen wurde. Ja, gut, hätten wir das geklärt. Okay, weiter neu aufgedeckte Tori. Dein Bokeneko Kifuda, das ist das, was ich gerade vorgelesen hab, ne? Hat Tori aufgedeckt, die bisher versteckt waren. Das heißt, jetzt kann ich die ganze Open World im Grunde erst so richtig freischalten. Finde und reinige die neuen Tori, um neue Gebiete zum Erkunden freizuschalten. Okay, wenn du das sagst. Auf geht's, Partner. Auf geht's. Ja. Und auf dem Weg sammeln wir ganz viel Geister und Tanuki und Zeugs und alles Mögliche. Alles, was das Geisterjägerherz begehrt. Auf den Toiletten ist nie was. Naja, hier ist vielfach ein bisschen Geld. Ich schau immer wieder rein. Aber es ist nie wirklich was Vielfaltes drin. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Warum tue ich mir das alles? Gut, dass wir zusammen unterwegs sind. Warum? Sagen wir, dass ich zu Lebzeiten niemanden kannte, der so ehrlich war. Aha. Verstehe. Verstehe ich nicht. Oh! Oh! Mini-Quest. Hier werden gerade Geister von den Besuchern geklaut. Das können wir nicht zulassen. Das müssen wir uns verbinden. Jetzt mal. Die Mädchen. Nichts für uns. Ich muss... Warte mal schnell. Jetzt höre ich gerade gar nichts mehr. Meine Kopfhörer haben gerade den Geist aufgegeben. Aber die haben schon die ganze Zeit geleckt. Das sind ältere Bluetooth-Kopfhörer, die ich heute benutzt habe. Ich hole schnell meine richtigen Kopfhörer. Ich bin in 30,4 Sekunden wieder da. Ihr könnt stoppen, wenn ihr so genaue Stopp-Werkzeuge habt. Nein, kann ich doch nicht. Die Kopfhörer sind in Verwendung. Verdammt doch mal. Dann frage ich mich, warum meine Kopfhörer ausgegangen sind. Hallo? Kopfhörer? Gib mir ein Lebenszeichen. Ah ja, jetzt höre ich wieder was. Okay, keine Ahnung. Ich habe sie neu gestartet. Fast schon. Weiter geht's. Okay, das wäre erst der Anfang. Beenden wir das jetzt. Wir müssen jetzt quasi hier diese drei Kugeln beschützen. Jetzt gehen sie auf den anderen Sattel. Alles klar, ich möchte sie merken. Gute Kombis, Kleiner. Was ist das? Ja, dann können wir die jetzt einsaugen. Ich weiß nicht, warum sich die immer so anstellen. Die bauen immer riesige Würfel und saugen ewig dran rum. Und die machen immer einen riesen Aufruhr, um hier irgendwie die Geister einzusaugen. Und ich nehme einfach nur mein Papierchen. Es könnte so einfach sein. Tja. Das sind halt die Profitricks. Okay, wo müssen wir hin? Ich schaue mal kurz auf die Karte. Wir sind hier. Unser Ziel ist hier. Ja, aber da kommen wir nicht hin, weil da ist Nebel. Und hier. Ah ja, da sind zwei Portale, die wir reinigen könnten. Und das machen wir jetzt gleich mal. Ist das noch nicht gereinigt? Das Gebiet sieht schon so freigelegt aus. Aber meinetwegen. Ah, wir könnten auch hier in die Richtung. Äh, ist egal. Egal. Reinigen wir alle Tore. Und nehmen mit, was wir kriegen auf dem Weg. Würde ich sagen. Ja, ist es schon. Schauen wir mal, wer das bewacht. Schauen wir mal, wer das bewirkt. Oh oh. Nicht gut. Wir schaffen das so. Ja, schnell. Ist ein bisschen schneller. Nein, wir sind im Todesnebel nicht gut. Kann ich mir nicht tun, ne? Okay. Alles gut. Sauberer Arbeit. Ach, das ist jetzt auch unsere Hauptmission. Wir sollen jetzt ja alle Tori reinigen. Ja, na dann. Das wird grinded, aber macht ja nix. Immerhin kann ich ein bisschen was... Oh, mehr Tanuki finden. Das ist auch gut. Kann ich da jetzt eigentlich... Kann ich da jetzt eigentlich, im Grunde... Da ist wohl etwas auf unserer Seite. Geistersicht Kette plus eins. Das ist immer gut. Oh, wartet mal. Da war was. Hier ist irgendwo was Seltenes, was Wertvolles. Dieses komische... Geräusch. Weckt man immer noch, wenn irgendwas Wichtiges in der Nähe ist. Ah, was haben wir denn da? Was zur Hölle ist das? Ähm, weiß ich auch nicht. Ein Ameno Habakiri. Nachbildung. Ein legendäres Schwert, das Susano laut der japanischen Mythologie benutzt haben soll, um Yamata no Orochi zu erschlagen. Ach. Was du nicht sagst. Warum höre ich hier so super creepy Geräusche? Ist hier irgendwas, das ich wissen sollte? Tengu Tengu. Na jo. Wie dem auch sei. Dann würde ich sagen... Gehen wir mal da hin. Und suchen den Schatz, der da ist. Oder ne, wisst ihr was? Schatzsuche müssen wir jetzt nicht im Stream machen. Schatzsuche mache ich dann vielleicht, äh, außerhalb vom Stream. Weil das, das kann manchmal dauern. Da läuft man manchmal einfach nur... Oh, da wäre eine Nebenquest. Da läuft man einfach nur stundenlang im gleichen Gebiet rum. Das ist nicht so spannend. Äh, kümmern wir uns jetzt mal um die Tore und schauen mal, dass wir die alle reinigen. Und... Die Collectibles mache ich dann einfach mal so. Zwischen den Streams. Aber, was auf dem Weg liegt, nehmen wir natürlich mit. Logisch. Hey, ich habe doch eigentlich ein sehr großes Herz. Hä? Verstehe ich nicht. Ich muss leider schnell kämpfen. Du hast es so gewollt. Komische fliegende Papierpuppe. Dankeschön. Danke schön, Volker Seder. Das hat 25 Monaten. Ein laut und freundliches Hallo von mir an die beste Community der Welt. Dankeschön. Freut mich. Und stimmt auch. Kann ich so bestätigen. So, da lang geht's. Kann man da stehen? Ja. Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir jetzt runterfallen oder ob man da stehen kann. Aber hat alles funktioniert. Aber hat alles funktioniert. Ich habe übrigens, wenn ihr meine ersten Streams schon gesehen habt zu dem Spiel, seitdem deutlich meine Einsauggeschwindigkeit erhöht. Meine Geister-Einsauggeschwindigkeit. Ach, wenn du nicht ausweichen kannst. Was wurde? Ach, da. Jetzt ist die blöderweise in die Nägel. Da kann ich nicht rein. Muss ich auch nicht. Ich kann ja reinschießen. Ich muss ja nicht reinlaufen. Oh, da unten ist ganz schön viel Besucheraktivität. Ah, da ist auch das Portal, das wir reinigen wollen. Deswegen. Ja, das macht natürlich dann Sinn. Dann schauen wir mal. Ganz schön viel, ja, relativ normale Gegner. Ich habe leider keine Feuermunition mehr. Ich habe noch... Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier Stealth-mäßig... Ah, vom Dach falle heimlich. Wie geplant. Und dann so ein bisschen hinter den Baum gehe. Vollen Crusader, danke schon für den Bit-Regen. Das Bit-Glas wird wieder ordentlich gefüllt. Vielen Dank. So, und jetzt werde ich dich mal wegstehren. Oh, oh. Dann werde ich dich nicht überstehen. Okay, warte mal. Zeit für unsere Super-Problem. Okay, für die Konzentration. Ich habe Spaß mit dir. Ich habe Spaß mit dir. Das war großzügig. Das war großzügig. Das sind schlechte Zeiten. Eine Schützenkette. Ich höre... Aber immer noch Gegner. In meinen Ohren. Ah, neue Nebenquest. Jawohl, die machen wir. Nebenquests sind immer gut. Oh, neuer Katzenhändler. Und da ist die Statue. Die holen wir uns jetzt auch schnell. Statuen sind wirklich immer gut. Oh. Super. Super. Und da versuchen die schon wieder Würfel zu klauen. Machen wir das auch schnell, wenn wir schon hier sind. Warum denn nicht? Wir haben ja nichts anderes vor heute eigentlich. Vor allem haben wir heute Zeit. So viele Gäste haben wir nicht eingeladen. Hat sich wohl rumgesprochen. Das sind ziemlich schlechte Neidigkeiten. Oh, komm schon. Nicht ausweichen. Die Munition ist wertvoll. Hört doch auf jetzt. Ah, nicht ausweichen. Ah ja. Ah ja, nee. Ah, war schon sehr gut. War ja gar nicht so schlimm. Dann saugen wir die Geister mal ein. Müssen wir nicht schön langsam mal... Doch, ja, doch. Naja, ein bisschen Budget haben wir noch. Aber schön langsam müssen wir mal wieder zu einer Telefonzelle und unsere Geister abgeben. Da draußen sind noch mehr. Wir müssen sie finden. So, wo ist jetzt diese Statue? Da unten irgendwo. Wassermunitionskapazität erhöht. Lass uns jetzt bloß nicht im Stich. Das bräuchte ich nicht unbedingt. Wassermunition ist lame. Was ist deine persönliche Meinung zu Ghostwire Tokyo? Stärken, Schwächen? Würdest du es empfehlen? Ja, ich habe es vorher schon gesagt. Also, ich finde, die Open World ist wirklich sehr generisch gestaltet. Die wäre schon in den 2000ern nicht mehr frisch gewesen. Und da hatten sie auch nicht viele gute Ideen, wie man die mit Content befüllen kann und so weiter. Also, die Open World ist nicht gut wirklich. Das Kampfsystem erfüllt sein. Zweck, das passt schon. Das kann man machen. Ist jetzt aber auch nicht so, dass es irgendwie super viel Spaß macht oder super motivierend ist, die Kämpfe. Aber das Design der Welt, die Lore dahinter, diese moderne japanische Mythologie-Vermischung quasi, die vielen Hintergrundinformationen, die man zur japanischen Kultur und zur japanischen Mythologie kriegt und überhaupt so die Gestaltung des Spiels, was das angeht, ist sehr gut. Das gefällt mir total gut. Das ist sehr sympathisch. Ich finde, die Nebenquests sind schön gemacht. Weil in den Nebenquests erfährt man eigentlich fast, fast in jeder Quest erfährt man was über eine neue japanische mythologische Gestalt und trifft die dann auch. Und auch nach vielen Stunden trifft man dann in den Nebenquests noch irgendwas Neues, das man vorher noch nie gesehen hat. Das ist sehr schön gemacht. Und so die Hauptstory, die kleinen Dialoge zwischen der Hauptfigur und Keikei, dem Geist, der in seinem Kopf wohnt und so, das ist auch alles wirklich nett. Also insgesamt ist mir das Spiel sehr sympathisch. Ich würde nur nicht sagen, es ist wirklich gut. Es ist ein, man muss es mögen Spiel. Ich glaube, wenn einem so dieser Stil gefällt, diese japanische Kultur und diese japanischen Legenden gefallen und wenn man sich da wirklich so ein bisschen, also man lernt durchaus auch ein bisschen was in dem Spiel, wenn man sich dafür interessiert und wenn einem das sympathisch ist, dann ist es schon ein ziemlich cooles Spiel. Aber es ist jetzt vielleicht nicht das super, das große, neue, nächste Open-World-Spiel, auf das man gewartet hat. So, wohin nun? Dahin nun, würde ich sagen. Oder wisst ihr was, wenn wir schon hier sind, gehen wir mal zu dem Uni. Diese Uni-Missionen sind immer relativ easy. Wahrscheinlich ist der irgendwo in einer Seitengasse, dann kommen irgendwelche Wesen, die ihn verprügeln wollen, dann verprügeln wir die Wesen, dann sagt der Uni, Danke, dass du die Wesen verprügelt hast. Und dann stirbt er. Ja, wirklich, dann platzt er und gibt uns seinen Energiekern oder sowas. So wird's laufen. Der Hund, da! Ah ja, genau. Der Hund gibt uns jetzt, dann zeigt uns dann erstmal, wo der Uni ist. Ja, man hört die ganze Zeit, die Soundkulisse in der Stadt. Man hört die ganze Zeit miauen, Hundebällen oder diese komischen fliegenden Geisterwiesen in der Luft und krähen. Weißt du, wo wir einen Uni finden könnten? Klar, aber kann ich erst ein paar Leckerlis? Ja, natürlich. Geben wir dem Hund. Kibidango. Leckerschmecker. Folgt mir. Ich zeige euch, wo der Uni ist. Ganz schön bestechlich, der Hund. Was ist denn, wenn ich dem Uni Böses wollen würde? Der wird den Uni eiskalt ins Messer laufen lassen. Nur für ein bisschen Unidango. Chibidango. Was auch immer. Und jetzt, wo ist er? Hier ist er. Ich ruf ihn für euch. Der Hund spürt bestimmt, dass wir zu viel Spür. Was machen die Viecher denn hier? Ah, ah. Er schützt den Hund. Armer Hund. Ich beschütz dich. Keine Sorge. Hey! Oh oh. Ich mach mal ganz lang was essen. Oh oh. Oh, oh, oh. Das wäre dann geschafft. Wir brauchen den Hund für den Oni. Na, krass. Sieht aus, als wären wir jetzt sicher. Gehabt meinen Dank für eure Hilfe. Und tot. Dankeschön, Oni, dass du dein Leben geopfert hast. Pass gut darauf auf. Dass ich meine Attribute ein bisschen höher leveln kann. Das ist nett von ihm. Earth Freedom, dankeschön fürs Subscriben. Super nett von dir. Freut mich wirklich total. Oh, den machen wir kaputt. Nein, nicht umdrehen. Ich bin froh, dass wir hier sind. Dreht der sich einfach um. Ich wollte den so schön Stealth killen. Und dann sowas. Okay, nächstes Portal. Das ist jetzt wirklich in der Hauptstory gerade ein bisschen doof. Da wollten sie das Spiel, glaube ich, so ein bisschen in die Länge strecken. Dass man jetzt alle diese Portale auf der Karte reinigen muss. Aber ist ja auch okay. Ich finde es nicht schlimm oder so, aber... Bringen wir mal, geben wir mal die Geiste ab. Das gibt ordentlich Kunde und Erfahrungspunkte. Ganz ehrlich, ich bin ziemlich platt. Erstaunlich, dass du so viele Seelen retten konntest. Es bringt mich zum Weinen. Meist vor Freude. Na dann. Sehr schön. Stufe 37. Wir haben jetzt 30 Fertigkeitspunkte. Könnten wir vielleicht schon wieder irgendwas lernen. Zum Beispiel Einklang Dauer erhöhen. Könnte man, könnte man. Ne, will ich nicht. Blocken. Pff. Ah, endlich, genau. Gegner im Liegen töten. Das lernen wir jetzt. Weil ich denke immer, das kann ich schon. Und bin dann immer total verwirrt, dass es nicht funktioniert. Achso, ne, warte mal. Das ist gar nicht das Gegner im Liegen töten. Das ist das Gegner im Liegen töten. Und ich kann das schon. Irgendwie funktioniert es nicht. Aber jetzt machen wir Gegner im Liegen auch noch irgendwie doppelten Schaden. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Sobald Gegner am Boden liegen, sind sie tot. Und Schluss. Und wir, genau. Nutze es weise, Kleiner. Was denn? Geister saugen, Geister saugen. Ich würde so gerne Geister saugen. Na, komm her. Den zuzeln wir auch noch weg. Also ich muss schon sagen, auf meiner, auf meiner beste Geisterjägergergeräte der Geschichteliste ist dieses Papierschnipselchen jetzt nicht unbedingt in der Top Ten. Andererseits fallen mir überhaupt zehn Geisterbekämpfungsutensilien ein. Insofern ist es vielleicht doch in der Top Ten. Wie viel gibt es denn? Wie viel kriegen wir denn zusammen? Es gibt natürlich das Equipment der Ghostbusters. Man kann von mir jetzt auch zwischen Photonpäckchen und Geisterfalle nochmal unterscheiden. Okay, dann haben wir zwei. Dann Luigi's Mansion. Der Staubsauger von Luigi. Der Schreckweg 0815. Okay, dann sind wir bei drei Geisterutensilien. Geister-Weckmach-Utensilien. Jetzt hier die Papierschnipselchen. Vier. Mehr fallen mir gar nicht ein. Fallen euch noch mehr Geister, so typische Geister-Entfernungs-Utensilien ein. Aus der Popkultur. Ich meine, man könnte, wenn man dann an Supernatural denkt, da gibt es wahrscheinlich einiges. Salz zum Beispiel. Aber das ist lame. Aber von mir aus. Ein Karakasa-Kuzo. Ein Karakasa-Kuzo. Ich glaube, ich muss mich an den... Wie war das Blatt noch? Ich glaube, den muss ich schleichend verfolgen, bis er müde wird oder so. Schön leise. Schnell. Und weg ist er. Sorry, wir müssen uns deine Kraft ausleihen. Genau. Die Ziehkraft aus Mob Psycho 100, das stimmt. Die gehört auch auf die Liste. Ist cool. Oh, ich habe gerade schon wieder dieses Geräusch gehört. Dieses hier ist irgendwo irgendwas besonderes Geräusch. Aha. Da ist schon vorliegt. Aber kein wertvoller Superschatz. Pappbecher sind es auch nicht. Aber ich glaube, ziehen kriegen wir nicht zusammen, oder? Insofern ist dieses Papierzettelchen offensichtlich schon in meiner Top Ten. Okay. Ich nehme alles zurück. Ist in meiner Top Ten der besten Geisterbekämpfungs-Utensilien. Aber wo ist dieser Schatz, den wir suchen? Oh, ich weiß nicht, aber da oben ist irgendwie... Da sind Geistergegner. Ich mache die Leute kaputt. Wir sind zu weit weg. Da müssen wir näher ran. Oh, da ist so einer aufgehört. Zum Günstigen. Ich habe so einen kleinen Sattbock gekämpft. Ich habe so einen Kissen gemacht. Ich habe so einen Kissen gemacht. Na gut. Das hätten wir. Und weiter. Ein Priester ist der Klassiker und hilft auch gegen Dämonen. Ja, aber sind Dämonen Geister? Ich würde da differenzieren. So eine Dämonenaustreibung, so ein Exorzismus, das ist für mich kein Geisterbekämpfungs-Utensil. Das ist ein Dämonen-Bekämpfungs-Utensil. Schon irgendwie sehr klassisch, oder? Das ist ja immer so eine Dämonen-Besessenheit und keine Geisterbesessenheit, oder? Oder sehe ich das zu streng? Ich würde da jetzt schon differenzieren. Weihwasser, da denke ich auch eher an Vampire und nicht so an Geister. Salz ist für mich so etwas typisches Geister-Austreibiges. Wenn schon denn schon. Wenn wir hier die ultimative Geisterbekämpfungsmittel-Liste erstellen wollen, dann müssen wir aber auch sehr korrekt sein. Sonst kommt sofort die Geisterbekämpfungs-Community und sagt na, 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 na und zerreißt uns die Liste. Dann sehen wir blöd aus. Ach ja. Ich meine, es gibt ja auch in Wirklichkeit so Geister, so Ghost-Hunter, die dann an irgendwelche alten, verlassenden Gebäude gehen und da mit den Geistern kommunizieren, mit ihrem Portal und so weiter. Aber die haben ja immer nur so Kommunikations- und Aufspürungsgeräte, aber die bekämpfen die ja nicht. Oh, was ist denn da unten los? Da ist ein ganz schöner, ganz schöner Ansturm. Ich kann nicht tiefer zielen als so. Ich hasse das, wenn First-Person-Suite das macht. Ich finde, das zählt als Headshot. Wenn die keinen Kopf haben, kann ich ja nichts dafür. Nein! Come on! Das funktioniert. Ich habe das noch nie getestet. Aber so aus von den Dächern mit dem Bogen wegsnipen funktioniert besser, als ich dachte. Okay, keine Pfeile mehr, aber ich glaube, das war eine ganz gute Eröffnung. Jetzt gehe ich runter in den Nahkampf. Boah! Bist du in der Fall? Tja, naja. Also, irgendwie funktionieren diese Bodenfinisher, die ich angeblich können soll, nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich irgendwas falsch oder so. Aber sind Dämonen nicht böse Geister? Wir können immer noch ein paar mehr werden. Ich finde... Ich finde Geister... So, von meinem Gefühl her... Sind so tote Menschen einfach. Und Dämonen sind so Wesen, die in der Hölle wohnen. Und die da schon immer gewohnt haben. Die nie Menschen waren. Oder vielleicht mal Menschen waren. Aber jetzt keine mehr sind. Sondern jetzt sind sie Dämonen. So würde ich das definieren. Ich gebe mal die Geister, die wir haben, ab. Auf jeden Fall. Zählt ein toller Geister als Dämon oder als Geist? Ich würde sagen, ein Geist. Weil er heißt Geist. Hallo, Hund. Ich gebe dir mal was zu essen. Jetzt haben wir Zeit für ein paar neue Kombis. Probier mal. Auch ein Kumpel. Ich habe nicht mehr... Ich muss mal wieder Hundefutter kaufen. Ich habe gar nicht mehr viel Hundefutter. Ich fütter die Hunde. War schön langsam. Wenn ich mit dem Spiel fertig bin, sind alle Hunde in dieser Stadt super fett. Wenn die Menschen wiederkommen, dann liegen ihre Hunde alle auf dem Boden und können mit dem Pfoten den Boden nicht mehr berühren vor lauter Bauch. Tja, und jetzt Hund. Hast du die Fährte verloren? Oder... Hast du einen Plan? Oder... Ah, okay, ja. Ah, ich habe einen Tanuki gefunden. Ich finde das lustig, dass überall diese Objekte mit Tanuki-Schwänzen rumstehen. Daran erkennt man sie. Ein Bürostuhl im Wald. Ich habe mich schon gewundert. Und dann habe ich es wedeln sehen. Aua. Oh, was habe ich denn gemacht? Entschuldigung. Warum müssen sie mich ständig auf mich setzen? Echt jedes verdammte Mal. Ihr seid alle so schwer. Dafür bekomme ich kaum Luft. Ich bin völlig fertig. Ich muss mich erstmal ausruhen. Ja, du solltest das nächste Mal ein besseres Versteck dir suchen vielleicht. Und... Du hast doch schon Essen bekommen. Okay. Dann gehen wir jetzt zu dem Portal hier. Das Portal. Aber erst gehen wir mal zu den... Okudama. Was ist das gleich nochmal? Weiß ich nicht mehr. Na, gehen wir mal hin. Liegt auf den Weg. So eine kleine Mikromission. Wollen wir mal. Wir müssen das Kudama retten. Ähm, hallo? Geht nach. Geht nach. Wir müssen das Kudama retten. Ich stecke ein bisschen in der Klemme. Geht schon wieder. Entklemmen. Wir haben das Kudama gerettet. Fantastisch. Fantastisch, Kudama. Ihr habt mich gerettet. Danke. Nehmen wir seine Kraft an uns. Ist aber nicht nett. Naja, ich schätze, er ist cool damit. Der Kudama. Ach guck, und da oben ist gleich ein Schrein, bei dem ich noch nicht war. Das ist nice. Mehr Windmunition. Und Geisterhaufen. Möge er über uns wachen. Ich könnte mehr gebrauchen. Geisterhaufen über Geisterhaufen. Und ein Zeltplatz. Eher ein Müllplatz. Beides vielleicht. Ein zeltender Müllplatz. So, da ist eine Nebenmission. Das träumende, das träumende Juwel. Hm. Da gehen wir hin. Vorerst holen wir noch schnell die Geister dahinten. Diese ganzen Sammelgegenstände, ey. Ah. Ich kann sie nicht liegen lassen, aber eigentlich will ich sie auch nicht sammeln. Furchtbar, was das mit mir macht, psychologisch. Ich bin nicht Herr meiner selbst. Das wird harte Arbeit, jeden Einzelnen zu retten. Ja. Ja. Aber sowas von. Ah, okay. Aber Zeit. 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 Bleibt einfach weg von mir. Laut Wiki sind Dämonengeister. Hm. Laut welchem Wiki? Wikipedia? Oder laut einem Extra-Geister-Wiki? Hahaha. Na gut, okay. Von mir aus sind Dämonengeister. Ist okay. Dann können wir von mir aus auch Kreuze und Weihwasser. Und. Ja, keine Ahnung. Wie will Zitate zur Geisterbekämpfung zählen? Ah, das ist für mich schon ein Farstretch, muss ich sagen. Das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich bin sehr anti, dass wir Dämonen und Geister auf einen Haufen werfen. Aber meinetwegen. Ist okay. Die älteste Geisterbekämpfungsmittel, das älteste, darf nicht fehlen. Das Feuer. Wirklich? War das ein Geisterbekämpfungsmittel? Oder ist das eins? Die Bettdecke. Die Bettdecke ist gut. Und der Schlüssel vom Schrank. Hm. Die Bettdecke finde ich sehr gut. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Dieser Diamant hier muss eine bewegte Vergangenheit gehabt haben. Aber die Bettdecke ist doch eher ein Schutzmechanismus, dass man sich vor Geister beschützen kann. Aber nicht unbedingt ein Bekämpfungsmittel. Oder? Wenn man einen Secondhand-Laden hat, findet man haufenweise Zeugs mit einer Vergangenheit. Tja, so wurde ich von diesem Diamanten verflucht. Und hier bin ich nun. Ich kann nicht mal in Frieden ruhen. Also, wo ist dieser Diamant? Ich habe ihn völlig blauäugig verkauft. Die Käuferin kam auf dem Heimweg bei einem Unfall ums Leben. Der Diamant wurde angeblich an ihrem Grab niedergelegt. Er ist in einem Grab? Ah, das verdirbt den ganzen verdammten Friedhof. Was passiert, wenn er verderbt ist? Noch viel mehr Seelen, die nicht weiterziehen können. Genau wie Sie. Könnt ihr denn nichts unternehmen? Ihr müsst diesen Diamanten finden und reinigen. Bitte. Ah, es wird immer besser und besser. Wir können es nicht ignorieren. Na, dann machen wir das. Der beste Angriff ist die Verteidigung. Na gut, dagegen kann ich nichts sagen. Dann zählen Bettdecken definitiv. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Ah, voll, Crusader. Man muss den Geist verbrennen. Ja, ja, genau. Also, man muss verbrennen, was den Geist im Diesseits hält. Ja, 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 ja. Ich verstehe jetzt, was du meinst. Feuer als Geisterbekämpfungsmittel. Das sehe ich ein. Das ist sehr gut. Ah, hier ist das Samurai-Sterne. Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Das sind Shuriken. Scharfe Wurfwaffen, die durch Ninjas berühmt wurden. Und da unten sind ganz schön viele Geister. Die werden jetzt mal alle erschienen. Ich bin sicher, wo sie von der Verderbnis an sich ankommen. Hier haben wir auch eine sehr gute Zeit. Es werden funktionieren. Gleich mal, gleich mal nach dem Mampfen den Superschuss abkriegen. Okay, aber jetzt. Das waren alle. Die Krähen spielen verrückt. Könnten vom Diamanten angezogen werden. Das muss es sein. Da ist er. Jetzt reinigen wir ihn. Gereinigt. Er ist gereinigt, aber es könnte wieder passieren. Wir sollten ihn loswerden. Er wird uns doch nicht verfluchen, oder? Nein! Nehmt meinen Schatz nicht weg! Jetzt wissen wir, wem der Diamant gehört. Er hat dich umgebracht. Du musst ihn loslassen. Er versteht nicht. Ich kann mit Juwelen sprechen. Ihm war im Laden langweilig. Er hat darauf gewartet, dass ich ihn rette. Kein Egelstein ist von Natur aus verflucht. Sie resonieren nur sehr gut mit menschlichen Emotionen. Gier und Neid der Menschen verderben sie. Ich überlasse ihm nicht erneut der Vertrappnis versprochen. Lass mich einfach um meinen Schatz aufpassen. Hm. Du bist wohl die Beste für diese Aufgabe. Denke, du kannst ihn behalten. Danke für euer Verständnis. Solange ihr bei mir ist, bin ich nie allein. Mit diesem Ende hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Ich auch nicht. Aber immerhin kann sie jetzt in Frieden ruhen. Das ist auch so was Komisches. Das machen aber viele Spiele. Gerade so Open-World-Spiele, die mit dem Belohnungssystem irgendwie durcheinander kommen. Weil wenn ich so Sidequests mache, kriege ich dafür in der Regel Geld und oder Erfahrung als Belohnung. Direkt auf mein Konto überwiesen. Und gleichzeitig erscheinen dann immer noch ein paar Geister, die ich dann einsaugen kann, damit ich sie dann gegen noch mehr Geld und noch mehr Erfahrung tauschen kann. Und dieser Zwischenschritt der Geister ist einfach total unnötig. Gib mir halt einfach das Geld und die Erfahrung gleich. Wenn du mir eh schon Geld und Erfahrung gibst. Warum wird denn ein Teil davon? So hier, 50% kriegst du bar und 50% kriegst du als Geister. Die musst du dir später an der Telefonzelle einlösen. Und warum? Aber na schön. Oh, neue Nebenquest. Die Maske. Dann schauen wir mal. Ups. Was die Maske so für uns bereithält. Oh, da ist ein Gammelbaum. Wo Gammelbäume sind, da sind Monster nicht weit. Da rein, Akito. Oh, die haben mich schon gesehen, bevor ihr kommt. Na dann, los geht's. Und das jetzt endlich? Museum. Oh? Be faith ist nicht? geht. Werd nicht übermütig. Wir können immer noch ein paar mehr retten. Ach, da ist irgend so ein Tuch drüber. Ich dachte mir gerade, das Auto hat aber eine seltsame Textur. Aber jetzt erkenne ich es. Sieht aber trotzdem komisch aus. Mehr Geister einsaugen. Wie geht es euch denn in so Open-World-Spielen mit so Collectibles? Seid ihr da jemand, der die einfach liegen lässt und sich einfach aufs Hauptspiel konzentriert? Oder müsst ihr auch, so wie ich, fast schon zwanghaft alles sammeln, was irgendwie rumliegt? Weil man weiß ja nie. Vielleicht braucht man es noch. Wie zum Beispiel diesen diesen Axolotls. Axo-Axolotls. Axolotl. Äh, man weiß ja nie, wann man mal so ein Modell eines Axolotls mal braucht. Kommt doch ein! Okay, dann kämpfen wir erst. Ja! 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 Jähr, ich fühle euch, ich fühle euch. Und dannUB dabeiaper, ja! Ich treine Zette. Okay. Bei Ghost of Tsushima waren die Collectibles ganz gut. Manche aber gemacht, aber ansonsten, nee, nicht so. Okay. Ich bin Open-World-Monk. Man kann es sammeln. Muss ich haben. Ja, ja, genau. Ich verstehe. So geht es mir auch. Am liebsten... Es gibt so Kleinigkeiten, wie dass diese Objekte hier, die man zerstören kann, damit man Munition kriegt quasi, oder auch diese Geldtöpfe, die spawnen immer wieder. Und sowas nervt mich. Weil wenn schon, dann will ich die gesamte Open-World sauber putzen. Dass da nix mehr ist. Kein Essensgegenstand, kein Munitionsgegenstand, kein Geldgegenstand, keine Geister, keine Sammelgegenstände. Alles muss picobello leergeräumt sein. Wenn dann so Sachen respawnen, passt mir das immer gar nicht. Ich mag das auch in den Bethesda-Rollenspielen überhaupt nicht, dass Sachen sich resetten nach einer gewissen Zeit. Wenn ich so ein Raiderlager ausgeräumt habe, dann hat das ausgeräumt zu bleiben. Ich hab dann... Ich möchte... Ich möchte in Fallout die gesamte Fallout-Welt in meine kleinen Kisten in meiner Basis einsortieren. Ich hasse Collectibles. Ich kann das voll verstehen. Collectibles sind auch eigentlich ein Armutszeugnis für eine Open-World. Das ist im Grunde total schlechtes oder sehr einfallsloses Gamedesign. Gute, gute Open-Worlds haben eine wertige Belohnung fürs Erkunden. Und nicht einfach nur irgendwas, von dem du 10.000 sammeln kannst, damit du Level kriegst oder Geld kriegst, das du eh nicht mehr brauchst. So wie es eigentlich bei sehr vielen Open-World-Spielen der Fall ist. Warum sind sie hier dann noch weg? Aber eigentlich heißt es immer nur, dass die Entwickler und Entwicklerinnen eigentlich keine Ideen für eine Open-World hatten. Die wollten nur unbedingt eine machen und dann werden halt Collectibles reingestopft ohne Ende. Wir haben diesen Diamanten schon gereinigt. Und ich danke dir dafür. Aber ich kann trotzdem noch nicht weiterziehen. Haben Sie noch mehr dubioses Zeug im Angebot? Jetzt, da du es erwähnst, ich habe zwei Masken verkauft. Ich hatte zwei Masken, eine männliche, eine weibliche. Der Mann, der sie mir verkaufte, sagte etwas Seltsames. Diese Masken sollten Glück bringen, solange sie zusammen sind. Aber sie dürften niemals getrennt werden. Und Sie haben sie getrennt verkauft? Nun, ich hatte zwei Kunden und beide wollten eine Maske. Muss mit diesen Masken zu tun haben. Der ursprüngliche Besitzer könnte was wissen. Versuchen wir's. Versuchen wir's. Und auf magische Art und Weise wissen wir, wo wir hin müssen, obwohl wir keine Wegbeschreibung oder irgendwas bekommen haben. Ah ja! Hau doch das Auto! Wir brauchen Munition. Achso, da lang müssen wir. Da hinten ist er wahrscheinlich, oder? Der ursprüngliche Besitzer. Hallo, ursprüngliche Besitzer. Oh-oh. 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 Unglaublich, dass er die Masken getrennt hat. Hey, wegen der Masken, die Sie verkauft haben. Gibt es irgendwas Besonderes, das wir über Sie wissen sollten? Vor langer Zeit weckten ein Mann und eine Frau. Sie trunken diese Masken, um bei Ihren geheimen Treffen unerkannt zu bleiben. Aber als Ihre Eltern sie zusammen entdeckten, wurden sie voneinander gerissen. Sie tauschten ihre Masken und versprachen sich, dass sie im Jenseits wieder vereint sein würden. Wir müssen also die zwei Masken finden und sie wieder zusammenbringen. Soweit ich weiß, kommt die Dame mit der Frauenmaske aus dieser Gegend. Ich danke euch für eure Hilfe. Okay, schauen wir mal. Ja, ich meine, es wird immer viel über die Ubisoft-Formel geschimpft. Und ich meine, das ist ja auch ein Musterbeispiel für eine uninspirierte Open World. Aber ich finde auch, dass die sich eigentlich mit Origins und Valhalla ein bisschen selber von ihrer eigenen Ubisoft-Formel so losgesagt haben. Oder die wenigstens so ein bisschen erweitert haben. Die haben sich so ein bisschen Inspiration von Breath of the Wild geholt. Und das ist auch echt gut so. Genau, und Elden Ring, weil du es gerade schreibst vor dem Crusader, ist natürlich das Musterbeispiel für eine gelungene Open World. Weil da halt wirklich jede Belohnung einen echten Wert hat. Jedes Collectible. Also was in einem anderen Spiel ein Collectible wäre, ist halt in Elden Ring eine Waffe oder ein Ausrüstungsgegenstand. Irgendwas wirklich Wertvolles. Natürlich liegen überall trotzdem halt Pilze und Crafting-Materialien rum. An dem Crafting-Zeug ist Elden Ring auch nicht vorbeigekommen. Aber in jedem Dungeon und in jedem interessanten Gebiet und überall, wo was Interessantes sein könnte, da ist auch was Interessantes. Und zwar wirklich was Wertiges. Das ist schon, das ist schon sehr gut. Diese Maske, es ist grauenvoll. Hey, was ist mit der Maske passiert? Diese Maske ist verflucht. Aus ihr drüben Schreie einer Frau. Sie schrie, lasst mich zu ihm. Und dann war ich tot und ich weiß nicht. Weißt du, wo die Maske jetzt ist? Ich hab das unheimliche Ding in meinen Schuppen geworfen. Bleibt weg davon, sie ist verflucht. Keine Sorge, ihm fällt schon was ein. Das sagst du so leicht. Ghost of Tsushima habe ich leider noch nicht gespielt. Das, ähm, das sagen zwar alle, dass das super ist und ich glaub's nicht, aber irgendwie reizt es mich nicht. Keine Ahnung. Bitte, lass mich zu ihm. Hä? Die Maske kann sprechen? Irgendwie spricht's mich nicht an. Das war's wohl. Aber irgendwann werde ich das nachholen. Da! Das muss sie sein. Warte, fass sie nicht an! Oh-oh, jetzt sind wir die Jim-Carry-Maske, oder? Ich fliege sie nicht runter. Oh nein, sie saugt uns die Energie aus. Sie wird uns noch umbringen. Schnell, finde die andere Maske. Nur so lässt sich der Fluch brechen. Ja, ich verstehe. Die andere Maske ist hier und ich kann nicht schnell reißen. Jetzt kommen überall Gegner. Lass mich zu ihm! Na, fass! Ruhe! Wir bringen dich zu ihm! Es reicht! Lass mich in mir! Wisst ihr was? Warum? Ich muss eigentlich gar nicht gegen die kämpfen, oder? Das lässt ja einfach stehen. Okay, ich schätze, hier muss ich kämpfen. Jetzt sind wir am Ziel. Da sind ganz viele Schulmädchen. Oh, ich werde hier niedergekommen, Boot. Na. Jetzt komm schon, sonst stirbt die nicht. Na, also, jetzt hat mal so ein Bodenfinisher funktioniert. Jetzt mach die beiden Herren her. Okay, dann haben wir's wahrscheinlich. Von Crusader, Dankeschön für die Bitch-Überschwemmung oder so. Da ist sie. Verdammt, dass zwei billige Masken uns fast den Rest geben. Ihr einziger Wunsch war es, endlich zusammen zu sein. Ihr habt die Masken wieder vereint? Großartig, jetzt kann ich in Fliegen ruhen. Ich spende mal wieder. Ich möchte das teuerste Sushi der Welt essen. Wow, Kleiner. Was kommt als nächstes? Willst du eine Tonne Kaviar kaufen? Bei Just Cause hätte ich mir echt so gewünscht, dass die die Umgebungszerstörung einfach nochmal hochdrehen. Ich fand den dritten Teil eigentlich echt cool und der hat mir echt Spaß gemacht. Und eigentlich wäre mein einziger Wunsch für den vierten Teil gewesen, dass ich einfach noch mehr zerstören kann. Jedes Gebäude muss kaputt sein. Gerne auch irgendeine Terraforming-Engine-Technologie, damit Löcher im Boden entstehen und einfach Straßen weggeputzt werden. So richtig schöne Zerstörung. Das wäre cool gewesen. Aber leider, leider nicht. Danke. Endlich kann ich weiterziehen. Es war gut, dass wir die zwei Masken wieder vereint haben. Das Glück wird euch beiden gnädig sein. Ja, eben, genau, ne? Die haben das nicht nur ausgebaut. Ich habe auch, also, ich kann es nicht beweisen. Die Heldursache ist echt harte Arbeit. Aber gefühlt hat der vierte sogar noch weniger zerstörbare Objekte als der dritte. Fand ich auch irgendwie sehr schade. Das hätte, finde ich, als so total bescheuerte, over-the-top Destruction-Sandkasten super viel Potenzial gehabt, das Spiel. Hätte ich gerne gemocht. So ein bisschen wie in Red Faction, zum Beispiel. Ja, ich verstehe schon von der Story her. Es ist natürlich doof, wenn man Zivilgebäude abreißt, okay. Aber man könnte das Setting ja auch in ein, in ein, äh, riesige Monster-Militär-Basis verlegen oder so. Ich glaube, an dem wird es nicht scheitern. Aber naja. Nein, ich wollte nicht runterfallen. Ich wollte hochfallen. Dankeschön für die Bits vollen Crusader. Ja, das Bit-Glas wird heute wieder gesprengt. Sehr schön. Ich mag den Bit-Regen. Jetzt habe ich unseren Ghost-Hunter-Namen. R-U-F-Rainbow-Unicorn-Force. Warum nicht? Okay. Warum kleben eigentlich so viele Geister auf den Dächern von Tokio? Was ist, was ist los? Oh, das ist jetzt, wo ich drüber nachdenken könnte, dass eine sehr düstere Konnotation haben, die Antwort auf diese Frage. Naja. Ja, hallo, Carter. Er bringt dich um. Oh, Carter. Ich bin leider gerade... Ersehentlich. Zu weit gegangen. Ja, ich muss kurz meinen Kater streicheln. Hallöchen. Ja. So, weiter geht's. Ja. 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 Oh, okay, das ist einfach so schön. Au. Hau doch ab jetzt. Kannst du laut sein. Vielen Dank, Ludwig, für die Bits. Super nett von dir. Riesen-Glas-Explosion. Habe ich leider nicht gesehen, aber muss eine gewesen sein. Freut mich sehr. Okay, keine Munition mehr. Das ist schlecht. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Oh, jetzt ist es mir wirklich schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. In der Situation war ich noch nicht. Munition sammeln, würde ich sagen. Ja, genau. Gleich in die nächste Gegnergruppe rein. Beim Munition sammeln. Sehr gut. Danke schön, das war ein. Für das Katerchen. Dankeschön. Ich richte es ihm aus. Gibt es heute extra Leckerlis für ihn. Für alle 300. Das geht ja so. Ach ja. Keine Ahnung. Und das. Nein. Das hat wirklich... Ich fühle mich jetzt noch stärker. Das war eher ein Scherz, weil diese Nahkampfankreise sind gegen Gegner eigentlich super schwach. Die machen kaum Schaden. Wahrscheinlich so viel wie ein einzelner Windstoß. Und das war jetzt wirklich genau das, was noch gefehlt hat. Sehr schön. Das ist cool. Oh, ein Hypetrain nähert sich. Sehe ich gerade. Aber wir haben kein Hypetrain. Ich dachte, im ersten Moment ist... Wir haben schon einen Hypetrain. Aber stimmt doch gar nicht. Er nähert sich nur. Dankeschön nochmal. Jetzt, wo der Kampf vorbei ist. Ludwig und Fallen Crusader. Die vielen Bits heute. Super cool. Ja, hallo, Carter. Geben wir mal die Geister ab. Okay. Wohin als nächstes? Oh! Ludwig, danke schön fürs Abo-Verschenken an alle. Da gibt es eine große Spendenglas-Explosion. Guckt euch das an. Die Abo-Batzen fliegen rein. Die Apokalypse! Und Fallen Crusader macht mit. Dankeschön für die Bits. Der Hypetrain nähert sich. Aber man sieht nicht, was noch... Wie nahe man dem Hypetrain ist, ne? Ich hab diese Hypetrains nie so ganz verstanden. Auf einmal kommen die manchmal... Manchmal nicht. Man versteht's nicht. Aber er nähert sich immer noch. So, und wir... Ups. ... nähern uns jetzt mal währenddessen... Ach so, ich hab das Portal hier noch gar nicht gereinigt. Deswegen bin ich ja eigentlich gekommen. Na dann. Hab ich ganz vergessen vor lauter Kämpfen. Ich hab mich schon bewundert. Hast du richtig gebetet? Natürlich. Die Katerkalypse bricht aus. Wartet mal kurz. Ich hab mich leider für heute nicht schick gemacht. Deswegen ist die Kamera nicht an. Aber ich kann vielleicht mal... Uh. Inception. Oh nein! Jetzt hat der Kater ein Kabel rausgezogen hinterm Fernseher. Ah, hinterm Bildschirm. Moment. Moment. Da ist er da gerne. Nein, man sieht ihn schlecht, ne? Es ist irgendwie... Es ist irgendwie zu dunkel hier drin. The darkness. Ist vielleicht auch besser so, dann seht ihr die Unordnung nicht. Das ist wahrscheinlich nur... ... weil der Bildschirm so hell ist. Ihr Katerchen. Ha. Ah. Ja, er hat die Kamera sehr lieb. Ja. Okay. Genug. Leverage Project. Gedenkkamera-Führung hier. Ha. Du musst jetzt echt weggehen. Ich seh nix mehr. Ich hab's geschafft. Er geht freiwillig. Genug mit der Kamera gekuschelt. So. Hallo, Embril. Wie geht's? Äh, wo waren wir stehen geblieben? 100 Bits für den Kater. Dankeschön, vollen Crusader. Willst das Chaos sehen? Weißt du was von mir aus? Ich muss mal für andere Lichtverhältnisse hier drin sorgen. und gucken, ob irgendwo Sachen sind, die man nicht sehen sollte. Aber ich glaub, das passt schon. Dann zeig ich euch das Chaos mal. Moment. 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 Genau. Moment. Ihr seid offen. So. Jetzt passt auf. Ich versuch mal, wie weit ich mit der Kamera weg kann. Erkennt man was? Schwierig, ne? Bei den Lichtverhältnissen. Das ist irgendwie immer noch komisch. Ich glaube, die Kamera ist einfach falsch eingestellt. Da ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, es ist zu viel... zu viel... Dingsi drauf. Wie nennt man das? Hell- und Dunkelbereich. Kontrast, genau. Kontrast zu viel. Das ist, glaube ich, das Problem. Volker, Zelda, danke schön. Und da sind die Katzen. Gerade sogar alle drei im Bild. Auf dem Sessel sitzt noch einer. Oh, oh, da gibt es gleich Ärger bei den beiden. Oh, oh. Zelda und Ganon, jetzt geht es los. Jetzt die Einsätze. Er gewinnt die Schlacht des Jahrhunderts. Zelda, hallo. Und da? Wartet mal. Oh. Liegt der Link hier und pennt. Werden die beiden Schläger an. Dem ist alles wurscht. Ja, hallo. Ah. Jetzt schweig. So. Ich nenne das kein Chaos. Ja, es ist halt so ein normaler Kabelsalat und ein paar Zettel und Controller und so weiter. Es ist jetzt nicht super schlimm. Da hinten eher ein bisschen. Da liegen Katzenleckerlis und Katzentabletten und alles mögliche. Aber es geht eigentlich, ne? So schlimm ist es nicht. Zelda gewinnt. Ja, die liefern sich schon immer. Es geht meist, also, gemischt, meine ich. Mal gewinnt Ganon, mal gewinnt Zelda. Aber immer wieder geraten die zwei aneinander. Wie ist ihre Namen schon quasi, ne? Implizieren würden. Okay. Weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ich hab das Tor gereinigt. Genau. Und jetzt könnten wir hier das da machen. Und zu der Steu... Ah, ne? Nebenquest. Die machen wir auch. Aber jetzt gehen wir mal kurz zu der Collectible Geisterquest. Und holen schnell die hundert Geister, die da auf dem Friedhof rumliegen. Ordnend. Das ist auch so ne komische Mechanik, dass ich manchmal, bevor ich die Geister einsaugen kann, ihre Qualen entfernen muss. Das macht das Geisteranzeigen nur... Geister einsaugen nur noch nerviger. Gut. Komm, helfen wir doch mehr von denen. Blöd. Machen wir. Aber erst... Schauen wir mal, was hier los ist. Schon wieder so ein Baumgeist, tatsächlich. Schon wieder so ein Baumgeist. Wir müssen das Kodama retten. Genki Kodama, oder so. Retten wir. Okay. Ich hab grad erst rausgefunden, dass das geht. Das sollten alle gewesen sein. Ich kann die einfach Stealth killen. Wenn ich irgendwas beschützen muss, kann ich einfach warten, bis die das aussaugen wollen, und dann werden die alle gestealth killt. Das ist super easy. Das macht das Spiel so viel leichter. Also diese Verteidigungsmissionen. Nehmen wir seine Kraft an uns. Ja, nimm doch seine Kraft jetzt. Okay. Aber jetzt auf zur... Nee, genau. Jetzt holen wir erst noch die Statue. Aber dann auf zur nächsten Nebenmission. Nee, gut, ne? Na, na. Ja. Ah! Ja, gut, ne? Ja, gut, ne? Ja, gut, ne? Ah, warte mal, hier ist ein Laden. Ich wollte nicht mehr Hundefutter kaufen, oder? Ich habe viele Waren für euch. Gucken wir mal. Pfeile, auf jeden Fall. Stocken wir uns im Pfeilvorrat wieder auf. Ach ja, die Talismanne, die sind mehr. Die benutze ich sowieso nicht. Hundefutter, kaufen wir mal 97, würde ich sagen. Haha, nein, nicht wirklich. Aber... Ja, 28 schon. Zwei haben wir noch, haben wir 30. Schöne Zahl. Ich kaufe noch ein Kibidango, falls wir das mal für eine Quest brauchen. Gurken haben wir noch. Ah ja. Ich möchte mal jedes Nahrungsmittel einmal haben, weil es gibt so gewisse Hunde, die wollen dann irgendwas Bestimmtes und da will ich nicht in Verlegenheit geraten. dass ich meinen Wertengästen nicht das servieren kann, was sie wollen. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Hast du mir was Nettes mitgebracht? Nein, du brauchst nichts. Also nicht sehr nett. Mehr Windmunition. Gut. Bist du jetzt religiös geworden? In diesen Zeiten? Klar. Den Satz wiederholen sie ein bisschen oft in dem Spiel. Den habe ich jetzt schon sehr oft gehört. Ich finde das Party-Banter, wenn man es so bezeichnen will, in dem Spiel oft ganz nett. Aber das ist ein bisschen... Da hätten sie die Stellschraube ein bisschen runtergebrechen dürfen. Mühe Okay, schon langsam funktioniert auch das am Boden killen. Ich muss da einfach nur recht nahe hin und darf nix anderes drücken. Dann funktioniert es in der Regel schon ganz gut. Na komm. Au. Oh. Danke. Da haben wir irgendeinen Spambot oder sowas. Moment. Ups. Jedes Mal wieder muss ich gucken, wie man die gleich noch mal kickt. So, ich glaube, jetzt hat es funktioniert, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, weiter geht's. Telefon. 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 Könntet ihr Jungs mir etwas zur Hand gehen? Ah, es geht wieder los. Ihr müsst einen Ort für mich überprüfen. Vermutlich hat er mit der ganzen Sache gar nichts zu tun, aber... Wir haben gerade keine Zeit für sowas. Verstehe. Okay. Wo sollen wir hin? Helft ihr mir? Der Kleine hier würde eh nie Ruhe geben. Schieß los. Da hat er vollkommen recht. Wo sollen wir für dich hin? Danke. Gute Sache. Prost. Das ist eine gute Idee, warte. Ich hole mir auch schnell ein Wasser. Ich hab... Ich bin... Sehr durstig. Moment. Plottwist, der Bot ruft in-game an. Ja, ne, warten wir mal auf Facebooks Metaverse, dann wird genau das passieren. Dann melden sich die Spammer plötzlich nicht mehr im Chat, sondern im Spiel. Eine goldene Zukunft, die uns dafür vorsteht. Okay. Okay. Wo waren wir stinkeblieben? Was? Ich hab jetzt gerade gar nicht... Ich hab gerade den Chat geguckt. Ich hab nicht gehört, was die am Telefon gesagt hat. Verdammt. Was ist denn da unten los? Warum ist denn da so eine Geisterparty? Mir egal. Ich hau ab. Nein, nicht kämpfen. Abhauen. Hau ab jetzt. Danke. Gut. Wir fliegen über die Dächer der Stadt und sammeln Geister. Und lassen die Besucher Besucher sein. Jetzt raus mit ihnen. Ich bin eine Katze miauen. Aber ich weiß nicht wo. Whatever. Also im Spiel, nicht in echt. Geld. Hey, ich bin so reich. Und ich weiß nicht wohin mit dem Geld, ehrlich gesagt. Mal am Anfang... Aber deshalb... Ja, das ist ja auch, ne? Das... Das älteste Open-World-Problem der Welt. Am Anfang funktioniert das Balancing mit dem Geld noch. Da macht Geld verdient noch Sinn. Da gibt's vielleicht sogar noch Sachen, die sinnvoll sind, wenn man sie kauft. Und nach ein paar Stunden, bam, ist man super reich und kann sich sofort alles kaufen, was es gibt. Mittlerweile haben ja die Studios angefangen, da absichtlich dann irgendwelche super teure Gegenstände einzubauen. Die man wirklich erst dann, wenn man das ganze Spiel gegrindet hat, zu kaufen. Damit's wenigstens noch irgendeinen Sinn macht, dieser ganze Grind. Aber sowas gibt's hier auch nicht. Ich hätt's zumindest noch nicht entdeckt. Da, ein Mädchen. Äh... Ein Mädchen. Sie... Ist verschwunden. Und die Katze auch. Folge ihrer Seelenspur. Oh, nach da, da lang. Okay. Folgen wir der Seelenspur. Oh nein, hey. Katze, äh, äh. Der beißt gerade ins LAN-Kabel. Ich hab ein Kabel gespannt. Zwischen Wohnzimmer und Arbeitszimmer für die Streams, weil über WLAN ist es doch immer recht instabil. Vielleicht hatte sie vor etwas Angst. Na, aber jetzt erst mal kämpfen, bevor wir... So, komm mal. Was... Was... Oh! Oh! think je task udb Was... Agh! Ah! Rettet werden. Ich strebe weder nach Macht noch nach Helfer. Ich strebe einzig und allein nach Erlösung. Erlösung für euch alle. Ich bringe Liebe. Alles, was ich tue. Dann zeig, was du kannst. Ach ja, wenn du nicht ausweichen kannst. Nein, jetzt hat sie sich aufgelöst, oder? Ich wäre gerade wieder hinterhergelaufen. Ah ne, passt noch. Ist noch gut. Ich dachte schon, ich müsste noch mal von vorne anfangen. Aber zum Glück nicht. Geh'n wir weiter. Keiner Soundtrack hier drin. Mach's gut, Lothric. Bis bald. Mein Gott, wie lang muss ich denn der verfolgen? Aber wenigstens ist es keine von diesen beliebten Videospielmissionen, in denen man nicht entdeckt werden darf, während man... Oh Gott, was ist denn da im Hintergrund? Oh Gott, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Es ist riesig und weird. Ich habe Angst. Oh Gott. Soll ich das angreifen? Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, okay. Ich glaube, es geht los. Nein, das ist ungünstig jetzt. Hallo? Oh Gott. Oh Gott, ich habe meine Superpower. Okay, komm her. Wo bist du? Erstmal essen. Dann kann er weiterhauen. Das war... Das war groß. Genau. Wie diese Mera aus The Ring, nur sechs Meter groß. Und mit Eiskräften zusätzlich zu Wasserkräften. Weil warum nicht? Okay, ähm... Und jetzt? Was ist jetzt eigentlich mit der Quest? Ah ja, genau. Hier, ein Handy. Blut und Nachfolge. Eine Aufzeichnung von Ed, in der er über Erika spricht. Kommen wir uns doch mal an. Blut und Nachfolge. Rinko, ich habe den Park wie geplant erreicht, aber Erika ist nicht zu sehen. Vielleicht ist sie woanders hingegangen. Ich versuche mein Glück anderswo. Unter diesen Umständen werde ich nicht lange in Shibuya bleiben können. Ich hoffe, du verstehst mich. Die Uhr tickt. Ich muss Shibuya verlassen, mit oder ohne Erika. Erika hat mir mal eine sehr eigenartige Frage gestellt. Sie wollte wissen, ob die Gabe genetisch vererbt wird. Aber meine Daten ließen eine solche Schlussfolgerung nicht zu. Genauer gesagt ließ die Datenlage gar keine Schlussfolgerung zu. Meine Antwort schien sie nicht zufriedenzustellen. Aber ich muss schon sagen, dass du ihr sogar verbieten wolltest, zu kämpfen? Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Unter Berücksichtigung aller Umstände ist das meine einzige Schlussfolgerung. Okay. Sieht aus wie ein Diktiergerät von Ed. Warum ist das hier? Und was ist mit dem Mädchen? Das ist Rinkos Fachgebiet. Lass uns zurück. Wie war's? Habt ihr was gefunden? Nur dieses Diktiergerät. Sonst nichts. Verstehe. Und Erika. Aber sie ist direkt wieder verschwunden. Was war das für ein Ort? Dort hat Erika ihre erste Straßenkatze aufgelesen. Es war unser Notfalltreffpunkt, falls etwas schieflaufen sollte. Ich hatte gehofft herauszufinden, was sie während des Kampfes gemacht hat. Ich hab sie nicht mehr gesehen, seit wir damals getrennt wurden. Ist schon gut. Tut mir leid. Ich wollte eure Zeit nicht verschwenden. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst. Darauf werde ich später zurückkommen. Danke. Wir sind so reich. Wie viel Fähigkeitspunkte? 25. Schauen wir mal kurz, was es eigentlich noch gäbe, was ich lernen könnte. Die Dauer von meinem Superburst-Modus erhöhen ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich lerne es gleich. Komm. Bäm. Na, weiß ich nicht. Schauen wir mal hier nochmal zum ätherischen Weben. Meine Wasserwaffe finde ich halt irgendwie einfach nicht. Die kann halt mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Das ist das Gute dran. Und ich kann quasi den Wirkungsbereich, also die Breite der Welle und wie viele Gegner gleichzeitig getroffen werden hochleveln. Aber ich weiß nicht. Meine Feuerexplosion vergrößern, das finde ich schon interessanter. Ich glaube, das machen wir. Da müssen wir aber noch ein bisschen sparen. Okay, sparen. So. Und jetzt? Was machen wir jetzt? So viele Open World. Reinigen wir mal das Portal. Ich mache eine Schnellreise. Komm. 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 Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, die Schnellreise, ne? Finde ich auch. Haben wir gut gemacht. Da oben war was. Bilder hoch. Jetzt kommt schon. Also dieser... Ja, da war... Dieser komische Geisterkerl, den ich da beschwören kann. Ach, das war nur so ein blaues Plastik-Ding. Na gut. Ähm, die kommen auch nur, wenn sie Bock haben, irgendwie. Die zucken so. Hör doch mal zu zucken auf. Aha. Nein, der hat überlebt. Mein Pfeil im Po. Einfach so. Nicht schlecht. Was ist das? Ich muss das Brunnenwasser schätzen. Das Brunnenwasser. Okay, aber ich hole mir erstmal meine Reinigungsbelohnung. Apropos Ketten. Genau, stimmt. Da muss ich nochmal kurz zu den Fähigkeiten gucken. Ah ja, neue Nebenquest. Neue Nebenquest. Es gibt nämlich eine Fähigkeit, die hätte ich gern. Dass ich nämlich noch eine dritte Kette anziehen kann. Und das kann ich mir sogar leisten. Nehmen wir das. So, dritte Gebetskette. Das ist sehr schön. Wie sieht es denn bei euch aus? Wollen wir beim Fallout-Outfit bleiben? Oder wollen wir lieber das Ninja-Outfit? Wenn ihr das Fallout-Outfit behalten wollt, dann schreibt jetzt eine SMS an die Nummer für 1,99 mit dem Kennwort Fallout. Und ansonsten nehmt Shinobi. Das Kennwort Shinobi. Oder von mir aus auch Hanya. Ninja. Okay. Nehmen wir mal Ninja zur Abwechslung, oder? Das finde ich auch gut. Der Ninja hat übrigens den coolen Effekt, was ich ganz nett finde, dass der Boden durch so Wurfmesser getauscht wird. Ich brauche die gleiche Munition, also ich schieße trotzdem mit Pfeil und Bogen. Quasi, ich verbrauche Pfeile. Aber er wirft quasi so Shuriken, oder wie die Messer heißen. Bin ich ganz nett. Ansonsten bleibt alles beim Gleichen. Das Wasser. In dieser Nachbarschaft gibt es zwei Brunnen. Da klingelt es nur so, Frau Monstern. Ich kann da nicht hin. Es war so gutes, reines Wasser. Können wir nicht etwas tun? Könnten die Brunnen verderbt sein? Einer? Gut möglich. Aber gleich zwei? Vielleicht fließt dieselbe Wasserader durch beide. Das heißt, reinigen wir den einen Brunnen, verderbt in der Zwischenzeit wieder der andere. Wir müssen beide reinigen. Und zwar schnell. Das ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Na dann. Quelle der Albträume. Ich muss sagen, die ersten paar Nebenquests zu dem Spiel waren besser, als die, die wir jetzt so in letzter Zeit gemacht haben. Ich hoffe, da kommen noch mal Gute. Ich habe die immer so gelungen. Ich habe eigentlich ein sehr großes Herz. Oh, oh, Mist. Das ist okay. Es ist so witzig, weil in dem Spiel muss man halt nicht nachladen. Was auch ein bisschen logisch ist. Aber ich drücke automatisch immer die X-Taste. Ich weiß nicht, aus welchem Spiel ich das so drin habe. Aber ich möchte immer meine Geisterkräfte nachladen nach jedem Kampf. Nach jedem besiegten Gegner. Da-gu-er-ri-o-typi-kamera. Ganz genau. Eine Alt-Kamera, die mithilfe spezieller Metallplatten Bilder aufnimmt. Guckt euch das nicht an. Ja, Geister saugen. Hey, wie viele Geister, wie viele Geister gibt es in dem Spiel? Ich würde es wirklich gern wissen. Und wie viel habe ich schon eingesaugt? Weil ich habe das Gefühl, ich sauge seit 100 Stunden Millionen von Geister ein. Und es werden einfach nicht weniger. Egal, wo ich hinkomme, Millionen von Geister. Ach, ich wünschte, ich könnte einfach immer nur mit dem Feuer sperrken. Das ist eine coole Waffe. Die hat Feedback, die hat Wumms. Das macht Spaß, mit der zu kämpfen. Diese Windmunition, diese Windschüsse, mit denen man die meiste Zeit kämpft, die fühlen sich einfach nicht gut an. Die haben kein Feedback. Ich spüre nicht, dass ich die Gegner ordentlich treffe damit. Das ist einfach so, das prallt von denen ab. Die haben ein paar Lücher. Aber ist nicht schön. Aber in dieser Feuer Späher-Dingens, da ist ordentlich Wumms dahinter. Die Gegner haut es durch die Luft. Das macht Spaß. Davon hätte ich gern mehr. Ach so, Moment mal. Dritte Kette ausrüsten. Was mache ich denn hier? Ich habe ja extra hochgelevelt. Wir haben jetzt aktuell die Windkette, was halt, finde ich, echt viel Sinn macht, weil wir so viel mit Wind kämpfen. Und die Spürhundkette, damit ich mehr aufspüren kann mit meinem Dingsi. Geister wahrnehmen. Aha. Mehr Geld. Also warum die eine Kette eingeführt haben, die einem noch mehr Geld bringt, das weiß ich wirklich nicht. Mehr Feuerpower. Hm. Ich glaube, ich nehme Bogenschützenkette. Ich glaube, wir machen mehr mit Bogen. Der Bogen haut auch ziemlich gut rein. Und jetzt mit der Kette noch mehr. Lumpf. Der Ninja der Tiefe. Okay, wir müssen jetzt quasi den Brunnen reinigen und dann ganz schnell zu dem anderen Brunnen rüber. Ich glaube, das schaffen wir. Bei der Maske will uns das Leben aussaugen, Quest, hat uns das Spiel sehr großzügig viel Zeit gegeben. Ich hoffe, hier ist es auch so. Ah, okay. Ich gehe schnell darüber und sauge den Geist noch ein. Ah, und jetzt sauge ich den da hinten auch noch schnell ein. Aber dann sind wir wieder on track. Ach, dammit. Warum sind hier überall so viele Geister? Aber wir sind jetzt schon ziemlich am Nebelrand. Das passt schon. Dann drehen wir um. Mein Gott, guckt euch das an, wie viele Geister hier überall sind. Die sind total bescheuert. Ninja. Boah. Ninja. Na komm. Na komm. Komischer Geisterkerl. Zieh mich hoch. Ja, wie gesagt, die kommen auch nur, wenn sie Bock haben. Die komischen Geisterviecher, die mich hochziehen sollten eigentlich. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Naja, gehen wir zum Brunnen jetzt. Los. Komm. Ich kann hier Geister suchen. Können wir, wenn wir tot sind. Ich kann hier oben au uchen. Вот. Dann wäre doch das vorbei. Wir haben hier, ich bin, woher. Oh-oh. Das ist ein sehr wütender Schirmherr. Ich glaube, wie viel Blubberblasen. Kommt mir nie durch. So wird das nix. Diese Blubberblasenfrauen nerven mich. Die sind echt furchtbar. Essen wir mal ein paar Reisbällchen. Okay, und jetzt keine Zeitvertretung. Brunnen reinigen und dann schnell weiter zum nächsten, der aufgereinigt wird. Und der nächste ist... ja. Los geht's. Ein Brunnen erledigt. Aber es dauert nicht lange, bis er wieder verderbt ist. Wir müssen zum anderen Brunnen. Ja, ich beeil mich. Komm schon. Zieh mich hoch, Geisterwiesen. Ja, jetzt endlich. Funktioniert wieder. Ja. 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 Ich bin jetzt da ziemlich gnädig, wenn's darum geht. Wir hätten jetzt noch zwei Minuten Zeit. Brunnen gereinigt. Das ist... ...hiesig. Wir haben's geschafft. So macht man das. Brunnen gereinigt. Und wieder ganz viel Mampfen. Oh, eine Geistermelone. Die find ich immer lustig. Geistermelonen sind meine... ...mein Lieblingsessen. Meine Leibspeise. Lecker Geistermelönchen. Was ist denn das da für ein Symbol? Ein Kappa. Aber... Wisst ihr, was machen wir? Kümmern wir uns um die Nebenmission, die wir noch haben. Und die... ...Hauptmission. Diese ganzen... ...irgendwelchen Geistern hinterherjagen und so. Das haben wir alle schon gesehen. Das mach ich dann mal... ...zwischen den Spielen. Aber wenn sie schon auf dem Weg liegen... ...kann wir noch ein paar mehr retten. Dann packen wir sie ein. Oh, da ist ein Gegner. Äh, ducken bitte. Anschleichen. Kaputthauen. Sehr gut. Mampf mitnehmen. Es kommt. Es lässt mich nicht in Ruhe. Aber dieses Mädchen... ...das sah genau wie ich aus. Man sagt doch, jeder Mensch hätte zwei Doppelgänger. Das war kein Mensch. Angeblich stirbt man, wenn man sie trifft. Viel schlimmer noch. Selbst in Jenseits lassen sie nicht von mir. Ich hab Angst. Es hat mich gefunden. Nicht schon wieder. Ich muss wohl hier beschmetten. Moment, ich geh kurz ran. Mal sehen, was los ist. Du kannst nicht weglaufen. Wer ist da? Und was willst du? Warte nur. Wir sehen uns bald. Da kommt etwas. Bapp, 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 bapp. Schreib ich dich. Helft mir! Wer ist denn jetzt wer? Wer ist denn jetzt wer? Helft mir! Wer ist denn jetzt wer? Nutz meine Kraft. Dann wirst du es sehen. Aha. Du kannst nicht entkommen. Hi, Han. Ja, da war der Telefon-Bot wieder. Helft mir! Ach guck, das ist wieder so eine Beschützer-Mission, ne? Die könnte jetzt wieder sehr leicht sein. Wenn ich jetzt weiß, dass ich das machen kann. Wenn ich jetzt weiß, dass ich das machen kann. Ich weiß nicht mehr als nur eine Beule. Ach, wirklich? Die Fahne ist auch besessen. Na, da sind schon wieder die Flunzer-Werferinnen. Ich hasse euch. Nächster! Nicht schlecht. Ach! Oh, da kommt ein Sticker! Hi, Valid! Boah, der macht hier Kombo. Das ist ja mies. So. Gut gemacht. Und mehr Essig. Und jetzt austreiben. Auch ihr beherbergt meinesgleichen in euch. Wollt ihr sie kennenlernen? Nein, danke, Lady. Diese Welt ist zu klein für zwei KKs. Nee, vorher hatten wir das Fallout-Dress an. Jetzt haben wir gerade gewechselt auf das Ninja-Dress. Und weggepufft. Na nun, was ist das? Verschwörerischer Flyer. UFO-Anrufung. Ruf mit uns das UFO der Venus an. Kostenloser Eintritt. Treffen um 17 Uhr auf der Kagerie-Aussichtsplattform. Kostenlose Bastelanleitung für Telepathie-Hütten. Was? Alufolie muss mitgebracht werden. Die Anrufung beginnt um 20 Uhr. Die genaue Zeit kann je nach Position der Sternenbilder variieren. In letzter Zeit häufen sich Berichte über verdächtige Lichter am Nachthimmel. Das ist eine Chance, ein UFO zu sehen. Na dann. So viele Leute. Und so wenig Geisterzettel. Hi Alter, wie geht's? Hallöchen. So, die andere Quest machen wir jetzt auch noch schnell abgeben. Da sind wir noch gar nicht zum Festgeber zurückgegangen. Ah nein. Wir drehen schon wieder die Rouladen durch. Das heißt, dass hier irgendwo Besucher in der Nähe sind. Das heißt, dass hier irgendwo Besucher in der Nähe sind. Alles viel soweit. So. Oder es ist doch verrückt, wie viele Geister es in dem Spiel gibt. Ich bin jetzt hier schon 500 Mal von A nach B gelaufen und immer wieder fallen wir über neue einsaugbare Geister. Ich musste eh mal kurz in die Telefonzelle stopfen. Unser Zettel-Count ist schon wieder ziemlich voll. 5300 Geister haben wir jetzt eingesaugt. Na dann. Ihr Jungs arbeitet ziemlich hart, was? Ganz genau. Gibt es bei dir was Neues? Ich suche immer noch in der Stadt nach Infos. Ich melde mich, wenn ich was finde. Oh Gott, oh Gott, ich habe noch nicht mal die Hälfte aller Geister gefunden. Hey. Oh Gott. Soll ich dir neue Fertigkeiten beibringen? So wie ich dich gerade einschätze, wärst du soweit. Hi, Kitlinski. Wie weit ich in dem Spiel circa bin, ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen. Äh, die Weltkarte ist jetzt so ziemlich aufgedeckt. Ich muss jetzt quasi gerade, damit die Story weitergeht, da haben sie wirklich so eine künstliche Barriere eingebaut. Damit die Story weitergeht, müssen wir jetzt alle diese Portale reinigen. Und weil die Nebenmissionen teilweise echt ganz gut sind. Jetzt hatten wir auch ein paar dabei, die haben mir nicht so gut gefallen. Aber im Schnitt würde ich immer noch sagen, sind die Nebenmissionen ganz gut. Mache ich die Nebenmissionen, die so kommen? Na da, danke fürs Followen. Freut mich. Und, ähm, ansonsten könnte es sein, dass es dann schon Richtung Finale geht. Tore reinigen und Nebenmissionen machen dürfte schon noch ein bisschen uns beschäftigen. Aber, ja, wer weiß, ob wir es heute vielleicht zu Ende kriegen sogar. Deine Fallout-Law-Videos waren so cool. Danke für die Arbeit. Danke, freut mich, Kitlinski. Das waren sicher nicht die Letzten. Das Brunnenwasser ist jetzt sicher. Danke. Jetzt haben meine Enkel immer frisches Brunnenwasser. Da werden sie sich freuen. Ich glaube, ich spende mal wieder Geld. Und zwar... Ich möchte finden, wonach ich suche. Das ist doch ein guter Wunsch. Wonach ich suche, weiß ich nicht. Deswegen finde ich jetzt auch keinen neuen Marker auf der Karte. Aber gut, gehen wir zum nächsten Tor und reinigen das. Ich habe wirklich das Gefühl, die Story ist ihnen zu kurz geworden. Die wussten nicht mehr, was sie tun sollen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, scheiß drauf. Jetzt müssen einfach alle restlichen Tore noch gereinigt werden, damit es weitergeht. Und dann gibt es natürlich noch 1,5 Milliarden Geister, die man aufsammeln kann. Nee, in Wirklichkeit sind es nur 200.000. Aber das sind natürlich nicht 200 einzelne Collectibles, die Geister. Ähm, weil jeder davon sind... Wie viel? 100 oder so? Schauen wir mal. Genau, das waren jetzt 104 zum Beispiel. Oh, was ist denn da mit der Wand los? Habt ihr das gesehen? Die hatte kurz Augen. Oh, ich will ehrlich gesagt nicht schon wieder kämpfen. Oh, ich bin krüffelig. Nein, nein, komm her. Ich habe das Gefühl, gerade Wasser ist ganz gut gegen so kleine Gegner, um die umzuschubsen. Jetzt, wo ich den Finisher habe, dass ich die kaputt machen kann, wenn die am Boden liegen, macht das ziemlich viel Sinn, die kleinen Gegner da nicht umzuschubsen. Ah, ich komme nicht ran, das ist gemein. Scheiße! Geht nicht aus, so schnell mit dir zu. Der haut mich einfach. Das Spiel hat echt eigentlich ein paar nette Details, die merkt man gar nicht so im Spiel. Also zumindest nicht so, wie es ich spiele. Oh, was habe ich denn da gefunden? Ich finde es zum Beispiel echt ganz nett, dass wenn man, also wenn die Geister Verdacht erregen, wenn sie merken, dass ich in der Nähe bin, werden alle Straßenlaternen und alle Lichter in der Stadt gelb und dann im Kampf, wenn ich die Aggro auf mich gezogen habe, werden alle Laternen plötzlich rot. Das ist eigentlich so ein nettes Detail, aber so richtig, ist halt nur so ein Detail, ne? Also richtig genutzt wird es nicht. Die Vuka-Tickets. Ein von KK verfasster Bericht über ein paar verschwundene Baseball-Fans. Es werden dir zusätzliche Fähigkeitspunkte vergeben. Boah, 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 boah. Ganz schön, danke. Oh, Boss-Zeit. Biss du so, Boss ist übertrieben. Etwas stärkere Gegner-Zeit. Da holen wir unseren Feuer-Bazooka-Raketenwerfer raus. Wenn das so ist. Komm, wir reinigen den Schrein. Ich bin dabei. Okay. Wir schreinigen quasi. Das sollte den Nebel hier lichten. Und weiter. Inkognito-Kette. Damit kann ich wahrscheinlich besser schleichen. So, nächstes Tor reinigen. Wie viel haben wir denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Tore noch. Aber das hier sieht irgendwie anders aus wie alle anderen Schreine. Das ist interessant. Was kriegen wir denn noch so als Belohnung dafür? Nee, Wegpunkt. Geh mal weg. Eine Proviant-Kette. Spür-Hund-Kette. Talisman-Kette. Geistersicht-Kette. Okay, Ketten. Immer Ketten. Ja, dann weiter. Keine Möglichkeit hier vor. Schützen? Schöpfen? Was sagt man denn? Oh-oh. Oh-oh. Und weiter. Easy. Saubere Arbeit. Ganz genau. Ja, zu viele Kämpfe hier. Ja gut, aber was erwarte ich denn? Wir reinigen Tore und die werden alle von Gegnergruppen bewacht. Natürlich sind hier überall Kämpfe. So muss das laufen. Ja, keine Nerven hätte ich gern. Glaubt mir, es könnte noch viel schlimmer sein. Na, Gegner? Wo seid ihr? Ihr werdet mir auf dem Radar... Ah, da. Irgendwo hier ist noch ein Gegner. Ah, wahrscheinlich auf dem Dach, oder? Wir müssen irgendwie weiter nach oben kommen. Der Riese dort bewacht anscheinend den Turm. Ja, das ist ein Problem. Naja, das kriegen wir schon hin. Ich finde überhaupt, das Spiel hat teilweise eine nervige Geräuschkondition. Muss ich leider auch sagen. Eben dieses ständige Windschussgeräusche ist ein bisschen nervig, finde ich auch. Oder diese, diese Dämonen, an denen man sich festketten kann, wenn die in der Nähe sind und dauernd krechzen. Und auch noch so laut krechzen. Das finde ich auch sehr nervig, zum Beispiel. Habe ich mir die Kette geholt? Ne, dann packen wir schon ein. Ich meine, die brauche ich jetzt gar nicht, aber... Ich bin bei sowas immer kein Fan, wenn es irgendwie 20 verschiedene Ketten gibt oder so Upgrades halt gibt. Aber ich darf immer nur, äh, zwei oder drei davon gleichzeitig ausrüsten. Das ist sowas nervig. Ich hätte lieber alles. Ach! Ach! Weil so mächtig sind die Ketten jetzt auch wieder nicht, dass die das Balancing irgendwie komplett kaputt machen würden. Finde ich. Oh ja, ich möchte drei Wünsche. Das ist ein guter Wunsch. Hey, jetzt wirst du aber gierig. Hi, dieser Trailgun. Was ist zu laut? Ups. Verdruckt. Das Spiel oder ich oder alles. Weil ich kann zumindest auf jeden Fall. Oh, neue Nebenmissionen. Die machen wir gleich. Genau. Ich mach zumindest die Soundeffekte ein bisschen leiser einfach. Die hab ich eh schon voll runter gedreht, aber machen wir die ruhig noch ein bisschen leiser, damit die Sprache der Figuren laut bleibt. Die Musik ist auch okay. Genau. Aber dann sind die Buscheffekte und die Kampfeffekte nicht so laut. Hier in der Nähe gibt es eine Klavierschule. Weder Nacht ist Klaviermusik zu hören, obwohl niemand dort ist. Am Anfang fand ich es wirklich schön, da hab ich gerne mal zugehört. Aber irgendwann wurde die Musik irgendwie super unheimlich. Da kriegt man glatt Gänsehaut. Das kennt man ja. Da zieht jemand wortwörtlich wohl mal andere Seiten auf, was? Es könnte der Klang selbst sein, der verderbt wurde. Das klingt wie diese Lovecraft-Geschichte. Die Musik des Heinrich Zamm oder so ähnlich. Keine Ahnung. Okay, dann suchen wir mal die Musikschule und das Klavier, das verderbt wurde. Das klingt zumindest nach einer coolen Quest, finde ich. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir wieder mal den Innenraum erkunden dürfen. Das waren immer so ein bisschen die Highlights, finde ich. Die Akte 329. Ich dachte eher, das ist ein Laptop. Aber vielleicht ist das ein ganzer Laptop für nur eine einzige Akte oder so. Eine Aufzeichnung von einem Wissenschaftler, der über den menschlichen Geist spricht. Na, dann hören wir doch mal, was er uns zu erzählen hat. Heute kann ich die Pfannkuchen, die meine Tochter gemacht hat, nur anstarren. Meine Frau würde mich dazu drängen, schnell aufzuessen, damit der Abwäsch erledigt wird. Aber sie ist nicht hier. Mit jeder Sekunde, die vergeht, werden die Pfannkuchen kälter. Und kälter. Wie ihr seelenloser Körper. Absurd. Objekte kühlen ab, weil ihre Wärme auf ein anderes Medium übertragen wird. Die Energie verschwindet nicht einfach. Ja, natürlich. Ihre Seele hat sich nicht aufgelöst, sondern nur ihren Körper verlassen. Aber wohin? Wohin ist sie gegangen? Ich kann sie retten. Ich kann es. Oh, ist dieser Forscher, äh, der, der Oberböse zufällig? Kann das sein? So, äh, ich habe 40 Punkte. 40 Gutigkeitspunkte. Mit denen lässt sich doch was machen, oder? Erhöhen wir, das machen wir jetzt. Maximieren wir mal unsere Burst-Superpower, würde ich sagen. Das ist nämlich gut. Wasser upgraden ist vielleicht eine Idee. Oh, das Tempo des Bogenspanns. Das ist gut. Dafür brauchen wir aber noch ein Magatama. Magatama, ja, genau. Das wäre zum Beispiel hier. Hier wäre gleich ein Uni. Zufällig in unserem Festgebiet. Ist immer noch lauf genug, oder? Er hat nicht übertrieben. Sie ist unheimlich. Aber auf jeden Fall besser. Der Hund, da. Die Moonschein-Sonate. Da muss nicht immer an Earthworm Jim denken. Gute Zeiten waren das. Weißt du, wo wir einen Uni finden könnten? Ein Kibidango für den weißen Shiba Ino. Dann zeigt er, wo die Uni ist. Und danach gehen wir wieder der unheimlichen Musik nach. Katka, dankeschön für die Bits. Hooray! Oh, Katka, danke für noch mehr Bits. Was machen die Viecher denn hier? Ah, Tito. Beschütz den Hund. Mach ich. Oh, Katka, nochmals, danke. Oh, Katka, nochmals, ich sterbe hier vor lauter Bits. Das wird beinahm gut da ausgegangen. Was? Kein Spaß. Oh, Katka, nochmals. dass die nachbarn der hund wer beschützt mich der haut der ist so crazy das wäre dann geschafft wir brauchen den hund für den uni was merlin sagt ich habe das spiel nachdem merlin das gesagt hat schon auf 50 also die kämpfe auf 50 prozent lautstärke gestellt sieht aus als wären wir jetzt sicher da bilder Okay, den Oni hätten wir. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist mir auch schon aufgefallen, ne? Hallo? Hallo? Test, test, test. Falsche Richtung. Jetzt habe ich mich sehr leise gemacht. Aber jetzt dürfte ich lauter sein. Vielleicht hilft das. Das ist nämlich wirklich... Das Spiel war nämlich irgendwie, ich weiß nicht warum, die letzten Male, als wir gespielt haben, super duper leise. Deswegen habe ich es heute gleich von Haus aus ein bisschen lauter gestellt als sonst. Und dann war es vielleicht ein bisschen zu laut. Okay, genau. Die Bogensehnen-Spanngeschwindigkeit wollte ich erhöhen. Das ist ziemlich gut. Warte, gehen wir noch mal kurz in die Optionen dann. Machen wir dann die Musik mal auf 70 runter und die Special Effects machen wir auf 40. Die Sprachlautstärke hätte ich gern so laut. Dann ist es vielleicht besser. Praktisch! Audio Setup ist eh gefühlt nach jedem Stream reine Willkür. Ich habe auch das Gefühl. Und ich weiß nicht woran es liegt, ey. Man müsste meinen, wenn man nichts mehr macht und nicht mal Streamlabs öffnet oder irgendwas verändert am Setup. Nichts! Sollte man doch meinen, dass zwei Streams die gleiche Lautstärke haben. Aber nee, nichts ist gleich innerhalb von zwei Streams, obwohl man nichts verändert. So, jetzt müssen wir gucken, wo die Musik herkommt. Irgendwo hier aus dem Gebiet kommt die. Weil da hinten Gegner sind, würde ich fast behaupten, dass sie irgendwie von da kommt. Aber die stehen da wahrscheinlich nicht zum Spaß. Jetzt klettert er hoch. Ah, danke. Jetzt nehmen wir den Stealthbogen. Ich meine natürlich die Wurfmesser. Okay. Hier muss es sein. Die Musik kommt von dort drüben. Das ist doch gemein, oder? Musik angezogen. Das stellt sich extra alle weg und dann sowas. Gehen wir rein und beenden den Spuk. Schluss mit dem Akkab. Ja, mach's gut, Sahara. Bis bald. Okay, dann gehen wir mal rein. Endlich wieder eine Innenquest. Die sind oft... Die waren bis jetzt immer die Highlights in dem Spiel. Sobald mal Räume betreten darf, wird es spannend. Gehen wir erstmal nach oben. Unten wollen die uns anscheinend nicht haben. Ein Schrein. Ah, was haben wir denn hier? Tagebuch. Ist sie das wirklich? Das dumpfe Echo der Melodie heilt von den Wänden des leeren Zimmers wieder. Und doch, das Stück ist unverwechselbar. Ich würde ihre Version der Mondschein-Sonate überall wiedererkennen. Ich war mein... Sie war meine einzige Schülerin, die das Zeug zum Genie hatte. Doch der Unfall setzte ihm ein jähes Ende. Er nahm ihr Lieben und stahl der Welt ihr Talent. Nun ist nichts mehr von ihr in diesen Räumen übrig. Außer dem Echo der Vergangenheit. Doch auch, wenn es nur ihr Echo ist, kann ich nicht aufhören, ihm zu lauschen. Ist dieses Mädchen unsere Pianistin? Ich glaube, das vorhin war die Mondschein-Sonate. Ich glaube auch. Und ich glaube, das ist ein Klo. Die... Die... Die Klostein-Sonate. Lieferschein. Moment mal. Was? Ist das Bild, das da eingeblendet wird? Absicht? Soll das da sein? Das ist ein sehr... Ein... 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 Aufwendiger Lieferschein. Ich meine, ist ja schön. Lieferschein an Klavierschule Dotsaki. Folgender Artikel wurde geliefert. Porträt. Ach so. Porträt von Giovanni. Ich weiß nicht, aber so ist er... Okay. Ich verstehe schon. Aber das... Ja. Kunsthaus. Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Das weiß ich auch nicht. Essen packen wir ein. Ein Carinto kann man immer brauchen. Oh mein Gott. Nee. Nee, nee. Mir wäre gerade so ein schlechter Wortwitz mit Carinto eingefallen, weil das ein Nahrungsmittel ist. Und wenn man dann das gegessen hat und verdaut hat, dann wird man zum Carinto-Kacker. Naja. Ich wollte es nicht sagen, aber ja. Okay. Wisst ihr, das ist jetzt echt creepy. Guck mal im Hintergrund. Da liegt ein Handy mit einem schwarzen Display und im Spiegel sieht man nix. Nur das Display, das sich spiegelt. Das aber aus ist. What? Okay. Okay. Große und kleine Wunderkinder. Giovanni ist heute vor allem als Mentor von Santon, dem Wunderkind am Klavier bekannt. Es gab jedoch eine Zeit, zu der er selbst als Wunderkind galt. Seine Berühmtheit war nur von kurzer Dauer. Heute erinnert sich kaum jemand an sein früheres Werk, da es allzu bald von Santo in den Schatten gestellt wurde. Schon im zarten Alter von elf drängte Santon Giovanni aus dem Rampenlicht und nahm ihm seinen Stolz. Was hat er erwartet? Ein Wunderkind ist spannender als ein alter Mann. Ach so, das ist das Handy. Die Musik hat wieder angefangen. Okay, dann sehe ich. Dann habe ich das vorher falsch interpretiert. Die Musik hat wieder angefangen. Dann gehen wir wieder runter, oder? Oh, wer seid ihr denn? Bist du die, die das Klavier spielt? Du kannst gerne spielen, aber so, dass es die Nachbarn nicht stört. Es tut mir leid. Ich wollte niemanden stören. Ich will nur die Mondscheinsonate wieder spielen. Denn, wisst ihr, ich habe sie mal bei einem Wettbewerb bestiert. Aber aus irgendeinem Grund klingt das Klavier jetzt anders. Ich kann es einfach nicht mehr spielen wie früher, so sehr ich es auch versuche. Warum spielt sie wohl nicht mehr so gut? Es liegt nicht an ihr. Es ist die Musik, die verderbt ist. Und dem sollten wir auf den Grund gehen. Die Musik reinigen. Dann schauen wir mal. Können wir das Wasser abdrehen? Nein? Geht nicht? Na gut. Dann lassen wir das Wasser laufen. Okay, wahrscheinlich muss ich mir einfach das Klavier mit Geistersicht anschauen, oder? Nein? Okay. Warum klingt das so unglaublich seltsam? Ist das nicht eher ein Flügel, ein Konzertflügel statt ein Klavier? Ist das nicht ein Unterschied? Ja, warum klingt das denn so seltsam? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Hinter die Quelle der verdorbenen Musik. Gehen wir nochmal nach oben? Vielleicht? Ich sehe nur das Geistermädchen, sonst nix. Hm. Mir fällt nix ein. Wer immer diese ganzen Türen wieder zumacht, nachdem ich sie aufgemacht habe. Aha. Das Porträt. Das Porträt. Hi, Cypress Hill. Wie geht's? Und hi, Timmy. Hi. Hätte ich fast übersehen. So, das ist Giovanni, oder? Es hat reagiert. Es ist ein Porträt von Giovanni. Es ist der Musiker aus der Zeitschrift. Er muss es sein, der die Verderbnis verursacht. Ja. Es ärgert ihn, dass sie ihn an seinen eigenen Schüler erinnert. Er ist neidisch. Ich verliere nicht gegen so ein überschätztes Wunderkind. Ich will dir weit überlegen. Ein Kind sabotieren? Das nenne ich mal armselig. Erwachsene sollten für Kinder da sein. Sie unterstützen. Ach so. Ich muss noch die Zeichen machen. Ausgetrieben. Okay, das Gemälde ist nicht verhext, oder? Nee, ist das Beethoven? Grantiger, grantiger Beethoven. Dem gefällt anscheinend die Version der Mondscheinsonate auch nicht so gut. Alles in Ordnung. Du solltest die Mondscheinsonate wieder spielen können. Wow. Danke vielmals. Bitte. Ach so, ja, danke, Drago. Das waren aber Items, die wir vorher schon gesammelt und gelesen haben. Die hatte ich schon mal. Eine schöne Melodie. Wusstest du nicht, dass du Geschmack hast? Jetzt weißt du's. Wow. Ich habe sie ohne Fehler gespielt. Endlich kann ich wieder die Mondscheinsonate spielen. Ich bin so glücklich. Schade, dass wir sie nicht mehr hören werden. Ja. Das ist ein bisschen witzig, weil der Part von der Mondscheinsonate, den Sie jetzt gespielt hat, ist ziemlich leicht. Den habe ich mir mal beigebracht, ohne dass ich irgendwie Klaviers spielen könnte oder sowas. Einfach so. Und das ist wirklich nicht dramatisch. Und für so ein Klavierwunderkind irgendwie die Mondscheinsonate, die erste Minute davon fehlerlos spielen. Ein bisschen lame. Muss ich schon sagen. Das wird harte Arbeit, jeden Einzelnen zu retten. Ja, aber wirklich. Die wissen selber, dass das keinen Spaß macht. Dass so Collectibles immer eine harte Arbeit sind. Oder machen sie's dann? Die Musik ist endlich wieder normal. Ach, so schön. Da hat er sich weggeplufft. Okay. Das hätten wir geschafft. Rauszoom, rauszoom. Da ist unser nächstes Portal, das das kleinste Mini-Gebiet im Universum freischaltet. Los geht's. Ich lass mich jetzt nicht mehr ablenken. Wirklich. Ich sammle jetzt auch keine Geister mehr. Da hinten wäre ein Geisterbaum. Nee, komm. Ich, 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 ich... Ich hab abgeschlossen mit der offenen Welt. Ich will nicht mehr so viele Geister sammeln müssen. Na, Essen nehme ich schon mit, weil das ist ein Heilungsgegenstand. Wenn die jetzt direkt vor mir in der Luft schweben, dann packen wir es ein für die Erfahrungspunkte. Aber ansonsten, ich mach jetzt keine Umwege mehr für Geister. Zumindest gerade hab ich da keine Lust mehr drauf. Vielleicht später wieder. Aber jetzt will ich einfach... Es sind noch so viele Portale, die wir reinigen müssen. Das Portal muss gereinigt werden. Ähm, da, da, ne. Immer fleißig, was? Ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen. Du hast ja richtig Potenzial. Das Potenzial-Portal. Gegner. Ja, okay. Ich bin schon beim, beim Portal, das gereinigt werden muss. Deswegen sind sie Gegner. Oh, ist das gemein. Ah, 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 ah. Telefaziert sich einfach vor mich. Es ist crazy, oder? Die... Ich find, die Schussgeräusche werden nicht leiser. Ich weiß nicht, wie leise wir das noch machen sollen. So, schauen wir mal. Menü hör ich schon fast nicht mehr. Ja, jetzt geht's einigermaßen, oder? Tatsächlich. Mein Gott, sind diese Windschussgeräusche laut. Na gut, weiter geht's. Äh, das Portal müsste hier irgendwo... Ah, auf dem Dach. Das Toree ist ganz oben auf dem Gebäude. Dann muss ich da wohl hoch. Dann müssen wir da wohl hoch. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Gut. Und weiter. Und weiter. Na komm, saug sie ein. Okay, gucken wir mal. Ah, das nächste ist gleich ums Eck. Na dann, weiter geht's. Ein Portal nach dem anderen wird jetzt hier weggereinigt. Wie Geistermeisterpropper. Geisterpropper. Ja. Das wäre der Wortwitz gewesen. Dammit. Damit hätte doch nur ein Bruchteil einer Sekunde früher eingefallen. Geisterpropper. Reinigt die Tore. Die Tore. Ach, dammit. Ich glaube, ich glaube, ich habe bei dem Tor... Ah, wir haben eine neue Nebenmission. Das finde ich gut. Aber ich muss noch mal schnell eine Schnellreise zu dem Tor machen, weil ich glaube, ich habe nach der Reinigung vergessen, dass wir uns die Belohnungskette nehmen. Ach, Rainer. Wir müssen dranbleiben. Wenn schon. Nehmen wir die auch mit. Okay. Dann weiter zur Nebenmission. Die habe ich nämlich tatsächlich immer noch Bock. Ich fand die mit dem Klavier jetzt wieder ganz schön eigentlich. Kannst du mal kurz das Spiel zusammenfassen? Also im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, dass durch ein übernatürliches Ereignis, über das wir immer noch nicht besonders viel wissen, von der Story her jetzt gerade, alle Geister, äh, alle Menschen in Shibuya, einem Stadtteil von Tokio, verschwunden sind. Und sie haben sich einfach aufgelöst, also ihre Körper zumindest. Überall liegt noch ihre Kleidung rum. Und sie sind zu Geistern geworden. Und genau die Geister sind hier auf diesen Dächern zum Beispiel. Und... Ah, gleich erzähle ich weiter. Ah! So, und unsere Hauptfigur, unser Protagonist hier, hat das Ganze überlebt, weil er im Grunde einen Motorradunfall hatte. Und kurz bevor dieses Ereignis stattfand, das alle von ihren Körpern getrennt hat, hat er, äh, wer, wer fast gestorben. Der Geist von K.K., einem übernatürlichen Ermittler, der seinen Körper schon verloren hat vorher, ist in unseren Körper eingedrungen. Ich habe doch eigentlich ein sehr großes Herz. Und jetzt sind wir zu zweit in dem Körper. Quasi. Und deswegen haben wir Supergeister-Power. Die haben wir von K.K. bekommen, weil er unseren Geister über, äh, unseren Körper befallen hat. Und irgend so ein Kerl will irgendwie die Toten wieder erwecken. Und deswegen hat er das gemacht, dass er allen Menschen ihre Körper nimmt. Und wir sammeln jetzt diese Geister, weil die Technologie von K.K. und seiner Gang kann die Körper wohl wiederherstellen oder so. Keine Ahnung. Äh, und wir lösen jetzt Quests für irgendwelche Geister, die nicht ins Jenseits gehen können. Und außerdem sind ganz viel Besucher in die Welt gekommen. Und das sind quasi so übernatürliche Wesen wie die Slenderman-artigen Gegner hier. Die anscheinend auch diese menschlichen Seelen sammeln wollen, so wie wir. Wir müssen die sammeln, bevor es die tun. Und außerdem hat dieser Kerl, der die Toten wieder erwecken will oder so, irgendein Ritual mit meiner Schwester vor, die zufällig auch überlebt hat, diesen Event. Und das ist, glaube ich, so ziemlich zusammengefasst, was bis jetzt passiert ist. Guter Treffer! Autschi! Kannst du laut sein! Treff ich die überhaupt mit meinem Wasser? Ja, äh, ich kann mich nicht so schnell heilen und auch nicht so schnell weglaufen, wie die mich töten kann. Wow! Und ich habe nur noch meine blöde Wasser-Pump-Gun, die echt nicht so gut ist. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt müssen wir gerade aus irgendeinem Grund quasi so verunreinigte Tori... äh, Tore in, in ganz, in ganz Shibuya reinigen. Damit die Story weitergeht. Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben uns irgendeinen Grund dafür gegeben, warum wir das machen müssen. Aber, äh, whatever. Damit die Story halt weitergeht, müssen wir das machen. Aber ich mache Ihnen auch gerne die Nebenmission. Der Drache! Diese Schiebetüren sehen so kahl aus. Sie waren nicht immer so. Früher waren sie mit einem großen Drachen verziert. Es heißt, vor langer Zeit gab es einen Samurai, der viele Freunde im Kampf verlor. Er mischte ihr Blut mit Tinte und mahnte einen großen Drachen zu ihren Ehren. Doch leider hat gerade dieser Drache dein großes Unheil über das Land gebracht. Es war das Blut der Toten, das die Tinte verderbte. Seine Freunde müssen von einer tiefen Verbitterung erfüllt gewesen sein. Der damalige Hauptpriester wollte die Schiebetür zu Asche verbrennen. Doch der Drache sprang heraus und tauchte ab in eine Drachenhöhle, ein Ort voller Chi. Er soll in den Drachenvenen, unsichtbaren Energiekanälen verschwunden sein. Der Drache soll aus dem Gemälde geflogen sein? Möglich, wenn die Tinte verderbt war. Drachenvenen und Drachenhöhlen. Sehen wir uns um. Über sie finden wir vielleicht auch den Drachen. Sehen wir uns um. Ich finde, die Hauptquest geht eigentlich ganz cool los, die Hauptstory. Aber dann geht plötzlich irgendwie alles so schnell und wird ein bisschen verwirrend. Da hätten sie sich viel mehr Zeit nehmen müssen, wenn sie nicht zu vermisst. Aber die Nebenquests sind teilweise wirklich schön. Schauen wir mal, was es mit diesem Drachen aus verderbter Tinte aussieht. Kalki, da drüben! Oh, guck mal, und zwar die Drache, der sich über den Boden schlängelt. Bewegt sich doch die Drachen, Willen. Das sieht ja cool aus. Folge ihm zu seiner Höhle. Das gefällt mir, der Effekt. Das ist also eine Drachenhöhle. Na gut, versiegeln wir sie. Ach so. Ich wollte jetzt rein, aber schade, okay. Ich wäre lieber reingegangen. Ich hätte die gern von innen gesehen. Warte! Nein, 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 nein. Er scheint noch eine andere Höhle zu haben. Die muss auch versiegelt werden. Wegen der Story lohnt sich das Spiel nicht. Dann kann er nicht wo mehr hin und wird sich uns stellen müssen. Wenn man keinen Bock auf das Gameplay hat. Ich finde, also so die Welt und die, die... Der Charme, den das Spiel hat, den muss man mögen, dann vielleicht. Aber wenn man jetzt nur an der Hauptstory interessiert ist, dann ist das Spiel nicht empfehlenswert. Nee. Jetzt werden wir nie erfahren, was das Gestöhne ist. Es muss wohl noch mehrere Höhlen geben. Wie viele Drachenhöhlen gibt's denn noch? Und wo ist jetzt die nächste Drachenhöhle, bitte? Ich hab den irgendwie aus den Augen verloren. Hallo, Drache? Gezeichneter Tintendrache? Ich geh mal weiter, die Treppe hoch. Da war wahrscheinlich nicht... Ah, da, da, ich seh sie an der Wand. Ah, okay, alles klar. Hast schon, weiter geht's. Ich mach das. Gehen dir die Verstecker aus? Noch eine. Wo hat er sich denn hingeschlängelt? Oh, da ist noch was. Was ist das? Ah, das ist eine Statue von den Kodama. Nett. Okay, aber hier ist gar nicht mehr das Gebiet. Was ist gefährlich, der Kleine? Drachen. Und der Quest. Aber der war doch... Da war doch sein Nest. Und dann ist er da lang geflogen. Oh, da ist eine Statue. Oh, cool. Herr damit. Mehr Windenergie. Ich hätt gern mehr Feuerenergie. Lass uns jetzt bloß nicht im Stich. Ist er vielleicht da lang? Ich glaub nicht. Überall essen. Nehmen wir alles mit. Oh, nee. Ich hab keine Ahnung, wo der Drache hin ist. Muss ich vielleicht mal hoch? Komm schon. Schauen wir mal... Ah, guckt. Da seh ich ihn immerhin. Da hätt ich jetzt gar nicht gesucht. In die Richtung. Na dann. Da ist die nächste Drachenhöhle. Gib einfach auf, Drache. Hüu. Er gibt nicht kampflos auf. Hartnäckig ist er. So viel steht fest. Ich hoffe, wenn du nicht ausreichen kannst. Ich hoffe, wenn du nicht ausreichen kannst. Eine ganze Horde von Slenderman hier. Jetzt lass mich doch mal den Finisher bitte. So. Jetzt lässt sich schnell was. Und dann geht der Kampf weiter. Ah! Meine Güte, die nehmen wir kein Ende mehr. Und die droppen vor allem keine Feuermunition, die unverschämten Kerle. Nehmen wir mal unseren Super-Power-Move. Gerade weil da auch ein Dicker dabei ist. Dann spannen wir uns sehr viel Zeit. Nicht übel für einen Tag. So, Drache. Jetzt tut's mir leid, aber ich befürchte, ich muss jetzt deine letzte Höhle versiegeln. Zurück mit dir. Der arme Drache, der kann ja auch nichts dafür, dass er mit verfluchter Tinte gemalt wurde. Oh nein. Der arme... Gehen wir zum Tempel zurück und sehen uns die Tür an. Oder ist er jetzt in den Himmel aufgefahren? In den Drachen... Ins Drachen Elysium. Hoffentlich. Ja, das stimmt, ne? Wenn der schon so einen Gokus Synchronstimme hat, hätte er sich beim Drachen jetzt lieber was wünschen sollen. Die Verderbnis des Drachen ist gereinigt. Endlich finden diese Seelen ihren Frieden. Ihr habt meinen tiefsten Dank. Damit sollte das Unheil jetzt endlich abkriegen. Eigentlich ist das Bild schon ziemlich cool. Ein Holzfisch. Ein Holzfisch? Wo ist denn das ein Fisch? Ich erkenne da... nichts. Aber auch kein Fisch. Musikinstrument, das buddhistische Mönche beim Rezitieren von Sutras spielen. Auf einem Holzfisch. Als würde er es gleich aus dem Bild springen. Oder fliegen. Komm schon, du weißt, was ich meine. Ich glaube, mein Controller ist leer. Heute geht aber auch alles schief. Aber ich habe ein Kabel hier. Moment, ich muss das nur schnell anstecken. Ich bin sehr froh darüber, dass mein Bildschirm USB-Steckplätze hat. Das ist sehr praktisch. Okay. Controller. Von mir aus. Ich könnte jetzt wieder losgehen. Okay, gut. Jetzt vibriert er. Und zwar dauernd. Jetzt hat er aufgehört. Also, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Die Technik mag mich heute nicht. Das Instrument ist eigentlich ein Frosch. Aber ein ähnliches. Ein Frosch. Ich muss mir das jetzt mal kurz in der Datenbank angucken. Weil als Frosch könnte ich das, glaube ich, eher interpretieren, ja. Aber als Fisch habe ich das gar nicht erkennen können. Ich kann es leider auch nicht drehen. Eigentlich kann man es schon drehen. Doch, genau. Ähm. Ist, wenn das der Mund ist und der hat den Ponöpel im Mund, ne. Könnte sowohl ein Frosch als auch ein Fisch sein. Irgendwie. So ein bisschen. Naja, okay. Irgendwas wird es schon sein. Ein gestrandeter Tintenfisch. Ja, das kommt hin. Schauen wir uns nochmal das Gemälde an, das eigentlich ganz cool ist. Ich finde es eigentlich auch ganz cool. Ich hätte gerne an meiner Wand so ein... So eine... Warum eigentlich nicht? An einer Wand in seinem Haus. Oder? So eine Zeichnung. Genau so. Genau die. Ich finde es gut. Ich hätte nichts dagegen. Ich werde sie nehmen. Ein Wandgemälde. Ein ziemlich cooles. Okay. Das Portal ist gereinigt. Auf zum nächsten Portal. Ne, ich muss schon sagen. Ich glaube so... Den ist ungefähr bei der Hälfte des Spiels die Zeit ausgegangen. Und dann haben sie gesagt... Okay, keine Ahnung. Und jetzt passiert innerhalb von zwei Cutscenes die komplette restliche Story. Und man muss jetzt noch alle Portale reinigen, damit das Spiel nicht nur 10 Stunden lang ist. So fühlt es sich gerade ein bisschen an für mich. Schade drum. Aber gut. Die ersten paar Stunden haben mir sehr gut gefallen dafür. Red dich bitte um Slenderman. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will dich Stealth killen. Danke. Danke für die Kooperation. Geh über die Dächer. Da haben wir erstens... weniger Gegner. Da draußen sind noch mehr. Wir müssen sie finden. Und zweitens Geister. Die wir auch noch einsaugen können. Warum nicht? Okay. Das nächste Portal. Oh. So. Okay. Ich habe nur schon gedacht, dass wir gegen den Riesen kämpfen müssen. Aber leider nicht. Ah. Ich habe nur noch einen Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen. Jetzt geht kaputt. Danke. Ich packe mal meine Feuerfaust aus. Für die nächsten Gegner, die kommen. Ähm. Ah! Ah! Okay. Oh oh. Kein Feuer mehr. Weglaufen. Es ist vorbei. Ah, cool. Wenn sie uns wenigstens vorwahren könnten, bevor sie auftauchen. Die tauchen doch ständig auf. Man muss doch immer mit denen rechnen. So einfach werden wir uns ihm nicht nähern können. Das ganze Gebiet ist voller Nebel. Er wird einfach unsere Seelen verschlingen, wenn wir da ziellos umherirren. Und was sollen wir dann jetzt machen? Ganz einfach. Wir gehen mittendurch. Ich gehe voran. Komm. Aha. Jetzt. Kann ich doch erst mal die Story wieder weitermachen, oder? Oder wo müssen wir jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Ja, machen wir einfach mal, was der Questmarker sagt. Ach so, genau. Das Tor reinigen. Ja, das ist eine gute Idee. Durch den Nebel durch? Ist das denn möglich? Keine Sorge. Renko und die anderen haben eine Lösung gefunden. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Die Legende der Riesen vor langer, langer Zeit durchstreiften Riesen dieses Land. Ihre Schritte riefen gewaltige Stürme hervor und ließen mächtige Berge und riesige Schluchten entstehen. Diese Riesen nannte man Daidarabocci. Und das sind wahrscheinlich genau die Riesen, die jetzt vom Oberbösen beschworen wurden. Ja, das ist ein... Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ein Vorbesteller-Bonus-Outfit ist oder so. Aber das ist irgendein spezielles Outfit. Das Outfit, das wahrscheinlich im Chat immer für das meiste Aufsehen sorgt, ist ziemlich sicher das Fallout-Outfit. Aber es gibt ziemlich viele Kleidungsstücke und ziemlich viele Kombinationsmöglichkeiten von Kleidungsstücken, was ich bei einem First-Person-Spiel immer ein bisschen komisch und lustig finde. Aber gut, ist ja okay. So, womit geht's weiter? Ah, jetzt können wir zu dem großen Schrein. Zu dem unten Schrein. Und ich glaube, der ist irgendwie wichtig. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gehen wir da mal hin. Der sieht zumindest anders aus wie alle andere Schreinsen. Machen wir mal. Ah, Würfel-Heini-Mini-Spiel. Ah, okay. Ich muss echt auch sagen, ich habe mit dem Spiel ein bisschen abgeschlossen jetzt. Das hat mir die ersten Stunden schon wirklich Spaß gemacht. Aber jetzt will ich es eigentlich einfach nur durchspielen. Und das machen wir auch. Aber hier jetzt so kleine Sammelmissionen für mehr Erfahrungspunkte und so sind schon gut. Ein bisschen hochleveln schadet mich vom Endgame mit Sicherheit. Hi, Mike. Wie geht's? War's das? Das war's. Sehr gut. Dann nehmen wir die mit. Na, aber das ist jetzt, glaube ich, so mein Plan heute für den restlichen Stream. Wir schauen, ob wir das Spiel durchspielen können. Ich mache die Nebenmissionen, weil da verbergen sich ein paar nette Geschichten, habe ich so gemerkt. Und ansonsten nehme ich halt mit, was jetzt so auf dem Weg von A nach B gerade vor uns liegt. Aber ich glaube, meine Sammelwut hat sich jetzt irgendwie ein bisschen gelegt. Und kämpfen will ich auch nicht mehr, wenn es sich vermeiden lässt. Schauen wir einfach mal, ob wir abhauen können. Bei oben beim Tori müssen wir wahrscheinlich eh wieder kämpfen. Wo ist es denn? Das müsste... Ah ja, guck. Ah. Ah. Und da hinten hängt noch eine, habe ich gesehen. Da gehe ich mal mit dem Feuer ran. Oh, kein Feuer mehr. Okay, dann wieder Wind. Okay, das sind irgendwie jetzt mehrere, die ich hier alle reinigen muss oder irgendwie so, glaube ich, ne? Okay. Kommt mir aus. Aber das hier nicht. Ah. Okay. Ah. Mir geht's auch gut. Dankeschön. Ja, genau. Ich glaube wirklich, wenn du Open World sowieso nicht mehr so magst, dann ist Ghostwire Tokyo vielleicht nicht das richtige Spiel für dich. Ich sag's immer wieder, mir ist das Spiel eigentlich sympathisch vom Stil her, von den kleinen Geschichten, von der japanischen Mythologie her, die es auch teilweise ganz schön darstellt. Aber das, gerade die ist die große, die ist die große, große Schwäche von dem Spiel. Ja, das ist schon Arbeit. Ja. 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 Gut, komm, helfen wir doch mehr von denen. Okay. Ja. 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 meiner Ketten so. Habt ihr das gesehen? Das sollte reichen. Das war komisch. Okay, ich glaube, wir haben eine zumindest eine neue Nebenquest freigeschaltet. Zwei sogar. Das ist doch schön. Drei sogar. Dann machen wir die. Wie gesagt, die sind für mich immer noch das Beste an dem Spiel. Da hätten sie vielleicht mehr von dem machen sollen. Aber das sage ich ja immer wieder. Und die hören einfach nicht auf mich. Aber immer wieder bei jedem zweiten Open-World-Spiel, wenn nicht sogar bei jedem 1,8 oder 0,8 eher, genau, sage ich, die Welt viel, viel kleiner machen. Viel weniger Collectible Scheiß rein. Konzentriert euch lieber auf die Nebenquests, auf die Hauptstory. Macht das gut. Und dann sind alle glücklich. Aber nein. Aber nein. Du bist Joske, oder? Wir haben schon zusammen gespielt. Na und? Ich will das Mal spielen. Los, spielt mit mir. Der Junge weiß, was er will. Schätze, wir können noch ein bisschen. Alles klar. Machen wir. Warum denn nicht? Versteckspiel 2. Das ist jetzt nicht die beste Nebenmission. Aber ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich bin, wisst ihr was? Machen wir gleich schnell, wie spät ist es denn jetzt? Machen wir schnell 10 Minuten oder so Pause bis halb oder so kurz nach halb und dann geht's weiter hier. Bis gleich. 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 Da bin ich wieder. Ich musste unserem Kater schnell seine Tabletten geben, die ihr zur Zeit kriegt und so. Ähämm. Wo waren wir? Open Worlds. Ich find leider auch ... Also ich hab halt das Gefühl und ich glaube, dass ist auch wirklich so, dass in vielen Spielentwicklungsstudios halt erstmal eine Welt gebaut wird, die ungefähr so groß ist wie die Oberfläche vom Jupiter und dann haben sie keine Ahnung mit was sie die Welt eigentlich füllen sollen. Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Was war gleich nochmal unsere Nebenmission aktuell gerade? Was machen wir hier? Ach so, genau. Ich soll den Geisterjungen finden. Ich spiele Verstecken mit dem Geisterjungen. Naja, schade. Aber von mir aus. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Ich höre komische Geräusche. Aber ich sehe den Geisterjungen nicht. Ich sammle mal alles andere. Was hier so ist. Zum Glück ist das Gebiet jetzt nicht super groß. Aber schon ein bisschen groß. Ist er vielleicht in dem Tempel? Da kann ich gar nicht rein. Ja, dann wahrscheinlich nicht. Das wäre gemein. Ja, wahrscheinlich ist er schon irgendwie in dieser Tempelanlage. Tempelanlage. Der würde mir doch mit Geistersicht sicher angezeigt werden, oder? Was verkaufst du denn hier? Nikomata. Hallo, Freund Blase. Wie geht's? Äh, Pfeile aufstocken. Machen wir. Betäub... Äh, was... Wisst ihr, vielleicht sollte ich Betäubungszettel kaufen. Wir sind so reich. Ich benutze die halt nie. Aber... Wahrscheinlich wären diese ganzen Talismane, die man kaufen kann, vielleicht gar nicht blöd. Ja, da mit. Ja, ja. War was Gutes da. So. Danke schon. Ach, da ist noch ein Katzenhändler. Schauen wir mal, was der hat. Ach so, das ist so einer. Dem kann ich quasi so Collectibles, die ich in der Welt gefunden habe, also so einzigartige Collectibles, verkaufen. Bei dem kann man diese... Auch eine KK-Aufzeichnung kaufen. Die bringt uns sehr viel Fähigkeitspunkte. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh, warte. Ich glaube, ich will das Outfit haben. Normalerweise waren mir die Outfits immer egal. Aber ich glaube, ich will den Trenchcoat. Dann ziehen wir aus wie... Castiel. Oder der mysteriöse Fremde. Oder... Wie sie alle heißen, diese Trenchcoat-Träger. Jetzt mal Zeit, aus den Ninja-Klamotten zu schlüpfen. Meine Güte, das Spiel leckt gerade so. Na, jetzt hat's aufgehört. Okay, das war weird. So. Schauen wir mal, wo der Trenchcoat ist und was wir dazu anziehen. Ah ja, da ist er, der Trenchcoat. Gibt's den auch? Ja. Ja. Das ist gut. Und dazu die kurzen Hosen. Das ist doch super. Moment mal. Wir haben die Masken bekommen. Die creepy Masken, die uns töten wollten. Das finde ich irgendwie gut. Ich glaube, die ziehen wir an. Und dazu ein Cappy. Das passt doch wunderbar. Ne, das machen wir nicht. Oh, war das gerade laut. Tommy Bear. Dankeschön fürs Follauen. Aber das hat mich gerade so erschrocken. Oh Gott. Finde ich lustig. Und Columbo. Genau, natürlich. Wir sind ja hier auch Ermittler. Eine Frage hätte ich da noch, Herr Geist. Und dazu kurze Hosen. Ich muss, ich würde fast, ich ziehe, wir ziehen kurze Hosen an. Ich ziehe genau die Hosen an. So, wunderbar. Okay. Werden wir jetzt jemals diesen Jungen finden oder nicht? Das ist die Frage. Zieh mir mal so ein Glücks-Dingsy. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Großer Reichtum erwartet dich. Na dann. Für kurze Zeit werden EP-Belohnungen für das Besiegen von Besuchern verdreifacht. Und Gegner können dir nichts anhaben. Okay. Dann würde Kämpfen jetzt Sinn machen. Dann würde Kämpfen jetzt gerade mehr Sinn machen, als hier irgendwie nach so einem Geisterjungen suchen, den ich einfach nicht finden kann. Warte mal. Ich schaue immer nach unten. Was ist, wenn er noch weiter oben ist? Was ist, wenn er da ist oder so? Schauen wir mal mit unserem neuen Inspector Columbo Outfit. Was war denn? Habt ihr das gesehen? Was war denn das gerade bitte für ein... Hier. Dieses grüne Fluddensaal. Vielleicht sollte ich den mal... hinterherjagen. Das führt eher hier so rein. Diese Heldensache ist echt harte Arbeit. Der Junge ist hier irgendwo. Such weiter. Ja. Ich hab's auch gehört. Aha. Er ist in diesem Schre... Abgeschlossen. Klar. Abgeschlossen. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Kann ich vielleicht beten zu den Göttern, dass die für uns den Schrein öffnen? Ich befürchte nicht. Dann möchte ich SK regenerieren. Ich weiß nicht mal genau, was SK ist. Ich hoffe, die Special Power-Kraft... Ah, der ist wohl etwas auf unserer Seite. So, wo kriegen wir jetzt den Schlüssel her? Ich hoffe, ich bin da drin. Aber wie komme ich da rein? Ah, doch, die Tür. Macht Sinn, macht Sinn. Safe ist Geld. Kein Schlüssel. Auch kein Schlüssel. Hier werden Sie nicht mehr finden. Der Revierkampf der Tango. Ein vom KK verfasster Bericht über einen Revierkampf der Tango. Wer wird hier zusätzlich... Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viel Fähigkeitspunkte hier. Glaube ich. Da schauen wir dann gleich mal. Hey, Tanaros. Hallo. Willkommen. Habe ich dich diesmal hoffentlich richtig ausgesprochen. Bei TH denkt man halt gleich an TH, ne? Also ich zumindest. 60 Fähigkeitspunkte. Meine Güte. Was können wir damit eigentlich nicht lernen? Aber was wollen wir noch lernen? Das ist die eigentliche Frage. Ich habe jetzt, glaube ich, so ziemlich alles... Ja, wisst ihr was? Ah, ne, geht nicht. Okay. Ähm. Leveln wir unser Wasser einfach ein bisschen hoch. Schadet auch nicht. Habe ich. Sehr gut. Dafür müsste ich halt jetzt quasi, damit wir diese Magatama kriegen, damit ich meine Fähigkeiten hier noch höher stufen kann, müssten wir so kleine Mini-Missionchen machen. Diese Geister jagen. Diese Baumgeister beschützen. Sowas in der Art, ne? Zusätzliche Lebensenergie regenerieren beim Finishing. Okay, das nehmen wir. Ich bin jetzt an dem Punkt. Kennt ihr das, wenn man alles, was man haben will, schon lange hat? Und dann geht man dazu über, dass man einfach die Punkte halt für das, was der Reihe nach so kommt, raushaut, weil es keinen mehr interessiert. Okay. Wow, als könnte ich es mit der ganzen Welt aufnehmen. Gut. Ach so, genau. Wir suchen immer noch den Schlüssel für den Geisterjungen. Ich habe schon wieder komplett vergessen, was wir hier eigentlich tun. Komplett vergessen. Wie geht's, Tanaros? Kommst du gerade von deinem eigenen Stream? Du streamst nämlich, glaube ich, auch immer Dienstag, oder? Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Aber schon öfter auf jeden Fall. Ah, könnte der Baum... Okay, ich bin reingefallen. Dann machen wir jetzt. Genau, bei mir ist auch Dienstag immer Streamstag. Deswegen verpassen wir uns da immer. Na, wo ist es denn? Das Dingy. Ich bin nicht jetzt. Meine Gotte. Meine Gotte. Schrei doch nicht so. Hatte aber heute nicht so viel Lust, war da nur eine Stunde. Wir müssen wieder Elden ringen. Ja, es wäre so cool, finde ich, wenn wir das wirklich machen könnten, dass wir das Koop spielen. Also, dass du mich beschwören kannst in den Bosskämpfen und so. Schade, dass das nicht Crossplay-fähig ist. Immer nervig bei sowas. Ich, bei mir geht's heute noch länger, bis elf heute sogar, weil ich ein paar Streamstunden nachzuholen habe. Beziehungsweise, weil die Speltenleiste, die man oben in der Mitte sieht, diesen Monat so voll gefüllt ist. Gehörst du zu der Quest irgendwie? Seltsam. Wo ist denn nur dieser Schreinschlüssel? Ja, frage mich auf. Ich glaube, ich hatte es zuletzt im Hauptsaal gesehen. Aha. Ein Hinweis. Gut, dass wir unseren Columbo-Mantel angezogen haben. Aber was ist da Hauptsaal? Das ist jetzt die Frage. Bist du da Hauptsaal? Diese verflücksten, diebischen Quälen. Die schleppen jeden Mist aus Dach des Schreins. Ah, danke. Ich verstehe. Diese verflicksten, diebischen Krähen haben also den Schlüssel gestohlen. Na, aber wie komme ich da jetzt hoch? Ich würde fast mal behaupten, so. Na also. Das ist der Schreinschlüssel. Jetzt haben wir ihn. Du bist ein Geist. Du weißt, dass du einfach noch ein bisschen höher hättest fliegen können, oder? Oder haben Geister so ein Maximalflughöhen? Ich wollte schon Tempo sagen, Höhe. Könnte auch sein. Vielleicht dürfen die nur in zwei Meter Höhe schweben. Und dann ist Schluss. Überm Boden halt. Vielleicht sind es nur so Hover-Geister. Und keine Fluggeister. Wieso F-Zero-Autos? Nur halt tot. Ich meine, F-Zero-Autos sind technisch gesehen ja auch tot. Vielleicht sind Geister und F-Zero-Autos quasi ein und dasselbe. Im Grunde. Im Kern. Oh, vielleicht werden F-Zero-Autos mit Geistern betrieben. Wir sind da was ganz Heißem auf der Spur, glaube ich. Wo hat sich jetzt das Kind gleich nochmal versteckt? Ich glaube, da hinten. Genau. Hä? Oder ihm wurde langweilig und er ist abgehauen. Jedenfalls reicht's mir mit diesem Spiel. Mir auch. Und die Quest ist abgeschlossen. Sehr gut. Neue Nebenquest. Versteckspiel 3. Na gut, aber die ist irgendwo im Nebel. Da machen wir jetzt erstmal. Blutdurstige Blüten. Mitake. Ein weiterer Kirschbaum wurde von Verderbnis befallen. Ach, nö. Machen wir trotzdem. Aber... Ich finde echt, das Spiel lässt ab der Hälfte ungefähr nach. Auch die Nebenquests sind nicht mehr so gut. Und die waren für mich echt das Highlight. Ne, ich hab die die ganze Zeit gelobt. Aber eine gute Nebenquest hatten wir heute immerhin. Schauen wir mal, wie die wird. Ein Geist. Alte Wunden. Na gut. Jetzt machen wir erst das mit den Kirschbäumen. Und dann schauen wir uns mal alte Wunden an. Alte Wunden kann niemand öffnen. Oder so. Nein, warum? Diese Tengus, ey. Die man beschwören kann. Die sind so unzuverlässig. Manchmal geht's. Manchmal nicht. Das Spiel hat da keine klaren Regeln, was diese Tengu-Beschwörung angeht. Ich versteh's nicht. Ich bin froh, dass wir sie retten konnten. Spiel ist, äh, 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 also nach der Hälfte nach. Ja, hörte ich auch. Ja, ja, genau. Ich finde, das geht echt gar nicht so schlecht los. Ich meine, die Open World ist natürlich wirklich aus den 2000ern. Das muss man echt sagen. Und auch das Kampfsystem ist nicht der Hammer. Aber eigentlich war's mir am Anfang sehr, sehr sympathisch. Und mittlerweile ist es eher so, mäh. Naja, passt schon. Gibt's schlimmere Spiele, die ich jetzt spielen könnte. Aber, ja, auch bessere. Noch mehr rote Kirschblüten. Der Baum ist verderbt. Wir haben Besuch. Lassen wir ihn nicht. Mein Gott, das sind so viele. Was ist denn hier los? Ah! Autsch. Keine Wassermunition mehr. Schnell ihn essen. Okay. Und weiter auf die Schwellkinder schießen. So muss das sein. Oh, jetzt kommt auch noch Slenderman. Keine Slenderman sind, ich weiß. Aber die sehen halt genau aus wie Slenderman. Okay, ich benutze meine Superpower. Das wäre mir zu gut hier. Mein Gott, das sind nochmal so viele gespawnt. Heiliger Bim Bam. Autsch. Autsch. Ui, der Kirschblütenbaum war mal verdorben hier. Ja, gute Arbeit. Reinigen wir den Baum. Reinigen wir den Baum. Wie bei alten Arkad-Automaten. Die ersten 30 Minuten waren voller Liebe zum Detail und der Rest nur Wiederholung. Ich meine, das ist ja wirklich so eine Open-World-Spiel-Krankheit auch. Das ist ja nichts Neues. Oder überhaupt auch so eine moderne Videospiel-Krankheit, dass... Genau so sollten Kirschblüten aussehen. Die Intro-Mission, die man dann auf den Spiele-Messen zeigt... Jetzt noch Bier und eine Picknick-Decke. ...super gepolished ist. Und alles, was danach kommt, ist dann so, na, interessiert keinen mehr. Und weil halt statistisch gesehen irgendwie sowieso nur 7% der Spieler und Spielerinnen das Ende sehen, wird das dann einfach so noch hingeklatscht. Das war früher nicht so. Einige meiner Lieblingsspiele sind eigentlich durchschnittliche Spiele, aber haben dann ein echt gutes Ende. Das macht für mich immer sehr viel aus. Ein gutes Ende kann darüber entscheiden, ob im Spiel gut oder schlecht in Erinnerung bleibt. Aber heutzutage wird sowas gar nicht mehr gemacht. Ich will nicht noch mehr kämpfen. Tango, bitte, lass mich mich irgendwo hochziehen. Komm schon. Ah, jetzt will er. Dann meiden wir die Straßen und fliegen über die Dächer zu unserem nächsten Missionsziel. Na gut, die Kirschbaum-Mission war jetzt wieder ziemlich lame oder einfach nur ein riesiger Massenkampf, der nicht aufhört. Aber jetzt gucken wir mal, wie, wie heißt sie gleich nochmal, alte Wunden wird. Das klingt doch zumindest gut. Welt sieht gut aus und Tokio sieht man selten. Daher, ja, gibt es Schlimmere. Ja, eben. Ich meine, wenn so um die... Ich glaube, wenn man so richtig das asiatische oder das japanische, das Tokio-Gefühl kriegen will, auch von Leuten, die schon mal in Tokio waren, habe ich das gehört, gibt es nichts Besseres als die Mafia-Spiele. Aber das ist schon auch ziemlich schön gemacht hier. Ich fand jetzt auch die Open World in The Evil Within 2 nicht so geil und hat sie auch nicht gebraucht. Ursprünglich sollte ja Ghostwire Tokyo The Evil Within 3 sein. Ich fand eigentlich The Evil Within 2 ziemlich cool. Mir hat die Open World auch gefallen. Das war für mich genau das richtige Maß an Open World für diese Spielformel. Die war nicht zu groß, sondern hat halt einfach nur quasi diese ganzen kleinen Dungeons miteinander verbunden. Das fand ich ganz nett eigentlich. Das hat mir gefallen. Aber The Evil Within 1 war besser, schreibt Thanaros. Ich finde auch... Es ist halt so eine Sache, das geht mir ja oft so. Ich finde, rein vom Konzept her würde ich sagen, ja, der erste Teil war auf jeden Fall das klarere Spiel, das bessere Spiel, das besser strukturierte Spiel und auch im Design cooler. In viel aller Hinsicht war der erste wirklich das bessere Spiel, finde ich auch. Aber der zweite hat mir einfach mehr Spaß gemacht. Irgendwie. Der war gameier irgendwie. Und das hat mir gefallen. Deswegen mag ich beide sehr gern. In den letzten drei Monaten sind vier von uns Arbeiter nie gestorben. Ich wusste, wir hätten dieses Ding nie anfassen dürfen. Was ist mit dir passiert? Die Arbeiter hier verreckten wie die Fliegen. Es gab schon immer Gerüchte um diesen Ort. Aber der Boss wollte nie was davon hören. Ich hätte nie herkommen sollen. Klingt fast so, als hätten sie etwas Gestörtes hier lebt. Die Soundabmischung in dem Spiel ist auch furchtbar. Das Gestöhne von der Hauptfigur fällt jetzt wahrscheinlich deswegen in den Kämpfen so stark auf, weil, guck mal, ich musste die Special-Effekte in dem Spiel quasi fast ausschalten, weil die sind so laut, dass man nichts anders mehr hört. Die waren, als wir den Stream angefangen haben, heute noch auf 80 oder, nee, auf 60. Und selbst das war dann noch viel zu laut. Mittlerweile sind wir jetzt auf 19 angekommen. Und jetzt passt es einigermaßen vom Balancing. Aber meine Güte. Aber Balter redete nicht mehr. Ich habe den Geist des Gebieters, der dieses Land besetzte. Es heißt, er wurde während eines schweren Blizzards von seinem eigenen Untertan getötet. Wo ist er? Ah, wisst ihr, was dieses Flunserl sein könnte? Das jetzt neuerdings da ist, dieses grüne Flunserl. Könnte das sein, dass das, weil ich bei einem Schrein an die Götter 500 Gold gespendet habe? Und ich habe mir doch gewünscht, dass ich dahin geführt, oder dass ich finde, was ich suche. War, glaube ich, die Formulierung, ne? Und ich habe mir noch gedacht, das ist wahrscheinlich nur ein Scherz. Aber ich glaube, das Flunserl zeigt mir jetzt quasi, wo ich hin muss. Also ganz wortwörtlich, dass ich wirklich finde, was ich suche. So, so. So, so. Gut. Komm, helfen wir doch mehr von denen. Ich glaube, mein Geisterzettel ist voll. Was ist das? Oh, was haben wir denn hier? Ein Katana. Leider können wir das wahrscheinlich nicht zum Kämpfen benutzen. japanische Schwert, uralte Klingenwaffe, die ab dem 10. Jahrhundert in Japan Verwendung fand. Und den Bagger hauen wir. Was hat er jetzt davon? Na gut, hier ist eine Sackgasse. Das ist irgendwie alles ein ganz schönes Labyrinth hier anscheinend. Ähm. Ich denke, wir müssen wahrscheinlich erst runter, damit wir dann wieder hoch können. Na ja, komm. So einen normalen Slenderman, den machen wir so fertig. da müssen wir nicht lang rumüberlegen. Rumschleichen, meine ich vor allem. Fass das Ding einfach nicht an. Außer du willst, dass der Gebiet her aufkreuzt und dich umbringt. Was denn für ein Ding? Das Ding da. Ich fühl mich ja hier fast ein bisschen. Oh oh. Das Ding da. Ich fühl mich nicht an. Zeit aufzumachen. Wem dann ins Spielding aus voller 3, ne? Da geht mal in den Keller von so einem eingestürzten Gebäude und dann ist da ein seltsames Artefakt. Ähm. Ist der Gegner gerade durch die Wand geglitscht? Ja, aber die teleportiert sich schon wieder in die Arena. Gut. Ich meine, es sind Geister, ne? Natürlich können die durch Wände durch. Das ist nicht mal wirklich glitschen. Das ist logisch. Das ist Spiellogik. Jetzt berühren wir mal das Ding und holen uns den Zorn des Gebieters. Ich rüste schon mal meine Feuerwaffe aus. Ein Gedenkstein. Sie haben wohl versucht, ihn zu zerstören. Muss ihn erzürnt haben. Vielleicht sollten wir ihn beschwören und befragen. Hey, äh. Meinst du das etwa ernst? Zerstören wir diesen Stein. Los. Ernsthaft. Wie denn? Warum seid ihr Feigenhunde immer noch hier? Hat funktioniert. Mussten ihn nicht mal zerstören. Ihr wagt es, ein neues Chaos in mein Haus zu tragen. Oh, das wird ein richtiger Bosskampf mit eigener Arena. Damit habe ich nicht gerechnet jetzt hier. Sind wir in der Zeit zurückgereist? Das sieht aus wie ein altes Samurai-Anwesen. Hier kamen die Gedenksteine her. Etwas Schreckliches muss hier passiert sein. Ich sag's ja, ne? Ich sag's ja, die Nebenquests sind teilweise die Highlights. Manche halt leider nicht, aber einige. Wenn alles auf dem Niveau wäre von den besten Nebenquests, dann hätten wir hier ein sehr gutes Spiel. oder Gutes zumindest. Doch er wurde getötet, als einer seiner Diener ihn verliebt. Und das geschah auch noch auf der Hochzeitsfeier seiner Tochter. Er muss voller Kummer gestorben sein. Hup! Bosszeit! Ach, das war's schon. Fuh! Bärly an Inconvenient. Du niederträchtiger Verräter! Sorry, Kumpel. Du hast den Falschen. Wir wollen dich von deinem Schmerz erlösen. Du hast das erste Mal Resident Evil 1 durchgespielt. Du, vor kurzem. Das ist schon cool. Resident Evil 1, das Remake vor allem, ist auch, wenn man mit der Panzersteuerung klarkommt, immer noch ein absolut fantastisches Spiel, finde ich. Schönes Rätseldesign. Die Verbitterung über den Verrat hat ihn also zum Phantom gemacht? Ja. War wahrscheinlich jemand, dem er vertraute. Der Schmerz des Verrats hört nie auf. So viel ist sicher. Gutes Survival Horror Balancing. Das ist schön. Das ist super. Okay, alte Wunden gelöst. Ich finde, das war wieder eine nette Quest, ne? Die, oh nein, ich meine, Zettel ist voll. Ich kann die Geister nicht mehr aufsaugen, die hier sind. Das ist ärgerlich. Ähm. Äh, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Die haben halt leider relativ wenig Gegnertypen in dem Spiel. Manchmal setzen die den Androhyte auf und sagen, so, jetzt ist es ein neuer Gegner. Aber im Endeffekt gibt es halt irgendwie nur drei, vier Kerngegnertypen. Na, ist ein bisschen übertrieben, aber mehr als sechs wahrscheinlich wirklich nicht. Oder nicht sehr viel mehr. Und das wird halt dann auch recht eintönig. Sehr schade, dass ihr nicht schon früher hier wart. Naja, die Quest ist erledigt. Was will man mehr? Oh yeah, okay. Ich denke, wir müssen jetzt einfach weiter Schreine reinigen. Reine schreinigen. Ähm. Aber wir haben jetzt wir haben jetzt echt schon gut was geschafft. Jetzt haben wir hier noch einen, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh mein Gott, das sind immer noch so viele. Aber gut, am Anfang waren es irgendwie 14 oder sowas. Wir sind eh schon gut vorangekommen. Jetzt hätte ich nur gern einen Schnellreisepunkt mit einer Telefonzelle in der Nähe. Das wäre ganz nice gerade. Aber ich finde keinen. Aber es gibt es. Ich weiß es. Ah ja, hier zum Beispiel. Okay. Ah, mich juckt es hier gerade. Oh Gott, ich habe einen Mückenstich. Oh Gott, der erste Mückenstich des Jahres. Jetzt geht es los. Hat eigentlich eh lang gedauert. So. Unser Charakter bräuchte jetzt eigentlich nur noch so eine Sherlock Holmes Mütze. Wir haben jetzt den, den Mantel von Columbo. Was sehen wir denn hier? Den Mantel von Columbo, die kurzen Hosen von Detektiv Conan. Ich weiß nicht, woher die Maske kommt. Die hatte auch irgendwas mit Detektivität zu tun. Aber jetzt fehlt nur noch der Columbo-Hut. Meine Güte, warum, warum, hey, es muss irgendwas mit dem Outfit zu tun haben. Immer wenn ich ins Menü gehe und mir das Outfit ansehe, dann fängt das Spiel zu ruckeln an. Meine Güte, ist es die Maske? Ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas von dem Outfit killt entweder meinen, meinen Rechner oder das Spiel. Eins von beiden. Oder beides. Dam, dam, dam. Das, ich hab einfach, die Kombination ist so scheußlich einfach, das hält das Spiel nicht aus. Das ganze Universum wird durch diesen schlechten Kleidergeschmack in seinen Grundfesten erschüttert. Achso, deswegen zuerst mal alleine zugeschaut, weil du es früher immer bei deinem Onkel gesehen hast. Okay. Man muss sich an diese Panzersteuerung gewöhnen. Viele mögen das hier gar nicht. Die kommen auch gar nicht damit klar. Kann ich, kann ich verstehen. Mein Gott, wenn das so ist, ist es blöd. Kann man nichts machen. Mich haben die, ehrlich gesagt, nie gestört und bestört auch Panzersteuerung immer noch nicht. Ich komme damit echt gut klar. Schon immer. Aber, ja genau. Wenn, wenn man damit nicht klarkommt, dann kann man es halt natürlich vergessen, die oldschooligen Survival-Horror-Spiele zu spielen. Das ist halt dann so. Aber ich muss sagen, in, ähm, wie heißt das Spiel gleich nochmal? Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. So ein relativ neues, jetzt schon erschienenes, Survival-Horror-Spiel. Das ist ganz klassisch, und das ist sogar ein echt gutes, klassisches Survival-Horror-Spiel. Ich habe da sogar ein Video dazu gemacht. Kann mich gerade nicht mehr an den Namen erinnern. Da spielt man so eine Frau mit ganz... Äh, genau, mit so einem ganz komischen Figuren-Design der Hauptfigur, mit so einer Augenklappe und sowas. Ganz weird. So sehr 90er Jahre japanisch. Tormented Souls, genau, dankeschön. Äh, das fand ich sehr gut, das fand ich sehr cool, aber da habe ich mich dabei ertappt, wie ich sehr schnell von der Panzersteuerung, die das Spiel hat, zu der... Ja, wie soll ich das beschreiben? Zu der relativ zur Kameraeinstellung, äh, Steuerung gewechselt bin. Ich hätte vor dem Spiel immer gesagt, Panzersteuerung ist mir lieber, zu der relativ zur Kameraperspektive Steuerung, aber dann, während des Spiels, bin ich da tatsächlich umgeschwenkt. Pass auf, dass du nicht stolperst und hinfällst. Oh Gott, zwei von dem dicken, Superläuten und ich habe keine Feuermunition. Ein Schuss, der muss sitzen. Okay, ich glaube, der war gut. Der Rest wird jetzt zäh. Okay, immerhin ein haben wir. Au, hallo. Kannst du bitte aufhören, mit Sachen zu werfen? Keine Munition mehr. Bäm. Das war gar nicht so schlimm, die beiden. hat ausgereicht. Hey, ich glaube, du bist stark genug für eine neue Fertigkeit. Ich lasse dich entscheiden, was du lernen willst. Sag du mir nicht, wann ich genug Fertigkeitspunkte habe. Ich will vielleicht noch mehr. Ach, guck mal, hier ist unser Hauptmissionsziel. Das haben wir jetzt, glaube ich, freigereinigt, ne? Das ist ja gut. Dann machen wir das. Ja, oder? Das wäre gut. Das wäre, wisst ihr, was richtig cool wäre? So eine, so eine richtig schöne, äh, also so die Silent Hill Remakes wären auch cool. Aber was ich mir schon gedacht habe, warum macht denn Capcom nicht mal so eine Survival Horror Collection? Die haben ja nicht nur Resident Evil. Sieht ziemlich ängstlich aus. Ich meine, da könnte man die alten Resident Evils draufpacken. Zum Beispiel das Original, das erste Original Resident Evil, nicht das Remake. Das ist quasi nicht mehr verfügbar. Wenn man da nicht irgendwie die Original Playstation hat, oder ich weiß nicht, das ist schon für ein paar Systeme erschienen. Und vielleicht gibt es das sogar für den PC, aber es ist auf jeden Fall schon eher schwer zu kriegen und auf jeden Fall, na, müsste das mal neu aufgelegt werden einfach. Und da könnte man zum Beispiel so eine klassische Resident Evil Trilogie einfach machen. Die Original 1, 2 und 3 auf eine Disc. Es wäre super. Und genauso könnte Capcom das eben auch mit anderen Horrorspielen machen, die die ja theoretisch im Repertoire hätten. Wie zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, ob Rule of Roses von Capcom ist, aber auf jeden Fall das mit dem Hund und andere. I rest my case. So, gehen wir mal aufs Dach hier. Dino Crisis, danke, genau, das ist mir zum Beispiel nicht eingefallen. Dino Crisis, das müsste da mit drauf, zum Beispiel. Wie das mit dem Hund heißt, fällt mir auch nicht ein. Mein Herr, ich spiele hier schon zu lange dieses Spiel wieder. Der Stream dauert schon zu lange. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Aber wartet mal, im Stream war vor einer Zeit öfter mal eine Medizinerin dabei. Die hat mir den Tipp gegeben, dass man immer abwechselnd Daumen und Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und rückwärts machen soll. Und dann verbindet das die beiden Gehirnhälften. Und dann fallen einem Sachen ein, die einem sonst nicht einfallen. Und ich habe das ein paar Mal versucht. Das hat tatsächlich funktioniert bei mir. Und jetzt schaue ich mal, ob es funktioniert. Wartet mal, ich mache das jetzt. Und dann schauen wir, ob mir der Name einfällt von dem Spiel nicht mal ansatzweise. Keine Ahnung. Ist egal. Weiter geht's. Oh, Lady Dimitrescu. Heißt das vielleicht Haunted Grounds? Ich glaube schon. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ich glaube, es gibt zumindest ein Haunted Grounds. Und wenn nicht, dann will ich nicht mehr drüber reden. Das Thema hat sich für mich erledigt. Wo muss ich denn hin? Ich muss nicht aufs Dach. Kann ich in das Gebäude gehen? Ja, wir müssen in das Gebäude gehen. Na dann. Ja, Mensch, weißt du, ich hasse sowas. Ohne Witz. Wenn mir gerade bei einem First-Person-Spiel die Steuerung über die Kamera genommen wird, weil ich mir irgendwas Blödes anschauen soll. Das nervt mich. Und gerade das Spiel macht das ab und zu in Kämpfen, während Gegner auf mich zukommen und ich gerne auf die zielen würde. Das geht doch echt nicht. Come on. Oh, jetzt sind wir wieder in einem Innenraum. Die Innenräume, das ist auch wieder so ein Punkt. Die Innenräume sind meistens die Stärken des Spiels. Diese ganze Open World, ey, die hätten die einfach nicht machen sollen. Das hätten die einfach bleiben lassen sollen. bis sich der Nebel verzieht. Ich gehe heute etwas später zur Arbeit. Der Nebel ist so dicht, dass ich gar nicht aus dem Haus will. Ich warte einfach hier, bis er sich verzogen hat. Tja, dann wurde er vom Nebel verschlungen. Uh, ich sehe schon Sachen. noch mehr davon. Tja, ausgerechnet jetzt. Kriegen wir das Licht wieder an? Ja, der Schalter ist drüben hinter der Taschenlampe. Probiere es mit der Geistersicht. Wer weiß, was wir finden. Das ist der Schalter. Der unauffällig rotende Leuchtepunkt. Nein, ist er nicht. Ah, das ist er wahrscheinlich. Ah, das ist er wahrscheinlich. Die Verderbnis macht es nicht gerade leichter. Was das wohl ist? Ein Glücksschwein oder so. Akabeko. Eine rundliche, rote Kuh aus Fukushima, die von einer Volkssage inspiriert wurde. Na, guck. Das ist doch auch nicht schlecht. Frage des neuen Mitarbeiters. Hallo, heute ist mein erster Tag und deswegen wollte ich eine Frage stellen. Stimmen die Gerüchte über den Sicherungskasten? Ich habe gehört, dass jemand an einem Stromschlag gestorben ist, als er ihn berührt hat. Damit haben wir auch schon den ersten Hinweis auf unseren Geisterfall hier. Wisst ihr, auf das Bock hätte ich, auf das Bock hätte ich Spiel gehabt. Das habe ich glaube ich schon mal vor ein paar Folgen oder bei einem Let's Play gesagt. Bei, ähm, mit, äh, man findet ja immer wieder so Notizen von K.K., die beschreiben die alten Fälle von K.K., bevor er die Welt untergegangen ist oder zumindest Tokio oder zumindest Shibuya und ich denke mir die ganze Zeit, boah, die würde ich gerne spielen. Die Fälle klingen cool, die K.K. da ermittelt. Ich würde das Spiel viel lieber als so Geisterdetektiv spielen. Geisterermittler. Das, das wäre richtig gut. Das würde mir echt gefallen. Aber, ja, trotzdem. Hey, Jakob, Dankeschön fürs Raiden. Hallo Jakob und Co. Die Jakobs sind eingetroffen. Hallo zusammen. So, dann gucken wir mal, jetzt wo das Licht wieder an ist, was wir jetzt hier eigentlich tun müssen. Essen mitnehmen ist wahrscheinlich eine gute Idee. Hey, hey, danke fürs Followen. Ihr alle. Ich versuche mal ein bisschen zu schleichen. Ich bin ja nicht der größte Schleicher, aber ich will die Kämpfe, wenn es geht, schon vermeiden. Ein bisschen. Ich schaffe es eh wieder nicht. Was ist ein Raid? Das heißt im Grunde, dass man selbst mit seinen aktuellen Zuschauern am Ende von seinem Stream in den Stream von jemand anderem reinkommt. In der ganzen Gruppe quasi. Das nennt man auf Twitch einen Raid. Und das hat der Jakob gerade mit seinen 50 Zuschauern gemacht. Und die sind jetzt alle hier. Und das freut mich. Und vor allem so viele Follows jetzt. Super cool, Jo. Dankeschön. Das ist sehr gut. Oh! Ah! Oh! 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 So. Frage an Jakob und seine Raider. Kennt ihr mich von YouTube und seid ihr deswegen auch zu mir gekommen? Oder war das ein komplett zufälliger Raid jetzt gerade? Nur aus Interesse. Wollte mich auch hier nochmals als Fan deiner Videos outen. Ah, okay. Dann habe ich mich auf diesem Weg bedankt. Super cool, danke schön. Das freut mich echt sehr. Super nett von dir. Und freut mich auch, dass dir meine Videos gefallen. Was ist das? Ja, was ist denn das? Rote Schuhe. Zweimal die Hacken zusammenschlagen und bam, wir sind raus aus der Geschichte. Nein? Okay. Ein paar rote Schuhe, die angeblich ein klein Mädchen gehörten, das in ein fernes Land gebracht wurde. Das ist jetzt aber, das ist aber nicht so unbedingt jetzt japanische Mythologie. Das ist eher so ein bisschen Easter Egg, ne? Jakob Schult, der mag dich. Jakob ist ein Fan. Ja, cool. Dankeschön, Jakob. Und YouTube und deine Fallout-Videos sind mega. Cool. Dankeschön, Leute. Freut mich sehr. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin ganz aus dem Häuschen. Verlauter Raid. Uh-oh. Ist das so eine Lady in Rot, oder? Ja, die sind, die sind ein bisschen böse. Ich habe noch ein bisschen Feuermunition. Ich werde mal brachial auf die zufeuern, aber erst heilen wir uns ein bisschen und essen. Und dann geht das schon. Hey, danke für den Bett. Panik-Bier. Oh-oh. Geht schon los. Oh-oh. Das ist nicht gut. Komm, wir brauchen den wieder, bitte. Schnell einsaugen. Dankeschön. Ohne Keike-Power ist der Kampf nicht gut. So lange war das gar nicht. Na, war doch gar nicht so wild. Einmal kurz die Superkräfte verloren, aber sonst alles gut. Hallo, Prinzessin Serenity. So. Guck mal. Hey, Flix. Dankeschön fürs Abo verschenken. Super nett von dir. Ah, ich will immer auf die Map schauen, weil ich wissen will, wo ich hin muss. Aber hier unten gibt es keine Map. Aber ich glaube, die Gegner sind weg. Ah, nee, noch nicht ganz. Ah, dammit. Komm her. Hey, ich muss da echt, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich muss meine Playlists mal wieder aktualisieren und ein bisschen mehr pflegen, ne? Wobei, es gibt auch viele sehr lange Videos auf meinem Kanal zum Einschlafen. Das geht auch. Uh, Cutscene. Columbo-Mantel. Detektiv Connenhosen. Kann nichts mehr schief gehen. Der Fall ist quasi schon gelöst. Oh. Das war Rinkos aufgemotztes Motorrad. Wow. Und was ist daran aufgemotzt? Hat irgendeine Antigeister-Technologie, soweit ich weiß. Theoretisch sollten wir damit durch den Nebel kommen. Und wie sieht's praktisch aus? Sei still. Gib mir einen Moment. Es springt nicht mal an. Natürlich nicht. Der Treibstoff fehlt. Und der Turbolader ist auch Schrott. Wir brauchen ein neues Turbinenrad, um es wieder zum Laufen zu kriegen. Das eigentliche Problem ist das duftende Unterweltöl. Das... was? Das ist kein normales Bike. Es kann ohne Probleme direkt durch den Nebel fahren. Aber dafür benötigt es ein spezielles Öl von der anderen Seite. Und das fehlt uns. Okay. Und wo bekommen wir das her? Keine Ahnung. Du... Wie soll mir das machen, wenn du schon keine Ahnung hast? Geh mal ran. Es sind bestimmt ein paar wohlgemeinte Ratschläger. Ich bin doch Fallout auf deinen Kanal aufmerksam geworden und hab vor allem die Law-Videos sehr genossen. Ich... Ich hoffe echt so. Ich fänd's so cool. Da denke ich immer wieder drüber nach. Ich mach ja auch Videos drüber. Ob vielleicht doch noch ein Fallout New Vegas 2 angekündigt werden könnte die nächsten Jahre vielleicht oder so. Ne, jetzt ist es ja wieder möglich geworden seit Bethesda bei Microsoft ist. Wer weiß. Es wäre der Hammer. Überhaupt, neuer Fallout-Stoff wäre schon echt gut für mich. Aber ich behandle auch Fallout 4 und die anderen Teile noch weiterhin gerne. Ich kann nicht ewig drauf warten, dass du abnimmst. Deshalb bekommst du hin und wieder meine automatischen Sprachaufnahmen. Keine Antwort nötig. Du musst sie dir nur anhören. Das ist Eds Stimme. Du bist in der Garage. Das bedeutet, du willst Rinkos Motorrad starten. Und jetzt weißt du nicht, wie du dafür an das Duften der Unterweltöl kommst. Ich hab's dir schon mal erklärt, aber wie ich dich kenne, hast du es eh wieder vergessen. Cleverer Typ. Leck mich. Du findest das Öl dort, wo die Interferenzen mit der Unterwelt besonders stark sind. Überall, wo du sie in diese Welt übertreten siehst. Du kannst es nicht übersehen. Also fang an zu suchen. Bis dann. Die Maske war eine gute Wahl. Cutscenes werden durch diese Maske 143% besser. Schon irgendeine Idee? Wenn Ihnen etwas unsichtbares Probleme bereitet, kann ich Ihnen helfen. Rufen Sie jetzt an. Vertraulichkeit garantiert. Schneller, erstklassiger Exorzismus. Gezeichnet E. Kennen wir jemanden, der eh heißt Erika, oder? Ah, da ist noch eine Akte. Forschungsnotiz zur Verderbnis. Auf der ganzen Welt waren schon immer Objekte zu finden, von denen es heißt, sie brächten ihren Besitzern Unglück. Man nennt sie verflucht oder verderbt. Doch welche Veränderungen finden wissenschaftlich betrachtet tatsächlich in ihnen statt? Aus meiner Sicht ein hochinteressantes Thema. Es ist unerwartet einfach im Alltag, auf diese Objekte zu stoßen. Ich müsste nicht lange recherchieren, bis ich etwas finde, das sofort mein Interesse weckt. Gerne würde ich es erforschen, allerdings möchte ich mein Glück nicht auf die Probe stellen und es selbst kaufen. Ich denke, ich werde stattdessen K.K. losschicken. Wenn mit dem Gegenstand tatsächlich etwas nicht stimmt, wird er sicher damit fertig. Na dann. Rinko, wie sie leibt und lebt. Niemand hält sie auf. Kriegt man sowas denn wirklich im Second-Hand-Laden? Da landet so einiges. Du würdest dich wundern, was für Schätze Leute weggeben. Wenn es so verderbt ist, sollten wir es uns ansehen. Hi Ace, wie geht's? Ich will den immer nicht reinplappern. Aber was muss ich denn jetzt machen? Geh hinaus. Aber wo denn hinaus? Einfach wieder zurück, wo wir hergekommen sind? Ich kann wieder zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Das war der Exerzist. Das war der Exerzist. Schade, dass wir nicht mehr unser Ninja-Outfit anhaben. Das würde jetzt passen. Das Bike von Rinko wurde ganz schön aufgemotzt, oder? Super Detektiv-Outfit. Ist cool. Einmal hat sie sich sogar einen Staubsauger-Roboter gebastelt. Hauptsächlich, weil sie eher sterben würde, als einen Besen in die Hand zu nehmen. Ein Staubsauger-Roboter. Und wir sind hier zufällig in Shibuya. Da muss ich gleich an... Yakuza-Like-a-Dragon-Denken. Coolster Bosskampf ever. Ein riesiger, wildgewordener Staubsauger-Roboter, der Menschen einsaugt. Das hat was. So, auf zur nächsten Hauptmission. Wir hauen jetzt hier noch Hauptmissionen durch. So schnell es geht. So viele geht. Ein bisschen haben wir noch für heute, dann mache ich Schluss. Da gehen noch ein paar Hauptmissionen. Aber ich muss echt sagen, ehrlich gesagt, die Story hat mich schon verloren irgendwie. Ich weiß nicht. Ich fand die am Anfang echt gut. Aber mittlerweile... Weiß ich nicht. Ich bin durch damit. Ich bin so froh, dass jetzt niemand mehr sterben muss. Glaub ich muss da irgendwie hoch. Oh, der Aufzug funktioniert sehr gut. Dankeschön. Das Zeug für Spike. Was suchen wir gleich nochmal? Irgendwie über, äh, ne, andersweltliches Öl oder irgendwas. Gucken wir mal, ob wir das von hier oben verspähen können. Also, Treibstoff, ein Turbinenrad und Unterweltinterferenzen. Aha. Treibstoff? Treibstoff, da ist ein Auto. Ich meine, es gibt, überall stehen Autos, aber das ist ein ganz besonderes Auto. Oh, nettes Auto. Das kann doch bestimmt auf ein Turbinenrad verzichten. Und etwas Benzin. Achso, zwei Fliegen mit einer Klappe, auch nicht schlecht. Dann fehlt jetzt nur noch Unterwelt. Äh, das da, oder was? Interessierst du dich für Verbraucherkredite? Achso, darum geht's also. Hm. Ich find nix, aber irgendwas müssen wir noch finden, oder? Ich scanne einfach mal alles ab. So viel, äh, Reichweite oder beziehungsweise Schwer... Moment mal. Das sieht komisch aus. Ne, das ist nur ein Portal. Ah doch, aber darum geht's. Irgendwas stimmt mit dem Turi nicht. Dann nichts wie hin da. Okay. Das Turi war's. Wir wissen, wohin. Jetzt musst du uns nur noch hinbringen. Na klar, bin ich jetzt dein Chauffeur, oder was? Oh, verdammt. Ich muss hier raus. Oh, dammit. Nebel. Den hab ich überhaupt nicht gesehen, ey. Also, wo fangen wir an? Wo auch immer du willst. Denn am Ende führen früher oder später alle Wege zu ihm. Da, das sieht doch vielversprechend aus. Treibstoff! Dieses Turbinenrad ist nutzlos. Die Form passt nicht. Hm. Echt? Verdammt, Rinko. Warum musst du auch Teile nehmen, für die man keinen Ersatz findet? Hä? Hey, schau mal! Hey, hey! Mein Fuß! Verdammt! Das ist ja ungünstig. Ich mag diese... Ich hab K.K. verloren Passagen nicht. Ich mag diese Schleichpassagen nicht. K.K. Wo bist du? Aber wenigstens ein bisschen Abwechslung. Alles... Es ist ja wirklich so. Alles, was nicht in der Open World spielt, ist... das Beste am Spiel. Muss man einfach sagen. Okay, keine Pfeile mehr. Also doch, wir haben... Ich kann keine mehr aufnehmen, meine ich, damit. Hey, K. Verdammte Viecher! Akito, tu doch was! Bin dabei! Ähm... Ich kümmere mich um sie. Ich verstehe. Das ist jetzt quasi die Schießbudenfigur hier. Äh, Figur? Ich meine Schießbudenmission. Nein! Ich hab genau zwischen ihrem Bein durchgeschossen. Das muss man erstmal schaffen, ey. Es ist grad serious time. Ich muss mich grad konzentrieren. Ja, ich würde... Ja, ich seh sie. Achso, nee. Die hab ich nicht gesehen. Gut, dass du's sagst. Okay. Ups. Keine Pfeile mehr. Ach, da sind unendlich viele Pfeile. Na dann. Ist auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Weil ich dachte gerade... Es kann ja nicht so viele Gegner geben, weil ich hab nur begrenzt Pfeile. Aber stimmt leider gar nicht. Oh, jetzt werfen die Stühle nach mir. Hallo. Hahaha. Ach. Ich spiel auf dem PC. Das hätten wir. Soda lahm. Gut. Ich glaube, das war der Letzte. Ich muss rüber zu K.K. Das war beeindruckend. Du hast dich gut geschlagen. Das ist ein schöner Effekt. Das mag ich immer, wenn das passiert. Wir brauchen immer noch das Turbinenrad. Besorgen wir erst die anderen Sachen. Belege. Bepinselungen. Bezeichnungen. Das machen. Ich finde, das ist irgendwie ein schöner Effekt. Okay. Was wollen wir... Was sollen wir machen? Hauptquest. Ich hab dir gerade nicht zugehört. Verlater Zebrastreifen-Dance hier. Aber irgendwas sollen wir bestimmt machen. Ich mach mal den Baum kaputt. Oh, der hat schon wieder so viele nervige Gegner. Wisst ihr was? Nein. Nein. Ich hab gesagt, wir bleiben bei den Hauptquests. Und so machen wir es auch. Es ist Hauptquestzeit. Wir müssen jetzt das Portal da reinigen, damit es weitergeht. Ich dachte, vielleicht falle ich nicht auf. Sehr gut. Ich habe sie nicht auf. Oh. Sorry. Blütender dicker Geist. Willst du nicht vielleicht mal sterben? Danke. Oh. Au. Au. Sauberer Arbeit. Ich wette ja Probleme, an das Terminrad zu kommen. Mein Baby kriegt nur das Beste vom Besten. Normale Teile bringen es nicht. Schaut unterhalb der Scramble-Kreuzung nach. Da ist eine Auto-Ausstellung. Ich dachte eigentlich, KK wäre da selbst drauf gekommen. Genau, ich hatte lange nicht die Hardware, dass ich mit guter Qualität vom PC aufnehmen kann. Und habe da von der Playstation dann immer aufgenommen. Und erst jetzt, mit der neuen Hardware, kann ich sie eben auch direkt vom PC aufnehmen. Was halt schon komfortabel ist. Sie klingt auf jeden Fall sehr überheblich. Sie hat wahrscheinlich auch noch Spaß dabei, uns diese ganze Arbeit zu bescheren. Tja, es ist aber auch witzig, wenn du dich aufregst. Witzig? Wenn ich... Entschuldige, mit einem Satz. Wer... Ach so, das kennen wir schon. Ich bin Schwierigkeiten-Stecker. Tust du das auch? Ist dir das klar? Aber das Spiel leckt heute so. Also erst seit einer Stunde ungefähr. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber immer nur hier im Menü. Sonst geht's eigentlich. Müsste ich mal neu starten, aber lohnt sich jetzt nicht mehr. So schlimm ist es auch wieder nicht, oder? Das halten wir durch noch. Die halbe Stunde. Nicht mal. Ein altes Kaufhaus. Voll old school. In solchen Kaufhäusern erledige ich meine Einkäufe. Da bekomme ich einfach alles, was ich brauche. Ich habe gehört, dass man wirklich alle Tore reinigen muss, damit man das Spiel durchspielen kann. Deswegen machen wir jetzt kurz einen Abstecher zu diesem Tori hier. Wenn wir schon mal da sind. Weil wir später sowieso nochmal her müssen. Können wir auch gleich machen. Warum drehen die sich nicht um, wenn ich gerade in Finisher-Position wäre? Warum? Ah, ich habe voll viel Feuermunitär. Nutzen wir die doch mal. Die dürfte uns das erleichtern. Okay, das war's leider. Schnell essen. Schnell essen. Untertreffer. So, da la la. Tor reinigen. Und weiter geht's. Nee, ich muss echt sagen. Ich finde es schade. Aber mir macht Ghostbred Tokio nicht mehr wirklich Spaß jetzt. Ich muss es echt sagen. Das hat die ersten, weiß ich nicht, 20 Stunden oder so, fand ich sehr, 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 sehr netter Spiel. Also sehr cool. Aber jetzt muss ich echt sagen, ist die Luft irgendwie raus. Ich möchte jetzt echt zum Ende kommen. Die Nebenmission nehmen wir mit. Aber ansonsten. Na ja, schauen wir mal. Eine Gabe der Verzweiflung. Schau her. Heute opfer ich 5000 Yen. Wenn mir das kein Glück bringt, dann weiß ich auch nicht. Jetzt kann er mich gar nicht abweisen. Ich nicht. Ich spend 500. Wäre ich in letzter Zeit öfter. Ja, ne? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Zu groß und zu wenig Content. Das ist so wirklich das Hauptproblem von dem Spiel. Leider. Und dabei ist es mir wirklich so sympathisch, ey. Das sollte reichen. Es ist mir wirklich so sympathisch. Aber na ja. Kann man nichts machen. Ich glaube, das Vorhaben war zu ambitioniert. Aber da scheitern ja viele Spiele dran. Oh, guck mal. Eine neue Nebenmission. Die sind schon nett manchmal. Geheimnisvolle Fußspuren. Na, gucken wir uns die mal an. Das sieht übel aus. Meinst du, die Leute darin werden es überstehen? Ich hasse es hier. Das können wir nur hoffen. Es ist unheimlich. Was sieht denn übel aus da drin? Weil da so viele Schirme liegen, oder was? Okay, hallo. Ich muss durch das Kaufhaus, um nach Hause zu kommen. Aber der Tapper kommt, wenn man hier nachts allein durchläuft. Der Tapper? Eine unsichtbare Kreatur, die Fußabdrücke hinterlässt. Und bei jedem Schritt wird man ein Tapp, Tapp. Könnte das etwas mit unserem Kumpel zu tun haben? Möglich. Sehen wir uns diesen Ort genauer an. Da ist das schon der Tapper, oder? Nehmen wir mal noch kurz hier. Bäm. Geld mit. Da, da sind welche. Da stimmt was nicht. Wir haben Fußabdrücke, aber ich spüre nichts. Was glaubst du, wohin sie führen? Finden wir es raus. Die hören hier auf. Ach so. Ach, Kampfzeit. Na dann. Ah, Nachzügler. Okay, komm her. Okay. Ah, keine Munition mehr. So, wo hat jetzt der Baum bitte seine Schwachstelle? Müsste den eigentlich hier irgendwie kaputt machen. Sonst kommen wir nicht weiter. Ach so, die Fußboden gehen da lang. Ach, wisst ihr was? Dann soll der Baum Baum sein. Whatever. Gute Nacht. Schlaf gut. Wir machen jetzt eh auch nicht mehr lange heute. Ich bin auch schon ziemlich fertig. Oh. 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 Das Stimmschild habe ich es gezeigt. Danke fürs Followen, Pfarrerstochter. Freut mich. Hör, warte mal. Das Missionsgebiet zeigt in die Richtung. Moment. Hä? Wo denn jetzt? Ach so. Ich war schon richtig. Ich glaube, ich war nur schneller als die Fußspuren. Oder kann das sein? Dann mal ab nach oben. Ach so. Okay. Wenn du das sagst, KK, wird schon stimmen. Okay. 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 Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Bin ich hier noch richtig? Ich sehe keine Fußspuren mehr. Ich folge einfach mal diesem grünen Flunnsal. Das wird schon wissen. Ah, guck. Tatsächlich. Grünes Flunnsal. Dankeschön. Du bist mein bester Freund. Ah. Da ist er ja. Okay. Noch eine Runde Fußspuren verfolgen. Oh. Eine Art Eingang. Meinst du, da kann man einfach reingehen? Möchten wir. Folge dem Tapper. Los. Tun wir es. Soll ich reinspringen? Nein. Zum Glück bin ich nicht gesprungen. Sonst hätten wir nochmal hochlatschen müssen. Uuuh. Und da sind wir. Völlig orientierungslos in... Was auch immer das ist. Labyrinth ist das richtige Wort. In Labyrinth. Ganz genau. Der Tapper scheint weitergegangen zu sein. Schätze, wir müssen gleiten. Die Tapper. Hey, gerne. Das ist doch, da freut mich. Dankeschön. Also freut mich, dass sie dir gefallen. Die Videos. Oh man, ich habe kaum Munition, merke ich gerade. Aber die halten eh nix aus. Ich müsste sie mal treffen. Das wäre schon gut. Auto. Du musst mir Munition geben, bitte. Es sind wirklich, glaube ich, vor allem die Kämpfe gegen die immer gleichen Gegner, die mich mittlerweile leider halt echt schon ein bisschen nerven bei dem Spiel. Ich möchte den Kämpfen am liebsten schon immer einfach, wenn es irgendwie geht, aus dem Weg gehen. Und dieses ewige Geister sammeln in der Open World. Und, oh, okay, das verspult mich gerade ganz schön, ehrlich gesagt. Das macht mich ein bisschen... Ich werde ein bisschen siegkrank gerade. Schauen wir nicht auf die Straße da an der Seite. Das macht mich fertig. Oh, jetzt geht er die Wand hoch. Ob dieser Aufzug noch funktioniert? In den sechsten Stock, bitte. Ich werde ihn schauzen. Und hier hört die Spur wieder auf. Ah, da ist wieder die Straße an der Land. Über welche Plattform? Das ist da, was da so rumschwebt. Mich verspult das gerade echt so, dass ich das so seitlich auf einem Haus stehe. Ich weiß nicht, warum. Das ist nicht das erste Spiel, das das macht. Aber irgendwie macht das gerade ziemlich meinen Kopf kaputt. Okay. Geschafft. Das war leichter, als es aussah. Aber das ist wenigstens eine nette Passage, finde ich. Das ist wirklich mal was anderes. So was bräuchte das Spiel öfter. Und dafür weniger Open World. Ich glaube, dann wäre es eigentlich echt gut. Moment mal, die Fußspuren gehen in die Richtung. Nein, ich bin, bin ich jetzt an den Anfang zurückgeflogen? Bin mir nicht sicher. Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Nein. Oder? Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. Ich glaube, ohne Kämpfe sind wir gleich wieder da, wo wir waren. Wenn ich überhaupt wirklich zurück bin. Ich glaube, wir sind wieder zurück. Hurra. Ja, dann halt noch mal Aufzug fahren. Achso, jetzt müssen wir auf den Aufzug warten. Ah, Hilfe. So. Aber wo geht es denn dann wirklich weiter? Über die Plattform war noch richtig wahrscheinlich, ne? Es sah zumindest so aus. Oh Gott. Oh Gott. Okay, und jetzt gehen die Fußspuren über diesen Glas. Über diesen Glasweg. Und dann hören sie auf. Muss ich etwa einfach zu der Tür? Ja. Ich habe vorher noch in die Richtung geguckt und dachte mir, ne, da geht es nicht lang. Da ist eine Tür. Also, die habe ich als Sackgasse gedeutet. Das war doof. Aber ich mag den Style hier schon von dieser Parallel-Zwischen-Doctor-Strange-Welt. Ich muss ganz kurz das Auto boxen. Okay. Weiter geht's. Dieser Junge sieht wie eine Hülle aus. Der Tapper muss was mit ihm zu tun haben. Wir müssen die Verderbnis reinigen, bevor wir weiter können. Und jetzt kommt das Problem an dem Spiel. Meiner Meinung nach eins der Probleme. Doch nicht. Ich hätte nämlich jetzt geschworen, dass jetzt erstmal 100.000 Gegner kommen und ich muss einen Riesen-Arena-Kampf machen, bevor es weitergeht. Aber ich muss es zurücknehmen. Ich bin stolz auf dich, Spiel. Dass du hier keinen Arena-Kampf draus machst. Sie sind verschmolzen? Endlich habe ich meinen Körper wieder. Du bist also der Tapper, hm? Ja, so haben die mich genannt. Ich wollte nur meinen Körper zurück. Ganz ehrlich. Ich habe lange nach ihm gesucht, seit er in dieses große Loch gezogen wurde. Und als ich ihn dann gefunden habe, konnte ich nicht an ihn ran. Geht mir auch so. Bin selbst per Anhalter unterwegs. Das ist blöd. Ich hoffe, du kannst auch in deinen Körper zurück. Danke für eure Hilfe. Warte mal. Warte mal. War jetzt waren jetzt diese Fußspuren die Seele von der Seele. Und jetzt hat die Seele ihren Seelenkörper wieder und kann jetzt ins Jenseits. Nachdem sie ihren Körperkörper verloren hat. Ja, ungefähr so, oder? Alles klar. Naja. Das witzige Pfarrerstochter ist, mir geht es mit Fallout genauso. Ich habe meinen ersten Playthrough komplett gemacht, ohne einen Terminal-Eintrag zu lesen, weil ich auch immer keinen Bock drauf hatte. Und genau deswegen, genau deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass ich Fallout-Law-Videos machen könnte. Zum einen, weil ich mir selber gedacht habe, worum geht es eigentlich in den ganzen Gebäuden, durch die ich einfach nur durchfräse und alles wegloote? Was ist eigentlich die Geschichte? Und zum anderen, weil ich mir dachte, es gibt bestimmt viele Leute, denen geht es ähnlich wie mir. Die haben keinen Bock, sich das alles anzuschauen. Und ja, genau. So war das. Die Stimme von den Kids erinnert dich an Little Sisters. Ja. Vorher habe ich im Chat schon gelesen, dass die Stimme von den erwachsenen, männlichen Geistern wie Cartman klingt. Und das stimmt total. Seitdem muss ich immer an South Park denken, wenn ich mit erwachsenen, männlichen Geistern rede. Und die Kinder wie die Little Sisters. Tja. Okay. Und jetzt kommen wir nie wieder hier raus. Doch. Schade. Tja. Machen wir dieses Loch jetzt zu. Okay. Ich glaube, 98% der Spieler haben keinen Bock darauf, das zu lesen. Das könnte sein, ne? Ich weiß auch nicht. Weißt du, wenn ich über diesen Jungen nachdenke, dieser Riss hätte auch mich reinziehen können. Ja. Ist ja nett von dir, dass du mich nicht allein gelassen hast. Deine Sorge um mich ist rührend. So, Dala. Hätten wir das auch. Das war jetzt wieder eine nette Nebenquest. Wirklich. Hätte das Spiel mehr davon, es wäre Hammer. Aber nein, es muss ja diese mit Collectibles gefüllte, langweilige Open World zu 99% haben. Schade. Ne, ich will gar nicht zu schlecht über das Spiel reden. Ich finde es echt nett. Aber es hätte so viel mehr sein können. Wenn ich anfange, Loot liegen zu lassen, dann ist irgendwas schief gelaufen bei dem Spiel. Ah! Ah! Oh, eine Lady in Red. Okay. Eine Lady in Red. Puh. So, geschafft. Ah! Oh Mann, ich habe überhaupt keine Munition für gar nichts mehr. Ah! Außer für dieses blöde Wasser. Ah, wartet mal. Ich habe Super Power aktiviert. Und jetzt ganz schnell was essen bitte, bevor wir sterben. Und jetzt weiter wässern. Ne, ich habe wieder Feuermunition. Alles gut, Feuermunition. Und jetzt ist Schluss mit lustig. Hurra! Na dann, reinigen wir das blöde Tor. Ah ne, da ist noch irgendwas. Wo denn? Wer denn? Was denn? Na, ich mache es trotzdem. Ist ja egal. Ja, das war auch so ein bisschen. Also, ich habe auch so ein bisschen Fallout auf eine ganz andere Weise dann nochmal kennengelernt. Durch das viel langsamere Spielen und sich wirklich mit der Welt und der Lore auseinandersetzen, war es plötzlich gleich ein ganz anderes Spiel. Und das hat dann schon auch Spaß gemacht. Wir können immer noch ein paar mehr retten. Und dann bin ich da halt so reingerutscht, ehrlich gesagt. Wenn man sich mal so meine ganz alten Lore-Videos anguckt von vor 100 Jahren oder so ungefähr, dann merkt man, glaube ich, auch, dass ich da bei weitem noch nicht so tief in der Lore drin war. Ich habe mich da selber auch wirklich so Video für Video reingearbeitet. Kleines Themengebiet für kleines Themengebiet halt einfach. Wow, du bist ein interessantes Sammelobjekt. Was das wohl ist? Ja, ich weiß es auch nicht. Die Mensch-Hund-Mumie, die Menschen-Hund-Mumie, mumifiziertes Wesen mit dem Körper eines Hundes und einem menschlichen Kopf. Na, das ist doch hübsch. Liegt hier einfach so in diesem Tempel. Warum nicht? Naja. Neue Nebenquest, volles Haus. Wie spät ist es denn jetzt? Ach, wir haben zwei neue Nebenquests. Was ist das? Oh, Versteckspiel 3. Äh. Volles Haus, das könnte vielleicht interessant sein. Aber, es ist schon elf, Leute. Wir machen Schluss für heute. Ich hätte naiverweise gehofft, dass wir es heute durchspielen könnten, weil die Story fühlte sich schon so nach Endgame an. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das Spiel zu uns sagt, ja, aber bevor du es durchspielen kannst, musst du erst noch 20 Tore reinigen. Insofern, ja, nee. Aber macht ja nichts. Dann werden wir es entweder nächste Woche am Dienstag beenden, oder aber ich werde ein Let's Play noch machen, oder so, indem wir es zu Ende spielen, möglicherweise das dann auf dem Let's Play Kanal landet. Und dann machen wir wahrscheinlich nächsten Dienstag mit Entweder Disco Elysium oder Wasteland 3 weiter, würde ich sagen. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Genau. Ach, das ist kein Problem, Fahrerstochter. Wir reden hier sehr oft über Fallout, auch wenn wir ganz andere Spiele spielen. Das ist halt einfach auch ein großes Thema auf meinem Hauptkanal. Das ist eh klar, dass das für viele Zuschauer und Zuschauerinnen auch interessant ist. Na schön, Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für den Raid, Jakob. Vielen Dank fürs Dabeisein, für die Bits, für die Spenden, für alles heute. Und wie gesagt, nächsten Dienstag machen wir dann hier entweder bei dem weiter, wenn es nicht schon beendet wurde bis dahin. Wahrscheinlich machen wir mit dem weiter. Ich nehme mir immer vor, Let's Plays aufzunehmen und schaffe es dann eh nicht. Insofern, bis dann, gute Nacht. Ciao. Ciao.